EA Games Ja, bisher habe ich immer nur GTA-Spiele gespielt, um die Weihnachtszeit herum, aber ich dachte mir, dieses Mal, ja, spiele ich mal nicht GTA, sondern ich spiele Harry Potter und die Kammer des Schreckens in der Playstation 1 Version, eines meiner absoluten Lieblingsspiele aus meiner Kindheit und es ist unfassbar nostalgisch für mich und ich habe dieses Spiel bereits vor sieben Jahren, also 2016 auf meinem Kanal Let's Played. Wissen vielleicht einige von euch und ich wollte da immer so gerne die 100% erreichen, nur leider habe ich das in diesem Projekt nicht geschafft, unter anderem auch deshalb, weil ich einen Zauberspruch nicht geupgradet habe und diesen Zeitpunkt verpasst habe und ich dachte mir jetzt, okay, warum spielst du es nicht mal als Weihnachts-Special komplett durch und versuchst einfach nochmal die 100% zu holen. Es ist sieben Jahre her, ich habe es seit sieben Jahren nicht mehr gespielt und jetzt möchte ich es gerne mit euch zusammen nochmal angehen, wenn ihr möchtet. Übrigens, frohe Weihnachten an euch alle, es ist mal wieder der 24.12. und jetzt halt schon 2013, das ist wirklich unfassbar, wie die Zeit einfach rennt. Und, naja, das ist jetzt nicht das typische Weihnachtsspiel, wie ich es bisher immer gespielt habe, bisher habe ich ja immer nur GTA-Winter-Mods gespielt, wo auch wirklich alles immer durchgehend mit Schnee bedeckt war. Das ist natürlich in diesem Spiel nicht der Fall, aber ich finde trotzdem, dass das Spiel irgendwie so einen winterlichen Vibe hat, so eine entspannte Atmosphäre und ich habe jetzt so lange gelabert, dass das hier, dass das Intro hier anfängt zu laufen. Das will ich natürlich direkt wieder abbrechen, aber es hat, ja, das ist noch nicht so weit, nein, 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 wir fangen jetzt mal ganz normal an. Und, ja, normalerweise mache ich die Weihnachtsspecials immer mit Facecam, aber das mache ich jetzt auf zwei Gründen nicht. Zum einen geht es mir aktuell körperlich nicht ganz so gut, habe ich schon mal erwähnt in der GTA San Andreas PS3-Folge. Und deswegen will ich mir das nicht antun, dass ich hier über mehrere Stunden vor der Kamera bin und man will ja dann auch mit der Kamera interagieren und so weiter. Und das ist alles so ein bisschen anstrengend für mich. Und zweitens finde ich das bei dem Spiel halt überhaupt nicht nötig, weil es halt, es gibt für mich keinen Grund, hier der Facecam zu machen. Man taucht in die magische Welt ein und da braucht man meine Fratze einfach nicht zu sehen. Und ich würde sagen, wir starten mal direkt rein hier in dieses Spiel. Ich habe richtig Bock drauf. Übrigens, ich spiele das nicht auf der echten PlayStation 1, sondern ich spiele das per Emulator mit den, glaube ich, maximalen Settings, die man so einstellen kann. Und ja, ich würde sagen, wir legen mal los mit einem neuen Spiel. Oder müssen, glaube ich, erstmal einen Spielstand anlegen, so war das, glaube ich. Automatisch speichern ist immer eine gute Idee, falls es abstürzt. Ja, wenn wir das Bild sehen, also diese Memory Card mit der Feder, dann speichert das Spiel. Ja, das ist sowas von okay, mach ruhig. Es ist übrigens gerade 15.13 Uhr. Ich gehe mal davon aus, dass es bis in die Abendstunden gehen wird, das Let's Play. Aber ich freue mich drauf. Ich habe mich hier auch gut ausgestattet mit Proviant. Ich habe hier drei Pickup-Riegeln noch, die ich naschen kann nebenbei, wenn ich hungrig werde. Und ich habe auch einen ganzen Krug voller Wasser hier stehen. Also, ja, ich bin gewappnet. Wenn ich auf Toilette gehen muss, tue ich das einfach. Ich katte das dann raus. Schauen wir mal. Harry Potters erstes Jahr an der Hogwarts-Schule für Hexerei und Zauberei war wahrhaft aufregend. Zusammen mit seinen Freunden Ron Weasley und Hermine Granger besiegte Harry erneut Lord Voldemort, den größten schwarzen Magier aller Zeiten. Aber jetzt ist Harry wieder im Ligusterweg Nummer 4. Oft wird er in sein Zimmer gesperrt und obwohl er ein Zauberer ist, kann er nicht entkommen. Jungen Zauberern ist das Zaubern außerhalb der Schule nämlich nicht gestattet. Dann, eines Abends, während der Sommerferien, erschien der Hauself Dobby. Dobby warnte Harry Potter, dass er nicht nach Hogwarts zurückkehren durfte. Harry Potter darf nicht nach Hogwarts zurückkehren. Wenn Harry Potter nach Hogwarts zurückgeht, ist er in tödlicher Gefahr. Es gibt eine Verschwörung, Harry Potter. Eine Verschwörung mit dem Ziel, die schrecklichen Dinge geschehen zu lassen. Dobby verschwand und kurz darauf erschien Ron Weasley mit seinen Brüdern Fred und George in einem Fliegenden von Anglia, um Harry aus seinem Gefängnis zu befreien. Harry berichtete ihnen von Dobbys Warnung. Ganz faule Geschichte. Ich wette, Dobby wurde von jemandem geschickt, der das witzig fand. Gibt es jemanden in der Schule, der etwas gegen dich hat? Draco Malfoy. Rons Mutter, Molly Weasley, marschierte über den Hof und blieb direkt vor ihnen stehen. Sie sah gar nicht begeistert aus. Die Becken leer, keine Nachricht, der Wagen weg, ich werde fast verrückt versorgen. Stundenlang schien es so weiter zu gehen. Mrs. Weasley hatte sich heiser geschrien, bevor sie sich Harry zuwandte. Ich freue mich sehr, dich zu sehen, Harry, mein Lieber. Ronald Weasley! Hatte ich dir nicht gesagt, du sollst den Ghoul ruhig stellen? Er schmeißt immer noch mit Rohren um sich. Er macht mich wahnsinnig! Los, Harry, auf geht's! Und los ging's. Und los ging's. Danke fürs Vorlesen, Eckart Dux. Absolute Synchronsprecher-Legende. Und auch immer noch aktiv, obwohl er, glaube ich, 96 oder 97 Jahre alt ist. Also ich glaube, er ist mittlerweile Deutschlands ältester Synchronsprecher. Aktiver noch, wohlgemerkt. Der Fuchsbau. Hallo, Harry. Willkommen in meinem Zuhause. Nichts Besonderes. Ich finde es toll. Danke, Harry. Wir nennen es den Fuchsbau. Los, Harry. Wenn der Ghoul die Tür zur Dachkammer wieder verschlossen hat, müssen wir einen anderen Weg finden. Der Held hat draußen im Garten ein paar Kisten abgestellt. Wir können sie benutzen, um auf das Dach und in das Fenster der Dachkammer zu klettern. Du warst so lange bei den Dursleys gefangen. Jetzt kannst du ein weicher Zurückflug auf die Kisten anwenden. Denk dran. Du musst dazu die Kreuztaste drücken. Die Kreuztaste? Das heißt X-Taste, Ron. Das weiß doch jeder. Genauso wie Viereck-Viereck heißt und nicht Quadrataste. Ich hoffe, die sagen hier nicht Quadrataste, sonst dreh ich durch. Die Kreuztaste. Okay, was machen wir? Ja, in den Cutscenes, wenn man sie so nennen kann, sieht man immer so ein bisschen so diese, diese, ja, sind die Ränder nicht ganz so schön. Das liegt daran, dass das Spiel hier mit einem Widescreen-Fix läuft. Also das ist ein Widescreen-Hack, der das Spiel auf 16 zu 9, ich sag jetzt mal, erweitert. Denn normalerweise ist das Spiel 4 zu 3 und wenn man es auf 16 zu 9 normal strecken würde, dann würde Harry halt mega fett aussehen. Aber das hier ist ein normales Verhältnis. Ich glaub, nur in der Höhe wurde es ein bisschen gestreckt. Also es sieht fast so aus wie damals in 4 zu 3, nur dass es eben 16 zu 9 ist. Also sehr cool eigentlich. Und ja, wir legen mal los. Ich hab so Bock drauf, ne? Allein diese... Allein diese... Allein diese... Genau, allein diese Fuchsbaupassage hab ich als Kind immer so geliebt hier. Weil das endlich mal was anderes war. Du warst nicht im Schloss direkt, du warst erstmal ganz woanders. Das ist schon cool. Ronald Weasley! Hatte ich dir nicht gesagt, du sollst den Ghoul ruhig stellen? Er schmeißt immer noch mit Rohren um sich. Er macht mich wahnsinnig! Oh nein. Mom ist böse. Wir sollten ja aus dem Weg gehen. Klettern wir doch auf das Dach und in das Fenster der Dachkammer. Mach es einfach so wie ich, Harry. Um auf eine Kiste zu klettern, musst du auf sie zugehen und dann die Richtungstaste oben drücken. Ah. Ah. Okay, jetzt du, Harry. Lauf auf die kleine Kiste zu, um drauf zu klettern. Lauf dann über den Spalt, um automatisch zu springen. Zum Klettern an die Kiste herangehen. Ja, okay. Das machen wir doch. Let's go! Äh, ja. Ich krieg ja super hin. Höh! Übrigens muss ich sagen, es fällt mir gerade auf, die Dialoge sind unfassbar gut abgemischt. Also sie sind schön laut. Also da gibt es manch andere Spiele, die das nicht so gut hinbekommen haben. Hust. GTA San Andreas PS3. Mehr sag ich nicht. Das ist echt geil. Uah! Sneaken wir uns mal auf den Dachboden und zeigen dem Ghoul mal, wie stark wir sind, würde ich sagen. Wünschen wir ihm mal ein frohes Fest. Ja. Okay, wir müssen den Ghoul ruhig stellen. Er schmeißt mit Rohren um sich und Mom wird noch verrückt. Bewege die Truhe mit dem Steuerkreuz. Versuche 60 Rohre zu fangen, bevor sie auf den Boden fallen und einen schrecklichen Lärm veranstalten. Also Harry, auf geht's. Ja, ich gebe mein Bestes. Mal gucken, ob ich sie alle fangen kann direkt. Also als Kind hatte ich hier teilweise Probleme. Weiß nicht wieso. Äh, wahrscheinlich weil ich einfach ein dummes Scheißkind war. Aber normalerweise ist das hier echt kein Problem. Also ist ja... Joa. Ein paar Rohre einsammeln. Dü, 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 dü. Ich finde den Ofen da rechts irgendwie cool. Und das Bild ganz links ist mir früher gar nicht aufgefallen. Äh, äh, ein schönes grinsender Mann, muss ich sagen. Das muss man ihm lassen. Dü, 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 dü. Ich habe, glaube ich, noch keins verpasst. Oh, jetzt wird es aber langsam tricky hier. Holy shit. Ja, wir können gleich noch ein bisschen weitersprechen über das Spiel, aber... Gute Arbeit, Harry. Jetzt wird es eine Weile still sein. Danke, dass du mir mit dem Ghoul geholfen hast. Ah, jetzt ist es schön ruhig. Jetzt müsst ihr Jungs für mich den Garten entgenommen. Sucht Mr. Weasley. Er ist irgendwo in der Garage bei seinem nicht magischen Kram. Äh, stand er nicht eben schon oben? Ron und ist dann wieder... Hä? Es ist ein magischer Ort, Leute. Und hier passieren magische Dinge, wie zum Beispiel das automatische Speichern. Was auf der PS1 früher nicht selbstverständlich war. Okay, lass uns Dad suchen. Oh, dieses Klackgeräusch von den Toren und Türen. Oh mein Gott, das ist so nostalgisch. Allein dieses Geräusch ist vielleicht nicht der realistischste Sound von so einem Holztor. Also ich weiß nicht, wie eure Holztore sich anhören, wenn ihr eins habt zu Hause. Aber wahrscheinlich nicht so, oder? Aber wie geil, oder? Ist grafisch nicht das beste Spiel. Das war es auch damals nicht, muss man sagen. Das war ja damals die kuriose Zeit, wo... Wo Harry Potter und die Kammer des Schreckens und auch der Steiner Weisen für so viele verschiedene Plattformen rauskamen und jede Version war irgendwie anders. Also Harry Potter und die Kammer des Schreckens für PS1 ist anders. Für PS2 unterscheidet sich ja auch komplett. Die PC-Version ist komplett anders. Und dann gibt es natürlich noch die... Ich glaube, es gibt eine Game Boy Color Version. Ich weiß nicht, ob es da auch eine Game Boy Advance Version gibt. Aber es gibt... Die ganzen Versionen sind alle unterschiedlich. Da hat EA immer neue Spiel programmiert. Das ist echt kurios. Dad lässt sein Kram überall rumliegen. Mom wird noch wahnsinnig. Versuche diese Fässer mit einem voll aufgeladenen Weiche-Zurückflug zu zerschmettern, damit wir durch das Tor kommen. Ei, ei, Captain. Aber ich mache erstmal die anderen Fässer kaputt. War das eine Erneuerung, dass er die Zaubersprüche auch sagt? Ich glaube, im ersten Teil hat er es nicht getan. Ich bin mir nicht sicher. Und erstmal schön Bohnen sammeln. Die werden wir ja alle brauchen. Weil hier habt ihr ja... Haben wir hier schon irgendwie einen Bohnen-Counter, wie viel wir wo haben? Gibt es nicht, ne? Auf Vibration machen wir aus. Ich habe keinen Bock auf Vibration. Sound-Option kann man, glaube ich, auch nicht viel machen. Mono-Stereo-Surround. Lautstärke. Man kann also nichts abmischen. Keine Dialoge, etc. Aber ich finde, das haben sie echt gut gelöst. Also es ist gut abgemischt von Haus aus. Da braucht man gar nichts zu machen. Gut gemacht, Harry. Los, lass uns nach Dad suchen. Yes. Ich folge dir, mein Freund. Lass mich durch. Wieso darf ich nicht mit rein schlüpfen da noch? Ne. Ist mal ein bisschen umsetzen hier. Ich muss mich echt manchmal ein bisschen umsetzen. Sonst wird das hier wirklich unbequem hier über mehrere Stunden. Ich denke mal, es dauert mindestens sechs Stunden, das Spiel. Wenn nicht sogar sieben. Und wir haben gerade 15 Uhr. Da könnt ihr euch ja mal vorstellen, wie... Wie spät es sein wird, wenn ich hiermit fertig bin. Hey, Ginny ist bei den Knudelmuffs. Warum gehst du nicht einfach hin und sprichst mit ihr? Sie ist ein bisschen schüchtern in letzter Zeit. Seltsam. Ich gehe mal zu Dad. Ja, und du schließt das Tor einfach ab, oder was? Willst du mich hier drin gefangen halten? Hallo, Ginny. Hallo, Harry. Freut mich, dich kennenzulernen. Ich bin Ginny. Ich kümmere mich um unseren Knudelmuff. Und passe auf, dass Fred und George ihn nicht als Glatscher verwenden. Bring den Knudelmuff zu den Büschen. Und er isst sie auf. Darunter verstecken sich Bohnen in allen Geschmacksrichtungen. Sammle sie auf. Mit den Bohnen kannst du in Hogwarts Bildkarten berühmte Hexen und Zauberer von Fred und George kaufen. Wenn du den Knudelmuff zu den Büschen bringst, isst er sie auf. Hier findest du Bildkarten berühmter Hexen und Zauberer. Wenn du eine Bildkarte berühmter Hexen und Zauberer bekommst, solltest du sie immer in deinem Folie Magie ablegen. Drücke die Select-Taste. Dann erscheint das Folie Magie und alle Bildkarten, die du gesammelt hast. Es gibt zwei Arten von Bildkarten berühmter Hexen und Zauberer. Silberne Karten und vier besondere goldene Gründerkarten. Oh yeah. Ach, so geht das. Ja, stimmt. Select. Das Folie Magie. 24 Stück gibt es. Die sind natürlich für die 100% Wertung erforderlich. Aber mal gucken. Ich werde die wahrscheinlich schon alle bekommen, denke ich mal. So, Knudelmuff. Aufwachen. Na komm. Schnapp dir die Büsche. Und mach sie fertig. Hallo, Knudelmuff? Ach, er frisst schon. Sehr gut. Gibt's Böhnchen? Da ist eine Bohnen. Ich will die auch alle mitnehmen. Ich glaube, gerade die roten Bohnen sind wichtig. Für die, für den, für das Zauber-Upgrade später. Ich glaube, da braucht man 500, 500 Bohnen. Kommst du mit? Na komm mal her, mein schöner, feiner Sitzsack. Gut gemacht, Harry. Hier sind Bildkarten, berühmte Hexen und Zauberer. Felix Summerbee. Du solltest Ron suchen, Harry. Ich glaube, er wollte zu Dad. Dort entlang. Warte doch erstmal. Ich bin doch nicht mal fertig hier. Ich will doch noch, dass er alles auffrisst hier. Oh, die Bohnen ist gleich weg. Oder weiß ich nicht. So. Ich hol mir natürlich hier nochmal alle Bohnen. Das ist einfach eine gute Chance, hier am Anfang schon ein paar Bohnen zu kriegen. Warum sollte ich die nicht nutzen? Ich glaube, es läuft eher auf sieben Stunden hinaus, oder? Wenn ich so gründlich spiele. Aber es ist mir sowas von wert. Ich habe hier so Lust mit euch nochmal dieses Abenteuer zu erleben hier. So um die Weihnachtszeit herum. So. Noch eine Bohne. Ja, Ginny, warte kurz noch. Ich muss hier gerade auch eben hier die Gartenarbeit verrichten. Das ist, also das ist ja, das ist auch mal ein interessanter Rasenmäher. So. Ja gut, der frisst Büsche. Du würdest ja mit dem Rasenmäher keine Büsche, also mähen, so. Aber, ja. Ach, ja. Weg, Knuddelmuff. Hi. Und jetzt mach ich ihn nochmal klein. So. Jetzt ist alles wieder beim Alten. Und, ja, Ginny, ich bin jetzt bereit. Let's go. Ach so. Ja, bis dann. Hallo Harry, ich bin Arthur Weasley. Möchtest du mir vielleicht helfen, den Garten zu entgnomen? Du brauchst aber noch Entgnom-Handschuhe, um die Gnomen zu fassen. Leider sind sie irgendwo unter all diesem Plunder begraben. Verwende Wingardium Liviosa, um den Plunder aus dem Weg zu zaubern. Lass alle Teile schweben, indem du die Kreuztaste gedrückt willst. Mit den Richtungstasten kannst du den Plunder bewegen. Drücke die Dreieck-Taste, wenn du die Teile auf die Felsen schmeißen und zerschmettern willst. Könntest du die Teile bitte verzaubern und auf die Felsen schmeißen? Vielleicht finden wir die Handschuhe dann. Sie müssen hier irgendwo sein. Ja, da kann man dann natürlich nichts machen, ne? Wenn die Sachen da drunter sind, dann muss man natürlich die Sachen mit einem Schwebezauber mit Wingardium Liviosa schweben lassen, um sie dann über ein paar Steinen, ja, runterfallen zu lassen, um sie dann zu zerstören. Weil nur dann kommt man in die Sachen ran. Das macht so viel Sinn. Also nehmen wir doch mal hier diesen 1000 Euro Sony Röhrenfernseher. Und zerstören ihn einfach. Geil. Also meine Eltern haben früher mal anders reagiert, wenn ich Sachen hab runterfallen lassen und die dadurch kaputt gegangen sind. Aber hier in der Familie Weasley ist sowieso alles ein bisschen anders und das wissen wir ja. Nicht erst seit heute, oder? Geil. So, und da sind jetzt zufälligerweise beim dritten Mal die Handschuhe, oder? Gut gemacht, Harry. Schön. Du hast die Handschuhe zum Entgnomen gefunden. Hier sind sie. Die Entgnomen-Handschuhe. Oh mein Gott. Danke, dass du, Dad, geholfen hast. Jetzt kannst du auch Gegenstände verzaubern. Das ist sehr hilfreich, glaub mir. Je schneller wir den Garten entnomen, desto früher können wir ins Bett. Oh, ich bin müde. Er ist halt jetzt schon müde und ich fange gerade mal an mit meinem Weihnachts-Special. Was ist das für ein Kontrast? Ron, mach jetzt bitte nicht schlapp. Let's go. Zeit, die Entgnomen-Handschuhe auszuprobieren. Mom möchte, dass wir diese Gnomen über den Zaun in das Feld mit Dads nicht-magischen Kram werfen. Um einen Gnom erfolgreich zu werfen, brauchst du viel Schwung. Drücke die Quadrat-Taste so schnell du kannst, um Schwung zu holen. Wenn du am Zaun angekommen bist, drehst du dich schnell im Kreis. Drücke die Dreieck-Taste, wenn du bereit bist, den Gnom zu werfen. Es gibt Punkte für Weite und Zielsicherheit. Okay, vier Klasse, um zu drehen. Ich glaube, ich nehme erstmal hier das Auto. Ich glaube, zwei Balken müsste reichen. Bisschen über zwei. Damit müsste ich das auch... Ja. Und hier kann man auch eine Bildkarte bekommen. Ich weiß nicht, wie viele Punkte wir erreichen müssen. Ich glaube, sieben, acht, neun, hundert irgendwie so. Oder tausend vielleicht sogar. Und dann bekommen wir eine Bildkarte. Und die will ich jetzt hier auch haben. Das ist auf jeden Fall das Ziel. Die nehmen wir hier auf jeden Fall jetzt direkt mit. Kann man später auch nachholen, aber ich will sie jetzt haben. 235 Punkte. Das geht aber noch. So, der Teich war, glaube ich, auch zweieinhalb. Ungefähr. Oh, das könnte fast schon zu wenig sein. Dammit. Ah, es wird nicht reichen, oder? Maybe. Nee. Zweieinhalb bis drei. Eher. Ja, ich glaube, das werde ich nochmal machen müssen. Zweieinhalb. Reicht das? Das müsste reichen. Theoretisch für den Teich. Ja. Ja, ich glaube, ich habe jetzt einmal daneben geworfen. Das sollte jetzt aber nicht. Ich habe noch eine Chance. Ich meine, der Rekord ist jetzt schon gebrochen. Das ist schon mal gut. Aber das bringt halt noch leider keine Bildkarte. Der Kack gönnt sich da auch einfach, der Gnome. Einfach so. Ja, der Bienenstock. Ich weiß, jetzt fängt es an. Ich weiß es nicht. Ja, weiß ich nicht. Ich glaube, das ist okay. Jetzt brauche ich ein gutes Aiming. Holy shit, mein Aim. Mein Aim ist on point. In einem Harry Potter PS1 Game. Braucht man gutes Aiming. Stellt euch das mal vor. Nicht nur bei Call of Duty oder so. Hier brauchst du richtiges E-Sportler-Aim. Harry Potter Kammer des Schreckens PS1 E-Sportler-Aim. Sonst kannst du das gar nicht treffen. 779. Und jetzt noch die Telefonzelle treffen. Dann bin ich aber sowas von dabei. Ich gehe jetzt hier full risk. Ich mache hier einfach... Eigentlich... Das reicht ja. Mir ist genau mittig. Leute, jetzt brauche ich... Oh, Junge, das Aim ist on point. Hallo, wer ist da? Ah, Bildkarte. Ah. Was? Ich habe dich jetzt bekommen? Oh, sehr gut. Die Bildkarte hat mich gerade angerufen. Ich habe gesagt, ich habe den Rekord gebrochen. Den ich brauche. Alles gut. 1000 Punkte. Let's go. Ach, ja. Das war... Großartig, Harry. Deine beste Leistung aller Zeiten. Yardley Platt. Ja, ich hätte jetzt... Über Harry Potter hätte ich mich jetzt mehr gefreut, aber... Das war wirklich lustig. Möchtest du nochmal spielen? War es irgendwie schon, aber... Ne, lass mal... Lass mal stecken. So, der große Harry Potter hat es mal wieder allen bewiesen, dass er der weltbeste Engnomer ist im Garten der Weasleys. Und jetzt schreiten wir fort an unserem epischen Abenteuer. Mit einem wunderschönen Ladescreen. Hey, habt ihr Lust auf ein Zauberer-Duell? Ein Zauberer-Duell? Erzähl mir nicht, du weißt nicht, was ein Zauberer-Duell ist. Dann solltest du es schnell lernen, Harry. Ist das gefährlich? Nein, überhaupt nicht. Meistens jedenfalls. Fuchsbau-Duell-Arena. Episch. Okay, ein Duell ist ganz einfach. Du musst einfach deinen Gegner mit einem Weiche-Zurück-Fluch belegen. Jedes Mal, wenn du deinen Gegner triffst, wird er ein bisschen mehr entwaffnet. Und nicht vergessen, voll aufgeladene Weiche-Zurück-Flüche werden durch das gedrückt halten der Kreuztaste und schnelles Loslassen ausgesprochen. Aber keine Angst, Fred wird es beim ersten Mal langsam angehen. Hm? Ja, komm. Zeit für ein D-D-D-Duell. Oh Gott, du liet. Du liet. Der kleine Potter dagegen muss noch auf der Hut sein. Fred Weasley ist ein hervorragender Stratege. Au. Guter Zug für den Potter. Für einen Anfänger schlägt er sich gut. Au, ich wurde getroffen. Oh, das... Hey. Jetzt hab ich dich auch mal erwischt, mal wieder. Freundchen. Ha. Au. Es ist ein epischer Schlagabtausch hier. Sie schenken sich beide nichts. Ebenwo im Garten der Weasleys, wo es kein Mensch mitbekommt, ereignet sich dieses unfassbar historische Ereignis. Ein Duell um Leben und Tod, mehr oder weniger. Super. Und jetzt kommt der... Oh, ich dachte, das wäre noch nicht... Du hast die erste Runde gewonnen. Ja, ich dachte, das wäre noch nicht der Final Blow, aber das war er doch schon. Aber es ist ja hier ein Best of... Oh Gott. Best of Three. Also nur noch einmal gewinnen und dann ist es das, glaube ich. Und Fred Weasley weiß, was das zu tun hat. Huah. Komm mal. Oh, das war ein epischer Ausweicher, nicht schlecht. Hu. Hu. Natürlich, er ist ja auch der Junge, der überlebte. Die absolute Legende hier in der Zaubererwelt. Au. Äh, schön anzusehen. Au. Expelliarmus. Irgendwann werde ich das noch synchron hinbekommen. Ich hoffe es. Gut gemacht, Harry. Versuchen wir es jetzt nochmal und ich zeige dir einige Bonusflüche. Gute Idee, Fred. Siehst du den Fernseher? Wie er funkelt? Das bedeutet, dass ein Bonusfluch in ihm versteckt ist. Um ihn zu bekommen, musst du mich dazu bringen, den Fernseher mit einem meiner Flüche zu treffen. Dann kommt eine Kugel heraus und du musst sie aufnehmen. In allem, was funkelt, ist dein Bonusfluch versteckt. Also halt die Augen auf. Oh, das hätte ich fast vergessen. Bonusflüche können nur mit der Kreistaste ausgeführt werden. Das ist wichtig. Versuch's mal. Ja, wie er erstmal mit seinem Fernseher am Flixen war. Ha. Siehst du den Fernseher? Wie er funkelt? 1000 Euro. Guck mal, da tanzt du nicht, oder? So nach dem Motto. Könnte man total aus dem Kontext reißen. So, ich werde jetzt aber meinen Bonusfluch mal angreifen. So, jetzt hier. 1 zu 0 für Harry Potter. Geil. Oh Gott. Du leid. So, bitte mal auf den Fernseher ballern hier. Danke für den Bonusfluch. So jetzt. Stimmt. Oh, noch daneben. Och nee, ey. Komm her. Hier auf deinen funkelnden Fernseher, wie du es gerade selber gesagt hast. Du alter Flexer. Komm mal jetzt. Ich muss doch mal. Oh. So, jetzt aber. Schluss hier. Bam, Junge. Okay. Oh. Er will, dass ich den aktiviere, aber ich gebe dir keinen Bonusfluch. Jetzt ist Weasley aus dem Tritt. Kommst du da jetzt mal hervor? Bam. Er hat richtig gezwirbelt. Sehr schön. Nee. Und jetzt der finale Schlag. Ex. Expediamus. Ah, das zählt nicht, weil ich zu früh angesetzt habe. Mann, das ist aber auch echt schwer, das Timing. Du bist einfach ein Naturtalent, Harry. Neues Duell starten? Ich wüsste nicht, wieso jetzt. Also wir werden später noch weitere Duelle machen, aber das ist jetzt erstmal. Ja, wir haben es geschafft. Es reicht erstmal. Ja, ist geil, diese Fuchsbaupassage, oder? Ist halt mal was völlig anderes so. Nicht dieses typische nur in Hogwarts rumlaufen? Oder in Hogwarts, wie ist sie ja nicht? Ich glaube, hier heißt... Wir müssen Ginny suchen. Sie ist irgendwo hingelaufen und alle warten auf sie. Wir wollen in die Winkelgasse, um unsere Schulsachen zu kaufen. Wir sollten uns getrennt auf die Suche machen. Vorsicht vor Dad's Kram. Mit einem Weiche-Zurückfluch oder Wingardium Leviosa kannst du dich gegen ihn wehren. Wenn deine Gesundheitsanzeige sinkt, solltest du nach Schokofröschen Ausschau halten. Sie geben dir neue Energie. Also dann, trennen wir uns. Ich gehe hier entlang. Wir sehen uns später, Harry. Viel Glück. Ja, wir gehen getrennte Wege. Es ist halt einfach so. Es geht nicht anders. Jetzt sind wir hier alleine. Ein zwölfjähriger Junge in diesem blutrünstigen Wald der Weasleys, der eigentlich noch brutaler ist als der verbotene Wald, wenn man ganz ehrlich ist. Also das hier ist im Endeffekt der wirkliche verbotene Wald. Hier passieren schlimme Dinge. Also eigentlich müsste man die unverzeihlichen Flüche hier jetzt können, um hier zu bestehen. Aber wir schaffen das mal so. Was ist das für ein Weg? Ein Geheimweg? Oder bin ich jetzt nur einmal hier... Ach, hier haben wir angefangen und... Och, jetzt fängt das hier an, noch verwinkelt zu werden, ne? Leck mich doch am Arsch. Und Rase mehr, die mir das Leben rauben wollen. Das ist einfach nur brutal, was hier abgeht. Aber was ich eben sagen wollte, ich glaube... Also im ersten Teil haben sie es ja Hogwarts genannt, was ziemlich lustig ist eigentlich. Ich glaube, hier haben sie es nicht mehr so gemacht. Beziehungsweise Eckhard Dux hat das nicht mehr so ausgesprochen. Wobei ich ihm da jetzt nicht so die Schuld für gebe. Die haben ihm wahrscheinlich einfach gesagt, er soll das so aussprechen. Oder keine Ahnung. Ich finde das ja nicht mal schlimm, dass er das so ausgesprochen hat. Das hat ja irgendwie auch ein bisschen Scham gehabt und... Im Nachhinein kann man sich da doch mal ein bisschen drüber lustig machen. Ich finde es einfach irgendwie... Ich finde es einfach lustig. Gehört irgendwie dazu. Zum ersten Teil, dass es Hogwarts heißt. Ich habe mir da ja in meinen Harry Potter-Projekten auch schon immer einen Spaß draus gemacht. Deswegen... Ich sehe das da nicht so eng, muss ich sagen. Also... Ja, okay. Rasenmäher. Äh. Ja, wo waren denn... Habe ich da schon... War das nur der eine hier? War noch mehr eben, oder nicht? Ich will den wirklich ganz genau erkunden, hier den Wald. Nicht, dass ich hier doch irgendwo was übersehe, was wichtig ist. Da gehe ich lieber nochmal den extra Meter. Das tut jetzt auch nicht weh. Und ob das Spiel jetzt am Ende eine Stunde länger geht, beziehungsweise das Video, das ist doch völlig egal. Ich gehe hier erstmal lang. Was ist denn hier? Tür öffnen, was ist der andere Weg? Jetzt weiß ich gar nicht, wo ich lang muss, ne? Aua, ich wurde auf den Bienen gestochen. Ach, hier sind wir nur fässer. Ich dachte, hier wäre auch noch eine Tür. Nö, das passt. Na, kurz warten, bis die Bienen weg sind. So. Let's go. Weiter geht's. Ich freue mich übrigens auch, wenn wir im Schloss sind, aber... Ja. Diese Anfangspassage, ich liebe dich. Och nein, der Endbosskampf gegen die... Waschmaschine. Die Waschmaschine. Ich wasche meine Wäsche. In dieser Waschmaschine. Junge. Kann das sein, dass der Bosskampf ein bisschen laggy ist? Ich habe gerade das Gefühl, aber ich habe keine... Ich habe keine FPS-Einbrüche. Das heißt, das ist vom Spiel so oder vom Emulator. Ich weiß es nicht. So. Wingardium Liviosa. So. Das Normalste der Welt hier. Einfach ein Endbosskampf gegen eine Waschmaschine. Man kennt es. So. Hier oben wird natürlich auch wieder Rasen gemäht. Ich weiß nicht, was das hier ist. Das sieht aus wie eine quadratische Hecke einfach, die einfach von oben gemäht wird. Ich meine, an sich sind die Dinger ja ziemlich geil, ne? So. Ich glaube nicht, dass die Elektrizität benötigen. So wie die... Die Mähroboter heutzutage. Aber deswegen. Eigentlich perfekt. Hätte ich auch gerne. Beziehungsweise in meiner Wohnung. Ich habe ja keinen Garten. Aber bei meiner Mutter, da wäre das schon recht praktisch. So. Wir gehen dann hier natürlich auch nochmal hoch, um die Bohnen abzukassieren. Und wir lauschen natürlich immer weiter. Dieser schönen Musik, also die musikalische Untermalung in den Harry Potter Spielen ist ja immer wirklich, wirklich... Immer grandios. Und immer schön atmosphärisch. Man taucht ja einfach immer wieder ein. Und es ist einfach, wie gesagt, eines meiner absoluten Lieblingsspiele. Und ich... Ich liebe es einfach. Es ist einfach immer wieder schön, hier zurückzukehren. Jetzt ist es halt sieben Jahre schon her, was einfach unfassbar lang ist. Aber... Warte mal, kann man hier nicht auch... Ich würde mal gerne was ausprobieren, was ich noch nie versucht habe. Kann man die mitnehmen? Nur mal so ein Test. Oder ist hier eine unsichtbare Mauer irgendwann? Ach, es geht gar nicht. Okay, man kann sie nicht mitnehmen. Ich wollte mal testen, was passiert, wenn man die Waschmaschine anstelle dieses Felsbrockens auf diese Plattform stellt. Ob das funktioniert, aber... Such noch etwas, nachdem du die... Ja, ich weiß. Ich kriege das hin. Ich stelle mich nicht immer so gut an in meinen Videos, aber das kriege ich doch auch irgendwie hin, oder? Dieses Geräusch von dem Schloss, von der Tür, beziehungsweise von dem Tor, wenn es abgeschlossen ist. Das ist auch so nostalgisch. Ich liebe das einfach. Ich liebe einfach alles an diesem Spiel. Wingardium Liviosa. Wingardium Liviosa. Ich kriege das hin. Hier, guck mal. Wie raffiniert ich bin. Dass ich darauf gekommen bin, alter Schwede. 200 IQ Move. So, und weiter geht es. Wingardium Liviosa. Nein, das ist auch gar nicht. Kann ich den auch so zerstören, eigentlich? Kann ich so eine Attacke machen, hier? Warte. Das geht gar nicht so weit. Ach, komm, Leute. So, 40 Bohnen. Also noch kein 100 Bohnen Special. Aber so weit kommen wir noch. Auf jeden Fall, optimalerweise hole ich alle Bohnen, aber ich glaube, ich werde irgendwann schon mal ein paar übersehen, oder? Ich weiß auch gar nicht, wie es in dem Spiel war. Also entweder im ersten oder zweiten Teil gibt es da so einen Raum, der auf dem Emulator gar nicht so geil ist und es regnet Boden. Dann ist das schön. Also da gibt es irgendwie so einen Raum, der, 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 der funktioniert mit dem Emulator nicht so gut. Da muss ich dann auf jeden Fall mal einen Safe State setzen. Ich glaube, Safe State setzen wir F1, oder? Ich weiß es nur halt gerade nicht und ich habe irgendwie gerade Angst, F1 zu drücken, aber F3 ist eigentlich hier. Ich drücke mal F1 einfach. Jetzt habe ich, glaube ich, einen Safe State gemacht. Mache ich hin und wieder mal, das schadet ja nicht, aber das automatische Speichern ist ja auch an. Aber wenn ich, ich werde einfach vor jedem Geheimraum einmal F1 drücken, für den Fall der Fälle, dass es vielleicht, dass es vielleicht dieser eine Raum ist. Ich weiß halt, wie gesagt, nicht an welchem Teil der, der, der ist, aber wir gucken einfach mal. Speichern! Kommt jetzt die Wiedervereinigung mit Ron? Oder dauert das noch ein bisschen? Ja, es dauert noch ein bisschen. Ja, okay. Nee, ich glaube, es kommt noch ein Endbosskampf gegen eine Dingewaschmaschine, die revanched quasi. Man hört sie doch schon wieder klimpern. Sie raschelt doch schon wieder. Sie schadet mit den Hufen. Wenn man so möchte. Da ist sie doch schon wieder. Du Rabauke! Du willst also noch mal wissen? Okay, komm. Komm her. Eins gegen eins. Hör auf. Hör auf. Ich lasse dich nicht. Nein. Aua. Mann ey. Aua. Das ist doch... Ich frage mich, wie kann eine Wäsche eigentlich auch wehtun? Guck mal, du bist jetzt fünfmal von einem Wäscheteil, also von irgendeinem Kleidungsstück getroffen. Wie kannst du daran sterben? Was wäre denn das für eine Schlagzeile? Was wäre denn das für eine Schlagzeile in Tagespropheten? Harry Potter, der Junge, der überlebte, stirbt durch sechs Kleidungsstücke, die ihm in die Fresse geschleudert wurden. Von einer verzaubernden Waschmaschine irgendwo in den hintersten Wäldern von dem Hause Weasley. Das ist doch absurd, ist das doch. Aber ich glaube, jetzt kommen wir wieder, die Wiedervereinigung mit Ron. Oder? Nö, noch nicht. Ich kann ja auch schon mal währenddessen schon mal so ein bisschen laufen und schon mal einsammeln und dann schon mal, dann dauert das nicht so lange. Ist da nicht auch noch eins? Jupp, und da sogar noch eins. Ihren geht mir nicht. Vor allem die roten Bohnen sind wichtig. Aber ich glaube, wir kriegen später noch eine Anzeige, wie viele rote Bohnen und so weiter wir haben. Oder war das hier, gibt es hier gar nicht mehr die Unterscheidung? War das im ersten Teil? Also ich bringe das manchmal ein bisschen durcheinander. Ich weiß nicht. Es ist immer so, es geht manchmal so ein bisschen ineinander über diese beiden Spiele, finde ich. Deswegen weiß ich immer nicht, ob es im ersten oder zweiten Teil so war. Die drehen sich auch, wenn man sie nur so lasch hättet. War nicht ganz lustig. Na, wieder. Ah, warte mal. Erstmal hier den, den hier besiegen. So. 63 Böhnchen schon. Und hier ist nochmal, auch nochmal ganz viel Stuff. Aber da wird doch wohl keine Bildkarte in so einem Fass drin sein, oder? Ich glaube nicht. Ron und Weasley, wo bist du? Ey, wie kann er mich noch dran? Der ist doch tot. Ich habe ihn doch schon besiegt. Und dann macht er mir noch Damage? Na ja. Ey, hört auf. Hört auf, hört auf. Das ist kein Spaß. Wingardium Leviosa. Wo ist die Plattform? Da. Boom. Und Bohnen, bitte. Und da kann man nicht raufklettern hier? Ich glaube, das habe ich mich dann, das habe ich mich vor sieben Jahren wahrscheinlich auch gefragt. Jetzt einfach so aus, jetzt könnte man das. Aber na ja, egal. Weiter geht's. Ron, bist du da? Nö, aber dafür wieder Rasenmäher. Ohne Ende wahrscheinlich. Okay, da geht's auf jeden Fall weiter. Das weiß ich, glaube ich, noch. Aber hier ist ein Spezialweg. Mit einer... Ah, der dritte Kampf. Du willst auch einfach nicht lernen, ne? Hör auf mit deinen... Mit den Stinke-Socken, ey. Von den schwitzigen Schweißfüßen von Arthur Weasley. Kannst du mal schön behalten, ey, Junge. Puh. Okay, sie greift nicht mehr an. Das ist gut. Okay, sie greift auch noch mal an. Das ist nicht gut. Und da geht er down. So, jetzt haben wir sie aber final besiegt. Ich glaube, ein viertes Mal taucht die nicht auf. Aber ich hätte echt gedacht, das zweite Mal wäre schon das letzte Mal. So kann man sich täuschen. Oh ja, bitte. Ich will da rauf. Aber dafür brauche ich dich. Wunderschön, wie du das aussprichst, Harry, mit deinem zarten Stimmchen. Es ist wunderschön. Als wenn ein Engel zu mir sprechen würde. Aber nein, es ist Harry Potter, der Junge, der überlebte. Das ist fast noch schöner. So, 88 Bohnen, 89. Ah, noch keine 90, aber 89. Das ist doch schon mal gut. Und wir sind noch nicht mal in Hogwarts angekommen. Das lobe ich mir doch. So, das war der Spezialweg. Den könnte man natürlich auch verpassen unter Umständen, wenn man da jetzt direkt hier nach rechts geht. Aber man kann die Level auch wiederholen. Also das ist jetzt nicht so schlimm, wenn man hier was verpasst. Hier kann man, glaube ich, später nochmal hin. Aber ja, ich würde es gerne direkt alles mitnehmen. Das wäre schön. Oh, mal gucken, mal gucken, mal gucken, ein bisschen umsetzen wieder. Wow, 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 wow. Bitte, 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 Harry, 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 Harry Potter, bitte, 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 pass auf. Pass bitte auf, okay? So, das müssen wir auf die Plattform stellen. Dann wird das da aufgemacht. Aber es ist doch viel spannender, hier lang zu gehen erstmal. Um mal zu gucken, was hier dann so abgeht. Eine Bildkarte berühmter Hexen und Zauberer. Ist das schön, ich könnte heulen. Und das ist ja unsere... Unsere dritte... Ja, da gucken wir am Ende rein. Wir gucken am Ende mal ins Folio, Magi. Das ist jetzt... Das brauchen wir jetzt nicht die ganze Zeit zu machen. Das machen wir dann... Wir hören ja, was wir in dem Moment einsammeln. Und das reicht ja vollkommen. Und am Ende gucken wir halt nochmal rein, würde ich sagen. Und jetzt hier. Bam. Und es ist... Hengis von Woodcroft. Hengis von Greencroft. Geil. Erfinder der Farbe Grün. Oh mein Gott, episch. Ja, schade, dass man es gerade nicht gesehen hat, wie er das so episch eingesammelt hat. Das ist natürlich ein enormer Verlust hier. Qualitativer Verlust hier in diesem Let's Play. Aber was willst du machen? Du kannst nicht alles haben. Ich tue doch schon, was ich kann. Also ich meine, durch diesen Whitescreen-Hack können auch verrückte Dinge passieren, die man gar nicht haben will. Aber ich denke so... Alles in allem ist das auf jeden Fall ein Gewinn, dass man das in 16 zu 9 spielen kann. Und dass es eigentlich in den meisten Fällen ganz okay aussieht. So Ron, jetzt ist aber Feierabend. Jetzt müssen wir uns mal wieder treffen. Ich vermisse dich schon. Hey Harry, gut, dass du kommst. Mein Knudelmuff hat mein Erinner-mich verschluckt. Und dann habe ich mich verlaufen. Ein Erinner-mich sagt dir, wenn du was vergisst. Du kannst es haben. Ich habe meinen Zauberstab nicht dabei. Wende den weichen Zurückflug auf den Knudelmuff an. Und er spuckt das Erinner-mich aus. Okay. Dann machen wir das doch mal. Okay. Das ist jetzt nicht so gut. Oh, die Winkelgasse. Oh yeah. Ist es Zeit für Eckart Dux, oder? Ich glaube schon. Das Buch ist ja auch eines der Highlights überhaupt in den ersten beiden Spielen. Das ist immer so schön vorgelesen. Er hat das doch richtig gesagt. Eigentlich. Naja. Oh Gott. Hier gibt es wieder viele Bohnen zu verpassen. Aber es ist okay, wenn ich mal welche übersehe. Aber ich würde natürlich... Alle werde ich nicht mitnehmen können. Aber das ist ja auch gar nicht erwartbar hier. Aber ich glaube, man kann die abstürzen und die dann nochmal holen, oder? Aber das kann ja nicht 100% relevant sein. Das könnt ihr mir nicht erzählen. Vielleicht stürze ich auch so mal runter. Das kann natürlich passieren, ja? Weil das ist wirklich crazy. Ich weiß nicht, was das hier im Hintergrund ist. Ist das das Reich der Schatten, oder was ist das hier? Es ist einfach nur wahnsinnig. Also, wenn man immer so eine Rutschpartie haben würde, dann würde ich mir aber zweimal überlegen, ob ich mit dem Scheiß hier reisen möchte. Mit dem Flohpulver. Ihr tickt doch nicht mehr ganz sauber. Ihr seid verrückt. Das ist ein zwölfjähriger Junge, der das noch nie in seinem Leben gemacht hat. Alter. Ich brenne. Oh Junge. Ich hab's geschafft. Im First Try ist das geil. Und jetzt kommt das Buch. Und es flackert ein bisschen. Und das Buch ist schwarz. Alter, was geht hier ab? Äh. Harry hatte keine Ahnung, wo er war. Er wusste nur, dass er nicht in der Winkelgasse gelandet war. Böse Masken glotzten von den Wänden herab. Spitze Gerätschaften hingen von der Decke. Je schneller ich hier rauskomme, desto besser. Harry hörte ein Geräusch hinter der Tür und zwei verschwommene Gestalten tauchten auf der anderen Seite der Tür auf. Rasch sah Harry sich um und entdeckte zu seiner Linken einen großen schwarzen Schrank. Er schlüpfte hinein und zog die Türen hinter sich zu, bis auf einen kleinen Spalt, durch den er hindurchspähen konnte. Sekunden später klirrte eine Glocke. Und Draco Malfoy betrat den Laden. Der Mann, der ihm folgte, konnte nur sein Vater sein, Lucius Malfoy. Rühr nichts an, Draco. Mr. Malfoy versuchte, dem Ladenbesitzer einige Gegenstände schwarzer Magie zu verkaufen, die er vor dem Zaubereiministerium verstecken wollte. Harry ging direkt zu Flourish und Blotz, um seine Bücher für das neue Schuljahr zu kaufen. Zu der Zeit war auch Gilderoy Lockhart, der neue Lehrer für Verteidigung gegen die dunklen Künste in Hogwarts, in der Buchhandlung und signierte sein neuestes Buch. Immer schön lächeln, Harry. Sie und ich zusammen schaffen es auf die Titelseite. Harry ging zu Ron und Ginny Weasley. Lucius und Draco Malfoy waren auch dort. Der berühmte Harry Potter kann nicht mal in eine Buchhandlung gehen, ohne auf die Titelseite einer Zeitung zu kommen. Ginny, die Harry sehr gern hatte, verteidigte ihn. Lass ihn in Frieden. Er hat das alles gar nicht gewollt. Lucius Malfoy mokierte sich über den schlechten Zustand der Bücher, die Ginny aus zweiter Hand gekauft hatte. Ich schätze, diese Bücher hier sind das Beste, was dein Vater dir zu bieten hat. Lucius zog eine Ausgabe »Verwandlungen für Anfänger« aus Ginny's Kessel. Untersuchte sie kurz und legte sie zurück. Zu diesem Zeitpunkt konnten sie noch nicht einmal ahnen, welche Auswirkungen diese Geste Lucius Malfoys auf ihr Leben haben würde. Sie alle verließen ahnungslos den Laden. Bitte keine Spoiler. Danke. Sie entdeckten den Wagen in der Nähe von Charing Cross. Und nachdem sie den Unsichtbarkeitservoantrieb aktiviert hatten, hoben sie ab. Über die Häuser von London. Sie konnten den Hogwarts Express weit unten erkennen und folgten ihm. Das ist natürlich auch eine der geilsten Passagen überhaupt in diesem Spiel. Immer wenn ich an diesen Teil denke, denke ich an diese Passage. Ja, und jetzt ist Harry Potter als zwölfjähriger kleiner Junge einfach am Steuer. Oh naja. Mal gucken, wie es... Wir haben den Zug verloren. Versuchen wir es in dem Tunnel. Ich glaube, wir haben den Zug gefunden, Ron. Das ist so dämlich eigentlich. Das ist so geil. Zerkatz, bloß nicht den Lack. Sonst bringt mein Dad uns um. Ja. Der Zug könnte uns ja auch umbringen, aber ich passe auf den Lack auf. Alles klar. Das ist das Wichtigste. Ob wir beide überleben, das ist nebensächlich. Ja, okay. Also scheiß auf unser Leben. Hauptsache... Hauptsache der Lack wird nicht zerkratzt. Ich verstehe es. Alles klar. Und irgendwann kommt hier eine Bildkarte. Und ich habe immer Angst, dass ich sie verpasse. Aber eigentlich kann man die gar nicht übersehen so richtig. Also... Guck mal, jetzt sind wir draußen. Wir fahren aber trotzdem gefühlt noch auf Schienen hier. Also wir folgen immer noch den Schienen. Anstatt wir jetzt einfach mal nach oben oder nach links oder rechts einfach mal ausweichen. Aber nein, das ist natürlich ein Videospiel. Wir müssen natürlich die ganze Zeit so tun, als würde der Zug uns hier... Ja. Aussichtslos verfolgen. Ohne, dass wir was dagegen tun könnten. Aber so ist das halt. Ist ja auch ein magisches Spiel. Da müssen auch magische Dinge passieren. Ist halt einfach so. Alles gut. Oh, hätte ich jetzt... Ich glaube, das ist das nicht. Da wäre die Bildkarte nicht gewesen. Die kommt viel später. Oh, ich habe den Lack angekratzt. Nein! Ich meine, wir können das Auto später noch ein bisschen reparieren, aber... Oh Gott, der Zug kommt näher. Der klüht da überhaupt nicht. Wenn ich so fahre, dann kann er mir gar nichts. Der wird nicht immer ansatzweise kommen, so. Wir müssen fast am Ende des Tunnels sein. Hoffentlich. Oh, jetzt direkt schon... Oh je. Er kommt näher. Aber jetzt nicht. Maximals gut. Weiter, Harry. Wir müssen das Ende des Tunnels bald erreichen. Ey, ich gebe mein Bestes. Aber warum bin ich am Steuer und nicht du? Das ist doch euer Auto. Ich verstehe es nicht. Kann mir das mal einer erklären? Wahrscheinlich nicht. Wir sind fast da, Harry. Sammle die Schraubenschlüssel, um einige Schäden am Wagen zu reparieren. Welche Schäden denn? Ach, der Lack kratzt davon vorhin. Ja, gut. Ist doch alles gut. So, jetzt kommt gleich die... die Passage. Übrigens finde ich die Atmosphäre hier draußen aber ultra geil. So, diese nächtliche Atmosphäre hier. Das ist einfach schön. Ich finde das einfach herrlich hier. Mit dem Fort Anglia oder wie der heißt. Ich glaube, der hieß Fort Anglia. So, jetzt muss die Bildkarte haben. Ich will die Bildkarte haben. Wann kommt sie? Ich meine, ich glaube, man kann sie nicht übersehen. Ich bin das schon so oft... Ich habe sie eigentlich immer bekommen und ich hatte jedes Mal wieder Angst, sie vielleicht zu verpassen. Eigentlich kannst du sie nicht übersehen, aber... Ich weiß es nicht, vielleicht... Ich habe immer wieder Angst. Ah, sorry. Ah. Ah. Okay. So, wann kommt jetzt hier... Oh, shit. Oh, shit. Hätte ich da reingemusst? Oh, no. Kommt sie jetzt gleich? Ich will die Bildkarte. Ja. Oh, Gott. Du hast eine Bildkarte, berühmter Hexen und Zauberer bekommen. Das war wichtig. Das ist auch die einzige, glaube ich, hier. Deswegen passt das. Okay, jetzt ist mir alles egal. Ich habe die Bildkarte. Hätte man auch wiederholen können, aber dann hätte ich wieder diese ganze Passage auf mich nehmen müssen, wo ich gar keinen Bock drauf gehabt hätte. Okay, jetzt ist es aber schlimm. Jetzt kommt ein bisschen näher der Zug. Ja, jetzt geht's wieder. Komm. Ja, jetzt sind wir natürlich entkommen. Da vorher, als wir draußen waren, es ging nicht, aber das ist jetzt vollkommen okay. Jetzt sind wir wirklich entkommen. Das macht absolut Sinn hier in diesem Spiel. Es ist fantastisch. Ich lieb's. Ah. Wir haben gleich die Stunde-Marke überschritten, by the way. Puh, das war knapp. Ich hätte nicht gedacht, dass wir aus dem Tunnel rauskommen. Super, Harry. Das ist Hogwarts. Versuch, den Wagen auf den Ländereien des Schlosses zu landen. Irgendwas stimmt nicht mit dem Auto, Ron. Ich verliere die Kontrolle. Hilfe. Achtung, der Baum. Hilfe. Ich komme nicht raus. Harry, du musst näher an den Baum ran. Und dein Zauberstab genau auf das richten, was aussieht wie ein Mund. Woher weißt du das? Aber egal, ich mach es. Oh Gott. Die Schockwelle des Todes. Was ist das hier? Junge. Ey, das ist das hier für ein Endboss-Kampf. Ich komme mir hervor wie ein Sekiro. Als ich das mal gespielt habe. Oh Gott. Au, 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 au. Das tut's weh. Oh, ich glaube, ich kann nicht... Boah. Ich gefühlt hat der Gegner aber auch nur 3 FPS. Ja, ich versuch's doch, aber das ist immer wieder schwierig. Oh, nochmal. Warum hat ein Baum einen Mund? Ich versteh es nicht. Okay. Ach, sie haben's geschafft. Was ein epischer Kampf. Holy shit. Und der Erzähler liest wieder aus dem Death Note vor. Okay. Als Harry und Ron der peitschenden Weide entkommen konnten, hatte die Einführungsfeier natürlich längst begonnen. Sie lugten in die große Halle und beobachteten, wie der alte, sprechende Hut die neuen Schüler den einzelnen Häusern zuteilte. Harry erinnerte sich noch sehr gut daran, wie er vor einem Jahr den alten Hut übergestreift hatte. Ein paar schreckliche Sekunden lang hatte er befürchtet, der Hut würde ihn nach Slytherin stecken, zusammen mit Draco Malfoy. Nicht Slytherin, nein? Nun, wenn du dir sicher bist, dann besser nach Gryffindor! Aber er war natürlich in Gryffindor gelandet, zusammen mit Ron und Hermine. Während sie die Auswahlzeremonie beobachteten, bemerkte Harry, dass mindestens einer der Lehrer am Tisch fehlte. Moment mal, wo ist Snape? Und dann hörte Harry hinter sich die Stimme, die er fürchten gelernt hatte. Professor Snape, der Lehrer, den Harry am wenigsten leiten konnte. Ich warte darauf, zu hören, warum ihr nicht mit dem Schulzug gekommen seid. Das war ja ein toller Start ins neue Schuljahr, dachte Harry, während sie Snape in seinem Büro folgten. Dort angekommen, legte Snape sofort los und verwarnte sie für die Fahrt mit dem fliegenden Auto. Ihr geht sofort in den Gemeinschaftsraum, während ich über eine geeignete Strafe nachdenken werde. Oh Gott! Aber wir sind in Hogwarts angekommen. Man muss es positiv sehen. Hogwarts-Unterschloss. Ach, es ist... Ich meine, der Anfang ist toll, aber im Schloss zu sein ist auch einfach nur schön. Ach, ich bin wieder da. Nach sieben Jahren. Ich meine, es hat sich so viel verändert in der Zeit. Ich habe das Gefühl, ich bin ein ganz anderer Let's Player jetzt geworden. In den letzten sieben Jahren. Also, man verändert sich ja unweigerlich. Aber das... Naja. Fred und George müssen dieses Auto fünf oder sechs Mal geflogen haben und hatten nie einen Unfall. Ich dachte, wir würden von der Schule verwiesen. Komm, Ron. Lass uns zum Gemeinschaftsraum der Gryffindors gehen. Findest du den Weg? Keine Sorge. Folg mir einfach. Okay. Aber erstmal will ich gerne die Bohnen hier einsammeln, die hier überall verstreut sind. Die hinter sind doch bestimmt auch welche, oder? Ach nee. Hä? Hier. Hä? Ach hier, unter. Ah, so ist das also. Wir haben aktuell wirklich keine... Vielleicht ist das ja auch wirklich so, ne? Das ist das... Harry, ich... Das... Ich sag dazu einfach gar nichts mehr. So, ich würd sagen, wir holen uns jetzt erstmal alle Bohnen, die wir hier so bekommen können. So, die hätt ich gerne alle beim ersten Mal. Wupp, wupp, wupp. 153. Das ist übrigens das 100-Bohnen-Special war schon. Aber ich will natürlich 500 haben, damit ich mir später dieses Upgrade kaufen kann. Und keine Ahnung, ob das denn zu den 100% führt, aber... Man wird es sehen. Wie gesagt, ich will mich nicht zu sehr... Also, hab ich ja gar nicht gesagt, oder? Also, ich will mich nicht zu sehr drauf verkrampfen. Wenn es am Ende nicht die 100% bringt, dann hatten wir trotzdem ne schöne Zeit hier zu Weihnachten. Aber, wenn es natürlich irgendwie möglich ist, dann werd ich's auf jeden Fall mal probieren. So, was haben wir hier? Zur vorderen Halle. Harry Potter darf nicht in Hogwarts bleiben! Pff. Ja, wenn du so weitermachst, dann wird Harry Potter aber hier bleiben. Und zwar in einem Sarg. Dann wird er nämlich hier in Hogwarts beerdigt. Weil du ihn umbringst. Alter Schwede. Das ist doch nicht mehr normal hier. Ich weiß noch, damals bei meinem Let's Play hab ich auf dem Thumbnail Dobby hier abgebildet und hab ihn MP5 aus... Oder ein SMG aus GTA San Andreas einfach in die Hand gedrückt. Hab ich dann mit Gimp bearbeitet. Das fand ich damals echt lustig. Ah, das sind schon schöne Erinnerungen, die ich daran habe. Übrigens, kleiner Funfact, hab ich schon mal irgendwo erzählt, aber hier passt es halt ganz gut, das nochmal zu erwähnen. Ich hab... Ich glaub, das Let's Play damals hatte 30 Folgen und ich habe 26 Folgen davon an einem Tag aufgenommen und die anderen vier am folgenden, darauf folgenden Tag. Also an zwei... Zwei Tage lang hat... Zwei Tage lang hat die Aufnahme gedauert, dieses Let's Plays. Das war... Schon ein bisschen krass. Wow, Harry Potter. Du bist es wirklich. Ich bin Colin Creevey. Ich bin auch in Gryffindor. Darf ich dich fotografieren? Ich weiß alles über dich. Wie du überlebt hast, als du weißt schon, wer dich umbringen wollte. Hast du wirklich diese Blitznarbe auf deiner Stirn? Es ist einfach klasse hier, oder? Also eigentlich ist er ja nur ein kleines Kind, was einfach nur neugierig ist und einfach sein Idol trifft in dem Moment. Aber irgendwie hört sich das trotzdem ein bisschen creepy an. So Stalker-mäßig irgendwie. Ich weiß nicht. Ich weiß alles über dich. Ach, es ist... Ja, naja. Okay. Ach, ja. Hier sind wir wieder. Ein Auto direkt in die peitschende Weide zu fliegen. Davon werden die Leute noch in Jahren reden. Grandiose Aktion. Schade, dass es noch kein Instagram gibt oder YouTube zu der Zeit. Wir gehen lieber in den Gemeinschaftsraum, bevor Snape uns entdeckt. Ja, oder TikTok, was ich noch nie in meinem Leben verwendet habe. Oder halt irgendwelche anderen Social Media Dinge. Das wäre bestimmt viral gegangen, das Ding. Da hätte man ordentlich Klicks mit abgreifen können. Ach, große Halle. Da müssen wir eigentlich auch rein und eben mal alles abstauben. Wo können wir denn überhaupt jetzt alles schon hin? Ich will gerne das Schloss schon so ein bisschen erkunden. Man kann ja hier jetzt schon mal ein bisschen anfangen, die Bohnen abzustauben. Die große Halle. Ist nicht ganz so lebendig wie in Hogwarts Legacy, aber ich finde, sie hat trotzdem ihren Charme. Ist ein bisschen leer, aber... Naja, PlayStation 1 und so, ne? Ist ja irgendwie logisch. Man muss Ressourcen sparen. Aber was cool ist, in diesem Spiel gibt es ja wieder dieses Punktesystem, was ich mir bei Hogwarts Legacy auch gewünscht hätte, by the way. Das Punktesystem mit den... Mit den Ha... Mit den Hauspunkten. So, muss mich kurz mal räuspern. Die werde ich wahrscheinlich auch nicht alle rausgemutet bekommen, die Räusperer, weil das Video halt so insane lang ist. Aber ich hoffe, ihr verzeiht mir das. Ich muss halt hin und wieder mal so ein bisschen, weil das ist hier... Ich werde jetzt hier wahrscheinlich 5, 6, 7 Stunden labern. Ich versuche auch hin und wieder mal so ein bisschen Wasser zu trinken, aber... Ja, hin und wieder wird es nicht vermeidbar sein, dass ich mich ein bisschen räusper. So, haben wir alle Bohnen oder? 175 auch schon. Ich trinke mal in dem Moment, wir jetzt mal mal gerade was. Wir haben ja doch schon eine Stunde und 8 Minuten gleich. Und das Coole ist, hier kann man, glaube ich, auch live immer verfolgen, wie das hier gerade aussieht. Glaube ich jedenfalls. Sollte zumindest. So, hier kann man kein Schach spielen, da bin ich auch froh drüber. Also, wenn ihr euch erinnert an den fünften Teil, wo man Schach spielen musste, das war wild. Also, das ist ja... Ja, da hat mir das Schachspiel im ersten Teil mehr gefallen, muss ich sagen. Also, das war wesentlich angenehmer. Aber ein Schachspiel mit echten Regeln einzubauen für jemanden wie mich, der nie Schach gespielt hat, das war wirklich wild. Da bin ich ja gar nicht drauf klargekommen. Aber ich habe es trotzdem geschafft. Das muss man ja auch sagen. So, achso, ich wollte da ja nochmal runter. Mal gucken, ob man hier schon irgendwas machen kann. Zu den Kerkern. Äh. Okay, Ron. Achso, hier... Ach, da kommen wir her. Ja, ja, okay, macht Sinn. Ja, okay, 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 okay. Macht Sinn. Ja, ja, macht auf jeden Fall Sinn. Gut. Interessant, dass Ron da gerade nochmal rauskam. Aber wir können auch erstmal nach links gehen. Ach, da läuft er auch wirklich lang. Dann gehe ich in die andere Richtung, Ron. Wenn du so, wenn du mir so kommst, dann gehe ich hier lang. Ach, ist auch alles abgeschlossen hier am Anfang. Eigentlich gar nicht so schlecht, weil wenn es mehrere Wege gibt, dann will ich die auch wieder alle einschlagen. Ist gar nicht so schlecht, wenn man mir das hier am Anfang so ein bisschen limitiert. So, hoch da. Harry. Und das ist der erste Geheimgang hier vorne. Hallo, Colin. Oh, 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 ey, 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 ey. Keine Fotos, keine Fotos. Bitte nicht auf Instagram posten, bitte nicht. Dankeschön. Ach, gibt's ja noch gar nicht. Ja, dann ist alles okay. Bitte nicht auf SchülerVZ posten oder so. Oder StudiVZ oder... Facebook, wenn's... Gab's da schon Facebook? Facebook, 2002 sicherlich, oder? Oder auf, weiß ich nicht. Was gibt's sonst auf der Plattform Knuddels? Ich hab keine Ahnung. So, kurzer Safe State. Und in den ersten Geheimgang rein. Da gibt's doch bestimmt schon die erste Bildkarte, oder was? Ich würd sie auf jeden Fall mitnehmen. Das ist auch jetzt die Frage. Finde ich alle Geheimnisse und alle Bildkarten dementsprechend? Da muss ich natürlich gucken. Ich glaub, draußen gibt's auch ein paar solche geheimen Türen, die dann in den Wänden sind und so weiter. Aber normalerweise, in den alten Spielen erkennt man das ja immer ganz gut. Womit man interagieren kann und womit nicht. Das ist ja der Vorteil daran. Ach, das hier. Da hab ich damals, glaub ich, mal richtig gestruggelt mit. Dabei kann ich die eigentlich anvisieren. Und wir kriegen unsere ersten Hauspunkte! Ähm. Ja. Stirb doch endlich mal jetzt. Hallo? Ähm. Kannst du bitte mal anvisieren jetzt? Harry! Wir haben's gleich. Jetzt. Nee. 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 Komm schon, Harry! Wo ist denn dein E-Sport-Aim geblieben? Das war doch eben so gut. Beim Endgenomen. Das kannst du doch nicht alles verlernt haben. Sag mal. Sag mal! Alter, das ist witzlos gerade, ne? Komm doch jetzt mal! Meine Fresse! Triff! Hallo! Alter, jetzt aber. Meine Fresse hat das lange gedauert. Aber für die Hauspunkte war es das auf jeden Fall wert. Puh. Gleich 200 Bohnen. Let's go. Sehr schön. Ich glaub, es wird wirklich nicht mehr differenziert zwischen den Bohnenfarben. Das heißt, bei 500 Bohnen können wir uns dieses Upgrade kaufen. Das war doch... Ja, ich glaub schon. Das wurde mir mal als Kommentar drunter geschrieben. Unter der Folge. Unter irgendeiner Folge im Let's Play. Ich weiß aber natürlich nicht mehr, wer mir diesen Kommentar verfasst hat. Das ist viel zu lange her. Ah, hier ist auch noch eine Bohne. Sehr schön. Ich will sie alle haben. Sofern. Also, ich nehm die mit, die ich finden kann. Und Leute, wir haben die 200 Bohnenmarke überschritten. Sehr schön. Das ist doch toll. Und hier ist bestimmt auch eine Bildkarte. Das wäre ja einfach nur lame, wenn hier nur Bohnen wären. Ich glaub schon, dass hier eine Bildkarte ist. Dü, 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 dü. Oh, hier auch nochmal? Uh. Sind hier noch irgendwo Bohnen versteckt? Nö. Ah, und hier schön oben. Im Schloss sein. Schön, dass hier auch ne grüne Fläche ist. Find ich irgendwie echt schön. Tchu, 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 tchu. So. Und da muss, bitte, lass hier ne Bildkarte sein. Na, ich, ich, ich will hier nicht nur wegen Bohnen hier gewesen sein. Ich mein, das ist auch schön, aber. Ich mein, da haben sie sich Mühe gegeben hier fürs, fürs Design. Und da ist tatsächlich die Bildkarte sehr schön. Hoffentlich wird es jetzt nicht wieder ein Green Screen geben. Hoffentlich nicht. Das wäre ja echt lame, wenn das jedes Mal so wäre. Oh, ein Blue Screen. Ist ja auch mal ganz nett. Na, das ist zumindest Abwechslung. Also hier wird die Abwechslung auf jeden Fall geboten von mir. Also hier hat man ein Green Screen, mal ein Black Screen. Also das, das, das Erzählerbuch hat ein, hat ein Black Screen. Ein, einigen wir uns einfach drauf, dass das das Death Note ist. Alle möglichen Farben. Die Frage ist nicht, äh, ist es da oder nicht, dieser Fehler? Oder, äh, sondern welche Farbe haben wir als nächstes? Das ist doch aufregend. Sind hier nicht, echt nicht, nicht, keine Bohnen mehr? Nö, okay. So, wir haben jetzt wie viele Bildkarten von berühmten Hexen? Fünf von 24. Daran kann man ja auch immer so ein bisschen erkennen, wie weit man im Spiel schon fortgeschritten ist. Dü, 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 dü. Mein Gott. Oh, hier sind wieder Neubohnen gespawnt. So, Speedrunner nehmen hier direkt die, den Großen hier, das Große Podest, um einen Schritt zu sparen. Nee, ernsthaft, ich hab wirklich mal, ich hab mir mal, vor einigen Jahren hab ich mir mal ein Speedrun angeguckt, ein bisschen zu diesem Spiel. Ist echt krass, also, äh, da hat wirklich jemand in dem Moment auch gestreamt. Also, das ist wirklich Wahnsinn. Es gibt wirklich eine Szene hier, in der das hier gespeedrunnt wird. Das ist, man glaubt gar nicht, dass man hier irgendwie Zeit sparen kann so viel, weil es gar nicht so viele Game-Mechaniken gibt. Ich meine, es gibt nicht mal einen automatischen Spring-Button. Also, es gibt keinen Spring, keinen Button fürs Springen und so weiter, aber hier gibt's, hier kann man trotzdem Zeit sparen. Und hier gibt's sogar auch richtig heftige Glitches, wo man einige Passagen mit überspringen kann. So, ein Foto noch, komm. Harry, genau, mit seinem Siegerlächeln. So, aber wir wollen ja eigentlich nur Ron folgen erst mal. Frag mich nicht. Ich weiß es nicht. So, aber wir gehen hier mal rein, komm. Nächster Geheimgang, wieder mal F1 und rein da. Und mein Magenknot gleich. Ich glaub, ich hab gleich Hunger. Vielleicht muss ich mir gleich den ersten Pick-Up-Riegel reinschieben. Ich will's aber eigentlich so lang wie möglich rauszögern. Ist nicht so geil zu essen während so einem Weihnachtsspecial. Aber wer kann's mir verdenken bei so einem langen Video? Ah, ich glaub, kleiner von euch. Oh, da ist wieder ne Bildkarte, oh mein Gott. Ja, noch eine. Komm, die holen wir uns. Ach ja. Es ist, wie gesagt, nicht so das weihnachtlichste Spiel. Wobei ich finde, vom Vibe her, wie gesagt, von der Stimmung her, find ich das irgendwie schon ein bisschen weihnachtlich. Und, ähm, naja, man muss ja nicht immer Weihnachten mit Schnee verbinden. Also, in den letzten Jahren hatte ich nie ne weiße Weihnacht, da wo ich lebe in Schleswig-Holstein. Ich weiß nicht, wie's bei euch so aussieht. Könnt ihr gerne mal in die Kommentare schreiben, wenn ihr Bock habt. Habt ihr gerade ne weiße Weihnacht? Oder habt ihr auch, ist alles weggetaut? Also, ich hatte mal zwischenzeitlich jetzt echt viel Schnee gehabt. Aber das ist alles schon wieder weggeschmolzen. Also, ja. Ist leider vorbei. Ah, hier kommt man noch gar nicht lang. Da müssen wir später hin. Da brauchen wir noch einen Zauber, den wir aktuell noch nicht haben. Aber dann hab ich zumindest die ganzen Bohnen schon mal eingesammelt. Was eigentlich gar nicht so gut ist, weil dann... Naja, okay, muss ich mir merken. Neben Lockerts Büro... Wenn ich den entsprechenden Zauber habe. Okay, ich merke mir das einfach. Ich werd ja sehen, wenn mir noch was fehlt und... Gibt's denn nicht auch irgendwie einen Trick, wie man den schon bekommen kann? Wahrscheinlich schon, oder? Ich weiß nicht. Aber es gibt schon einige Bugs und Glitches in diesem Spiel, die man sich zunutze machen kann. Es gibt übrigens auch einen Shortcut, wo man vom... 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 Vom Wald der Weasleys, also vom Garten der Weasleys, direkt... Nach Hogwarts reisen kann. Ohne diese Autofliegende Autopassage. Die kann man sich komplett sparen. Aber das mach ich natürlich hier nicht in diesem... In diesem Weihnachtsspecial. Vor allem, wenn ich die 100% versuche. Das wär ja absurd. Zur... Zur hinteren Halle. Mhm. Ich freu mich auch übrigens auf die Unterrichtsstunden. Da möcht ich auf jeden Fall die Bestnoten holen. Es kann sein, dass ich da vielleicht ein bisschen safe state, damit wir dann später die Dinge nicht nochmal wiederholen müssen. Das ist einfach nur ein Time-Safe dann. Ist einfach... Man kann sich später wiederholen, aber ich möcht's halt in dem Moment dann direkt schaffen. Deswegen... Joa... Werd ich das wahrscheinlich so machen. Noch ein Geheimgang. Ja, da sag ich nicht nein. Lasst uns einfach so ein bisschen das Schloss erkunden. Ich weiß aber nicht, warum der Ladescreen hier das Gelände draußen zeigt, wenn ich doch drinnen bin, aber... Ich weiß es nicht. Ich weiß auch nicht, warum die Musik hier jetzt gerade so spooky ist, aber... Vielleicht sind wir an irgendwas Schreckliches hineingeraten. Erstmal so eine düstere Stimmung erzeugen, obwohl hier nichts ist. Aha. Können wir da überhaupt schon hin, oder... I mean... Wir können's mal versuchen. Und die Bohnen nehm ich mit. Oder fehlt uns hier schon wieder irgendein Zauber, den wir noch nicht haben? Ich glaube, in den meisten Fällen können wir noch nicht weiter. Aber ich würd's trotzdem versuchen, also... Oh yeah, das war gut. Wo war jetzt die Bildkarte? Da oben ist die, ne? Weiß nicht, wie man da jetzt erstmal hinkommt. Da müssen wir gleich erstmal gucken. Wo kann man das hinschieben? Ah, ein Gemälde. Da fehlt mir aber noch irgendwas, ne? Ich warne dich. Geh weg. Du kommst hier nicht durch. Äh, okay. Ich komm ja sehr wohl durch. Also... Ein geheimnisvoller Hebel. Ich betätige mal den Hebel hier. Ihr zwei habt nichts dagegen, oder? Was passiert jetzt? Selbstzerstörungsmechanismus von Hogwarts wurde aktiviert, oder sowas. Nee, nur das Schloss wurde entriegelt. Hm, gut. Vielleicht kommen wir ja doch schon da ran. Ich mein... Das sieht jetzt nicht so aus, als bräuchten wir da einen besonderen Zauber, oder sowas. Das scheint so zu sein, als könnte man da tatsächlich jetzt schon was machen. Ich hoffe, du hast den Hebel nicht betätigt, junger Mann. Nein, 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 nein. Ich hab den nicht betätigt. Harry war's. Ich hab nichts gemacht. Ich hab nur eine Butterbier getrunken. Äh, was bringt das, wenn ich das da hin? Gibt das Hauspunkte? Nee. Ja, aber was soll das, wenn ich das jetzt hier mache? Was ist der Sinn davon? Was hab ich davon jetzt? Ich kann das ja auch nicht in die Richtung, ne? Das geht ja nur in die... Da, wo die Sterne auch sind. Ja, weiß ich noch nicht, was das jetzt hier zu bedeuten hat. Hm. Okay. Der lässt mich bestimmt auch wieder durch. Auch wenn er sagt, dass ich das nicht durch darf. Oh, Mr. Potter. Sie waren letztes Jahr schon hier. Wenn Sie ins nächste Stockwerk wollen, kommen Sie nur durch, Mr. Potter. Okay. Ich mach hier schon total verrückte Dinge, obwohl ich... Obwohl wir eigentlich nur Rotten folgen sollen. Meine Damen und Herren, es ist... Es bietet sich einfach an. Außerdem will ich hier auch einen No-Death-Run machen. Das hab ich noch nie geschafft. Ich hab's mir zwar immer vorgenommen, aber irgendwie hab ich's doch immer zustande gebracht, hier zu sterben. Auch wenn das Spiel eigentlich echt leicht ist. Also, eigentlich ist das jetzt nicht so eine Unmöglichkeit, hier nicht zu sterben, aber... Ich hab's trotzdem irgendwie hinbekommen. Hm. Hier sollte ich nicht runterfallen. Warte mal. Ich muss den richtigen Moment abpassen. Jetzt. Uh. Oh. Nice. Wo kommen wir jetzt hin? Irgendwo, wo wir noch gar nicht sein dürfen. Oh, Ratten. Oh mein Gott. Epische Bossmusik. Es wird zwei Ratten. Oh mein Gott. Und sie geben Hauspunkte. Tierquälerei wird in diesem... in dieser Schule belohnt mit Hauspunkten. Das ist doch fantastisch. Das ist doch... So werden die Kinder hier erzogen in Hogwarts. Herrlich. Wenn du Tieren Leid zufügst, dann wirst du damit mit Punkten entlohnt. Also mach es einfach immer weiter. Toll. Da waren noch weitere Ratten. Vielleicht helfen wir den Tieren ja auch nur, weil ich mein, die sind ziemlich groß und werden dann kleiner. Das ist, glaub ich, jetzt die Normalgröße. Also vielleicht retten wir sie ja auch gewissermaßen. Aber es ist echt krass, wie viele Hauspunkte das bringt. Das ist nicht mehr normal. Wir haben schon 65, 70 Hauspunkte. Was ist das? Ach ja. Schaffen wir den Sprung überhaupt? Oh mein Gott, Junge. Äh, da vorne ist noch eine Pulle Wodka Gorbatschow. Das ist aber jetzt erstmal uninteressant. Was ist denn hier drin? Ich glaub, jetzt brauchen wir gleich wieder irgendwie diesen einen Zauber. Verdi Milius heißt der, glaub ich. Aber, oh mein Gott. Lass mich raus. Oh mein Gott, was... Da oben ist die Bildkarte. Ach, jetzt bin ich wieder hier... Hä? Aber da... Ach so, deswegen ist es auch abgeschlossen. Ich glaube, da fehlt uns noch irgendein Zauber. Weil irgendwie muss man da ja rankommen. Ich hab das jetzt gerade nicht gecheckt. Wie kommt man denn da oben hin? Ach, das geht ja auch irgendwie durch eine Tür da, ne? Oder durch einen dunklen Gang oder so. Okay, da müssen wir wahrscheinlich irgendwie anderweitig da hinkommen. Also, keine Ahnung. Später. Ich werd das im Hinterkopf behalten. Ich werd sowieso irgendwann nochmal durch alle Geheimgänge gehen. Aha, da waren wir auch noch nicht. Aber hier brauchen wir wieder Verdi Milius. Kann man da runter? Ja, aber ist halt ein schwarzes Loch da unten. Das sollte man erstmal nicht tun. Gut, dann gehen wir halt erstmal... Wir folgen mal der Story ein bisschen. Ich kann ja nicht die ganze Zeit nur rumlaufen und... Aber eigentlich kann ich's doch machen. Weil das gehört halt zum Spiel dazu, das Erkunden des Schlosses. Das ist irgendwie auch das, was es ausmacht aus meiner Sicht. Aber die Unterrichtsstunden sind auch cool mit der Benotung. Ach ja, ist das schön. So, here we go again. Und jetzt gehen wir mal... Ja, wo sollen wir überhaupt hin? Achso, wir sollen ja hier nach oben, glaub ich. Da sollen wir hin. Passwort? Schweineschnauze. Kaputt. Draconis. Leider ist das nicht das Passwort. Oh nein. Wir kennen das Passwort der fetten Dame nicht. Wie sollen wir bloß reinkommen? Ron, warte hier. Vielleicht kommt ein anderer Gryffindor vorbei. Ich suche Hermine. Sie kennt das Passwort mit Sicherheit. Ja, und deswegen geht er jetzt wie durch Zauberhand hier irgendwo eine Tür auf, die wir vorher noch nicht hätten öffnen können. Das ist natürlich sehr schön. In der Bibliothek? Ja, da wird sie wahrscheinlich sein. Aber was ist denn hier hinten? Ah, hier gehen wir gleich sowieso lang, glaub ich. Also, von daher... Gehen wir erstmal weiter in die Bibliothek. Und mein Magen knurrt. Ja, sehr schön. Nach einer Stunde 30 knapp. Und der Magen fängt schon an zu knurren. Ich hab mir extra... Ich hab extra was gegessen vor dieser... Vor diesem Video. Vor dem Start dieses Videos. Und ich hab schon wieder Hunger. Das kann doch nicht wahr sein. Ich mein, ich könnte mir nachher natürlich einen Döner-Teller holen. Der junge Harry Potter. Was für ein schöner Tag. Sie sehen glücklich aus, Nick. Das bin ich, Harry. Ich habe heute einen Brief an Sir Patrick Delaney Potmore geschickt. Meine Bewerbung zur Teilnahme an der Jagd der Kopflosen. Ich habe gerade ihrer Freundin Hermine erzählt, dass die Teilnahme an der Jagd der Kopflosen mein größter Traum ist. Ist Hermine hier? Natürlich. Aber Vorsicht. Hier liegen einige bösartige Bücher herum. Mit einem weichen Zurückfluch kannst du sie an ihren Platz zurückbefördern. Oh ja. Und jetzt wir bekommen unsere Zauberkraft. Oh yeah. Die Macht. Durchströmt seinen Körper. So ja, wie gesagt. Ich könnte mir einen Döner-Teller holen. Aber ich glaube, das Video wird zu lange dauern. Und dann hat mein Döner-Mann auch nicht mehr offen wahrscheinlich. Also muss ich dann was anderes essen. Aber ich habe ja auch noch andere Sachen hier. Also es ist ja... Ich bin ja nicht darauf angewiesen. Aber es ist halt immer schön praktisch, weil ich mir da nichts zu essen machen muss. Weil ich es einfach nur abhole. Ist auch extrem praktisch, weil es nicht so weit weg ist von meiner Wohnung. Da kann ich einfach immer zu Fuß hin. Ah, es ist schon praktisch ein bisschen. Da ist ein Geheimgang da, by the way, gerade. In der Bibliothek. Wird schon gerne die da drüben holen. So, und jetzt da rüber. Oh Harry, du bist so athletisch. Hier, ich snipe dir von hier oben weg. Jetzt hier. Bam. 90 Hauspunkte. Kaum in Hogwarts angekommen, schon hat er 90 Hauspunkte für sein Haus Gryffindor verdient. Im Alleingang macht Harry Potter hier. Ja, das rennen klar um den Hauspokal, das ist Wahnsinn. Ach, da bist du ja noch eins. Da war eins, ich korrigiere mich. Da hinten ist ja Miene, aber, aber Leute, aber Leute, aber Leute. Da war doch eben noch ein Geheimgang. Und ihr kennt mich, ich muss da rein. Mach mal F1 hier. Und rein da. Und Magen bitte hör auf zu knurren, bitte. Ich meine, das hört man nicht in der Aufnahme, aber es nervt halt. Oder hört man es doch? Ich glaube nicht. Jetzt muss ich mir gleich ein Pick-Up reinhauen. Ich glaube, wenn das Buch das nächste Mal erzählt, also der Erzähler das nächste Mal aus dem Buch vorliest, aus dem Death Note, werde ich mir den Riegel reinschieben. Oh Gott, zwang, nice aim. Ich habe gleich schon 500 Bohnen, das ist ja Wahnsinn. Kannst du mal bitte anhalten? Jetzt. Bam. 105 Hauspunkte. Also wir werden Slytherin sowas von zeigen. Ich meine, ich... Ich habe ja früher mal Späße gemacht, so... Scheiß Slytherin und so, das war natürlich auch eigentlich nur so, weil ich mich halt in die Rolle reinversetzt habe von Harry Potter, dem Jungen, der überlebte. Natürlich ist man auch mal so ein bisschen gegen Slytherin, aber ich meine, ich habe mittlerweile einen Slytherin-Pulli. Ich habe in Hogwarts Legacy das Haus Slytherin gespielt. Also einen Schüler gespielt, der im Haus Slytherin war. Also, ja, ich mag das Haus, das ist auch mein Lieblingshaus eigentlich, aber hier sind wir jetzt halt Gryffindor und deswegen hassen wir Slytherin. Zumindest in diesem Video. Das sind halt unsere Erzfeinde, ne? Es ist halt einfach so. Nice, 339 Bohnen. Und ich bin echt, ich bin echt über... Ich finde den echt super, den Widescreen-Hack. Der ist... Der macht gute Arbeit. Klar hast du ein bisschen Mist auch teilweise, aber... Meistens ist es ja schön. Und diese Bildfehler, die gibt es halt, glaube ich, auch... Ich hätte es auch ein 4 zu 3 gegeben, die meisten. War hier nicht noch irgendwas? Waren hier nicht noch irgendwo Bohnen hier an der Seite oder so? Ist das der... Hier kommen wir her, ne? Da geht es dann gleich wieder zurück. Vielleicht. Vielleicht kann man ja aber auch woanders rausgehen. Das geht ja auch. Ich will hier nichts übersehen. Das ist gerade... Das ist gerade die Sorge. Ich will das alles mitnehmen hier. Aber wenn hier soweit nichts ist, da ist auch nichts... Ist auch kein Geheimgang hier, ne? Im Geheimgang... Im Geheimgang wäre natürlich insane, ne? Aber ich glaube nicht. Das sollte alles gewesen sein. Hier vielleicht. Ne, da kannst du auch nur rauf. Aber das bringt dir ja nichts. Nö, dann lasst uns zurückgehen. Hat sich auf jeden Fall gelohnt. Aber Hermine wartet halt schon sehnsüchtig auf uns. Ne, eigentlich haben wir es ja nicht eingekündigt, dass wir sie besuchen, aber... Ja. Wir brauchen halt das Passwort von ihr. Ich kann ja schon mal den einen Pickup hier von... Ach, hab ich schon. Voneinander trennen. Die sind ja mal so zusammengeklebt. Also ich könnte ihn gleich... Also wenn das Buch das nächste Mal dran ist, dann werde ich wahrscheinlich tatsächlich zum Riegel greifen. Das geht nicht anders. Hermine, wo bist du denn? Schätzelein, wo bist du? Ach, da ist noch ein Buch. Nice. Komm, ich bin so nah dran. Das kann ich doch gar nicht. Scheiße. Nice. 115 Punkte. Im Alleingang geholt. Gibt es noch einen Geheimgang? Hermine. Gibt es noch einen Geheimgang? Hermine. Was soll ich machen? Ich muss hier rein. Wenn ich jetzt schon hier bin, muss ich da rein. Ach, hier gibt es noch mehr Bücher. Noch mehr Bücher. Na komm schon. Sehr schön. Und du auch noch. Nein. Wenn es dich so dreht, dann jetzt. 125 Punkte. Harry? Da sind keine Bohnen mehr. Aber hier oben noch. 351. Ey, das wird so geil. Ich will unbedingt diesen verbesserten Fluch haben. Den habe ich mir letztes Mal nicht geholt. Den will ich dieses Mal haben. Das ist wichtig. So. Das ist jetzt ein überschaubares Geheimnis gewesen. Aber es ist in Ordnung. Ich muss jetzt irgendwann auch mal zu Hermine. Aber warum sollte ich den nicht gleich mitnehmen? Ich muss sie früher oder später sowieso mitnehmen. Dann kann ich sie doch jetzt holen, während ich noch hier bin. Und ich weiß ja nicht, ob das Spiel mich nicht vielleicht wieder hier rauslots automatisch. Weil manchmal bewegt sich der Charakter einfach automatisch. In Cutscenes. Hermine? Harry, ich kann mir nicht vorstellen, dass ihr, du und Ron, so verantwortungslos seid. Ihr hättet sterben können. Oder noch schlimmer, von der Schule verwiesen werden. Das Passwort für die fette Dame ist Bartvogel. Das hättet ihr natürlich gewusst, wenn ihr pünktlich zur Schule gekommen wärt. Harry, denk dran, immer mal wieder dein Zeugnis anzuschauen. Da will ich gar nicht drauf gucken. Da sind eh nur Fünfen und Sechsen drauf. Am besten guckt man da einfach gar nicht drauf. Weil wenn man nicht drauf guckt, dann hat man auch keine schlechten Noten, weil man sie ja nicht kennt. 500 IQ Move. Einfach nicht auf die Noten gucken. Und dann weiß man auch nicht, dass man schlecht ist. Ist doch in Ordnung. Ja, wir hätten von der Schule verwiesen können. Oder sterben können, aber das ist ja... Aber der Lack. Hermine, der Lack. Der Lack ist ab. Der Lack ist einfach ab vom Auto. Mehr als das. Total Schaden. Was wird hier Arthur Weasley sagen, wenn er das Auto sieht? Das ist komplett zerfetzt, das Auto. Das ist doch viel schlimmer. Was interessiert mich? Was interessiert mich? Ein Schulverweis. Das Auto ist im Arsch. Der wird uns umbringen, der Vater. Der Vater von Ron. Der macht uns fertig. Aber wir sind jetzt in Hogwarts, deswegen können wir uns jetzt hier erstmal ein bisschen entspannen. Harry, wir müssen zum Gemeinschaftsraum. Unbedingt. Ja, das machen wir ja jetzt. Bartvogel. Passwort? Bartvogel. Schaff. Scheinbar gibt es in diesem Jahr Hauspokale für Leistungen in Kräuterkunde und Verteidigung gegen die dunklen Künste. Wäre doch toll, wenn Gryffindor beide gewinnt. Auf geht's, ihr zwei. Heute, der Kunde, fängt an. Ihr wollt doch nicht zu spät kommen. Wie habe ich sie vermisst? Los, Harry. Ja, ich muss gerade mein Pick-up zu Ende essen. Sorry. Ja, hier sind die ganzen Pokale, die wir gewinnen können im Laufe des Spiels. Und hi. Jetzt kommt es auf dich an, Harry. Wir sind davon überzeugt, dass du alle Duelle gewinnen kannst und die Bildkarten der Gründer gewinnen wirst. Um eines der Duelle zu starten, benötigst du eine bestimmte Anzahl Bildkarten berühmter Hexen und Zauberer. Jeder weiß, dass man in ganz Hogwarts Bildkarten von berühmten Hexen und Zauberern finden kann. Aber leicht ist das nicht. Und deshalb bieten wir dir 5 zum Kauf an, Harry. Wirklich ein guter Tausch, Harry. Du gibst uns 50 Bertie-Bots-Bohnen in allen Geschmacksrichtungen und wir geben dir eine Bildkarte von berühmten Hexen und Zauberern dafür. Klasse! Du hast 50 Bohnen in allen Geschmacksrichtungen. Hier hast du eine Bildkarte berühmter Hexen und Zauberer. Ignatia Wildsmith. Hallo, ich habe dem nicht zugestimmt. Hier ist kein Kaufvertrag entstanden, Leute. Ich habe dem nicht zugestimmt. Die haben einfach die Bohnen aus meiner Tasche genommen und gesagt, ja, hast du ja 50 Bohnen, hier hast du eine Bildkarte. Was ist denn das für ein Deal? Das ist aber nicht ganz hier, ne? Klasse! Du hast 50 Bohnen in allen Geschmacksrichtungen. Hier hast du eine Bildkarte berühmter Hexen und Zauberer. Greta Ketchlau. Oder sollte ich mir erst mal erst egal kommen? Klasse! Du hast 50 Bohnen in allen Geschmacksrichtungen. Hier hast du eine Bildkarte berühmter Hexen und Zauberer. Chauncey Aldrich. Genießt es, Leute. Ohne irgendeinen Screen zu haben. Ohne einen Blue Screen oder Green Screen oder irgendwas zu haben. Das ist echt. Klasse! Du hast 50 Bohnen in allen Geschmacksrichtungen. Hier hast du eine Bildkarte berühmter Hexen und Zauberer. Herb oder Üble. Okay. Das ist ganz schön übel. Klasse! Klasse! Du hast 50 Bohnen in allen Geschmacksrichtungen. Hier hast du eine Bildkarte berühmter Hexen und Zauberer. Paracelsus. Paracelsus. So, das war's, oder? 111 Bohnen. Nice Schnapszahl. Leider musst du selber nach weiteren Bildkarten berühmter Hexen und Zauberern in Hogwarts suchen. Das wäre ja auch zu einfach, wenn man hier einfach alle kaufen könnte. Aber wir haben schon... Leute. 10 von 24. Wir haben fast die Hälfte. Ja, hier gehe ich natürlich noch nicht rein, weil das machen wir später. Wir gehen jetzt erstmal... Wow. Der Gemeinschaftsraum von Gryffindor. Ich mache ein paar Fotos und schicke sie meinem Dad. Schau dir mal mein Fotoalbum an, Harry. Es liegt auf dem Tisch. Meine Fotos sind keine nicht magischen Fotos. Sie sind Magie. Hm. Okay. Er guckt sich hier erstmal alles an. Ja. Hier gibt es ja noch keine Smartphones und kein Social Media so richtig, deswegen... Das wäre natürlich... Harry Potter mit Social Media müsstet ihr euch mal vorstellen. So, wenn hier alle so auf Instagram sind und was weiß ich. Und X. Und dann immer irgendwas posten und so. Los. Kräuterkunde findet in einem der Gewächshäuser draußen statt. Das wäre eigentlich echt witzig, oder? Wenn die dann irgendwie... Keine Ahnung. Dann hat hier Slytherin und Gryffindor jeweils einen Account irgendwo auf irgendeiner Social Media Plattform und die biefen sich immer die ganze Zeit gegenseitig oder so. Das wäre eigentlich... Das wäre irgendwie auch witzig. So, das ist die Bibliothek. Da waren wir ja schon drin. Da haben wir auch alles geholt soweit, glaube ich. Da müssen wir nicht mehr hin. Jetzt... Ja... Da war noch ein bisschen Keks im Hals. Jetzt... Bringen wir mal ein bisschen die Story voran. Mehr oder weniger. Ich glaube, hier brauche ich auch Werdemilius, oder? Nö, da kann ich einfach so reinschlüpfen. Na, dann machen wir das doch auch. Und meine Festplatte sagt... Oder OBS sagt, ich kann noch 198 Stunden dieses Spiel spielen. Also das ist doch fantastisch. Da brauche ich mir ja keine Sorgen machen über die... Über die... Über den Speicherplatz. Das ist immer schön, wenn man sich da keine Gedanken machen muss. Weil bei so einem langen Video weiß ich einfach nicht... Oh nein, das ist der Raum. Ich muss hier ganz dringend raus. Ganz schnell. Das ist der... Das ist dieser Raum. Da kackt das Spiel immer ganz gerne ab. Ich glaube, das ist der. Dann war der in diesem Teil. Oh Gott. Hoffentlich nicht. Warte. Das ging aber, glaube ich. Aber der kackt... Irgendwann kackt das Spiel ab. Deswegen muss man immer regelmäßig hier rausgehen, wenn ihr hier Probleme haben solltet. Ich glaube, das ist dieser Raum. Ich mach mal vorsichtshalber ein Safestate. Nicht, dass ich gleich irgendwo... Irgendwo festhänge. Ich glaube, man darf in diesem Raum nicht so lange sein, weil es sonst abstürzt. Ich glaube, das war das. Und dann... Das hab ich immer so gelöst. Durch dieses rein-raus-gehen hat das Spiel immer gespeichert. Und dadurch konnte ich hier alles einsammeln in diesem Raum. Ich glaube, das war das. Das ist der Raum des Todes. Oh mein Gott, ich bin im Raum des Todes. Das mag der Emulato gar nicht hier. Ihr merkt doch schon, das ruckelt auch ein bisschen. Der... Irgendwas ist mit diesem Raum nicht in Ordnung. Oh Gott, das ist ja auch alles laggy und so. Ich geh lieber nochmal raus, vorsichtshalber. Dauert jetzt natürlich ein bisschen, aber das müssen wir einfach kurz über uns ergehen lassen. Wir werden auch noch Quidditch spielen. Wir werden noch die Unterrichtsstunden... Wir haben gleich Kräuterkunde. Das ist mega geil. Aber eben auch die Schlosserkundung. Alles. So, und wieder rein. Immer so hin und her switchen. Zur Not hab ich ja den Safe State. Und kann mich hier wieder rausrennen, wenn irgendwas sein sollte. Also alles gut. So, in welche Richtung gehen wir als erstes? Ich glaube, wir gehen zuerst... dahin, weil da gibt's ne Bildkarte. Ach, kann ich noch gar nicht. So. Kann ich das gar nicht hier bewegen? Kann ich das nicht machen? Doch, hier kann ich's machen. Schnell. Beeil dich, nicht, dass es wieder abkackt. Also es ist noch nicht abgekackt, aber ich glaube, es tut es gleich, wenn ich mich zu lange hier drin aufhalte. Ich meine, das war der Raum des Todes. Ich kann mich auch irren. Aber vorsichtshalber hab ich das eben mal so ein bisschen so gemacht. Vorsicht ist besser als Nachsicht. Hier ist ja alles cool. Hier ist ja alles in Ordnung. Oh, hier wurde abgeschlossen. Oh mein Gott. Holy shit, Mann. Halt mich an. Halt mich an. Halt mich an. Ey, das ist unfair. Nicht stopp. Es ist doch nicht beide auf einmal. Was denn das? Ey. Ey, das ist unfair. Ich greife mich beide zeitgleich an. Greifst du mich bitte mal an jetzt? Ey. Oh Gott. Holy shit. Der No-Death-Death-Run wackelt aber gewaltig jetzt. Ach, den kann man ja so killen. Stimmt. Der, der muss ich gar nicht hier. Ach, du Scheiße. Das ist jetzt aber ganz schön gefährlich hier. Ah, das ist alles für 10 Hauspunkte. Euer Ernst? Oh Gott. Leute, Leute, Leute. Und jetzt muss ich hier noch runterkommen. Oh Gott, das ist jetzt... Oh Gott, das ist gefährlich. Die Treppe ist nämlich wieder zurückgegangen. Ich kann jetzt eigentlich nur hoffen, dass ich hier... Ich muss mich kurz umschauen. Das ist jetzt ein gefährlicher Moment. Ich muss da jetzt runter. Nur dann kriege ich kein Damage. Ach, du Scheiße. Ich glaube, ich würde sogar noch einen Sturz aushalten. Aber... Ne, lass mal, du. Lass mal, du. Das muss nicht sein. Ich gehe noch mal vorsichtshalber einmal raus und rein, damit wir das noch mal gesaved haben. Dann mache ich noch mal ein Safe State davor. Und dann gehen wir noch mal rein. Und dann können wir vielleicht ja noch mal in eine andere Richtung gehen. Vielleicht geht die Treppe ja jetzt in die... andere Richtung aus irgendeinem Grund. Boah, bin ich gedamaged jetzt. Junge, Junge, Junge. So viele Schokofrösche habe ich schon eingesammelt. Ich habe sie nie gebraucht. Jetzt... Jetzt habe ich sie bitter nötig. Und jetzt habe ich keine. So, kann ich jetzt in die andere Richtung? Ja, jetzt geht es, komischerweise. Das ist echt magisch, dass die Treppe jetzt immer nur in die eine Richtung geht, jetzt in die andere Richtung. Ich will jetzt hier ein für alle Mal diese Bildkarte haben und dann will ich hier nie wieder rein. Oh mein Gott, hoffentlich sind dann nicht wieder Ritter. Alter, ich habe kein Leben mehr. Spiel, bitte. Bitte verschone mich. Mir geht es gerade echt nicht gut. Oh nein, eine Riesenratte. Ich werde nicht an Riesenratten sterben. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Was ist jetzt? Alter, wie schnell bist du? Hilfe, die Tür ist zu. Oh mein Gott. Es ist ja unfair, hallo. Hallo? Alter. Wollt ihr mich verarschen? Welche Killerratten? Greif mich hier an. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh Gott. Oh Gott, das ist die, wieso ist die so aggro? Und ja, es ist soweit. Es gibt auch Punkte, oder? Hallo? Die anderen Ratten haben alle Punkte gegeben. Und ihr solltet mal oben mal die Glühbirne ersetzen oder was auch immer das ist. Die flackert ein wenig. Das ist nicht gut. Ach, ja. Ich hab's irgendwie geschafft. Die Frage ist, jetzt komm ich hier auch wieder lebend runter. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Ich muss hier weg. Da unten oder hier? Da ist nichts, ne? Muss ich jetzt da... Runterspringen? Alter, ihr seid nicht mehr ganz dicht. Ihr seid nicht mehr ganz dicht. Okay. So. Haben wir den Step schon mal geschafft. Und jetzt müssen wir uns nur noch die Bildkarte holen. Die Elfte dann. Und dann gehen wir gleich mal zur Kräuterkunde. Es ist ein bisschen chaotisch hier. Aber es ist halt einfach. Wir müssen früher oder später sowieso erkunden. Und wenn das Spiel beendet ist, dann kann man nicht mehr in alle Bereiche rein. Deswegen ist das immer wichtig. Also ich glaube, man kann nicht mehr in alle Bereiche rein. Und deswegen... Muss man da so ein bisschen die Sachen mitnehmen, solange man das noch kann. Weil zum Beispiel das mit dem verbesserten Fluch, das kann man verpassen. Was ja auch mir passiert ist. Deswegen mache ich solche Sachen lieber vorher. So, und wie durch Zauberhand? Geht die Treppe jetzt? Bin ich nicht in diese Richtung, hey? Ach, jetzt können wir da unten... Ah, da war ja immer ein Schloss vor. Alles klar. Ja, ja. Das ist jetzt der vorletzte Step. Ich wollte nur erwähnen, ich habe kein Leben. Aber es ist ja auch nur ein Ebel hier drin. Der wird jetzt nicht zum Leben erwachen, der Ritter, oder? Ritter, du wirst doch jetzt nicht irgendwie noch in Bewegung gehen, oder? Komm. Oh ja, da unten spart natürlich wieder einer. Es ist so klar. Oh nein. Oh nein. Oh nein. Hi. So, jetzt aber. Das geht noch nicht. Der schützt dich dann. Komm, greif mich an. Greif mich an. Und jetzt bist du da unten. Sehr schön. Auspunkte bitte. 140. Wo muss ich denn jetzt hin? Ach so, jetzt komme ich von... Ah, jetzt brauche ich gar nicht hier mehr. Okay, ich brauche die Treppe gar nicht. Die geht gar nicht in diese Richtung. Okay, deswegen. Alles klar. Nice. Hol sie dir schnell und dann nichts wieder raus, bevor das Spiel abkackt. Das Problem ist jetzt, ich muss noch auf die Plattform wieder. Sonst bin ich down. Und jetzt warte, bis sie unten ist. Und jetzt runter. Okay. Und jetzt raus sie aus diesem Raum des Todes. Oh mein Gott, ich habe ihn geschafft. Ah, schön. Wenn das Speichersymbol kommt, bin ich safe. Ah, schön. Ich bin safe. Ach ja. Ist das schön. So, haben wir das geschafft. Elf Bildkarten. Ich mache nochmal einen Sicherheitssafe. Und jetzt ist es Zeit für Kräuterkunde. Die sind ja scheinbar auch noch nicht weitergekommen, die Jungs. Das ist ja beruhigend. Vielleicht haben die sich ja auch so ein bisschen umgeschaut. So ein bisschen erkundet. Solange sie mir nicht die Bildkarten wegnehmen, ist ja alles in Ordnung. Jetzt ist es auch schon dunkel draußen. Wir haben mittlerweile hier bei mir 17 Uhr. 17 Uhr 1, um genau zu sein. Oh Gott, ich muss aufpassen. Ich habe kaum noch Leben. Ich muss wirklich aufpassen. Wir müssen raus, um zu den Gewächshäusern zu gelangen. Wenn wir nach draußen gehen, sollten wir uns von der Peitschenden Weide fernhalten. Oh, erinnere mich bloß nicht daran. Das ist jetzt zum Beispiel so ein... Also da hat er sich wieder automatisch bewegt jetzt. Da habe ich gar keinen Einfluss drauf gehabt jetzt. Ja, das ist Schlossgelände. Endlich sind wir richtig draußen mal wieder. Ländereien. So Kamera, du wirst uns doch sicherlich jetzt noch einen epischen Einblick gewähren hier, was wir hier zu erleben haben in den Ländereien, oder? Guckt euch das an. Diese unglaubliche Pracht hier, dieser Playstation 1 Version. Herrlich. Guckt euch das an hier. Da seht ihr das Schloss. So, die Schlossmauern. Und... Eine Brücke. Und da links ist ein schöner Wald oder was auch immer das darstellen soll. Wolken. Blauer Himmel. Was will man mehr? Ist alles schön. Zu Kräuterkunde hier entlang. Ja, aber erstmal... Oh, da könnten wir natürlich auch hin, aber das ist ja aktuell noch gesperrt. Oder können wir da jetzt schon hin, oder? Hallo? Hallo, Potter. Ich versuche immer noch ins Quidditch-Team zu kommen. Vielleicht habe ich ja diesmal Glück. Könntest du Oliver Wood gegenüber vielleicht meinen Namen erwähnen? So beschließt sich der Sucher von Gryffindor. Hm, wer bist du denn? Hallo, Potter. Du sagst mir doch nicht mehr deinen Namen. Ich weiß doch gar nicht, wie du heißt. Keine Ahnung. Ich kann doch nicht einfach hier irgendwie... Wie stellt ihr euch das vor, Leute? Eingang zur Hogwarts-Schule für Hexerei und Zauberei und Quidditch-Übungsgelände. Schön. Aber man kann auch nach hier. Okay. Was ist denn hier hinter noch? Oh, Junge. Ist das vielleicht irgendwie so ein... Weiß ich nicht. Aber da hinten kommt man nicht lang, zufälligerweise, oder? Ich würde es so gerne probieren. Aber ich glaube, da stört sich immer ein Tod. Ah. Das sieht auch nicht so aus, als würde dahinter noch irgendwas kommen. Ich soll es einfach lassen. Ich habe kaum noch Leben. Ich brauche erstmal eine Pulle aus der... Einen Schluck aus der Wodka-Pulle. Um mal wieder ein bisschen fitter zu werden. Hier, das geht ja gar nicht. Ich will hier echt nicht sterben in diesem Spiel. Und ich bin gerade so kurz davor, dass es passiert. Deswegen... Ich muss echt... Als nächstes haben wir Kräuterkunde. Ja, das hat mir Ron schon fünfmal erzählt. Aber danke für den Hinweis. Vielleicht solltest du es mir noch ein... Noch ein weiteres Mal erzählen. Vielleicht habe ich es schon wieder vergessen auf dem Weg dorthin. Das kann wirklich passieren, weil ich hier wirklich die Geheimgänge jetzt... Nehmen werde. War hier nicht immer... Nick mit seinen komischen Zwiebel-Games? Ich drücke einfach die ganze Zeit Viereck. Vielleicht passiert ja irgendwas. Das ist... Ja, das sieht aber nicht so aus, als könnte man hier irgendwas machen. Das ist schon... Man sieht das schon an der Wand, wenn da irgendwie ein Geheimgang ist. Das ist schon offensichtlich auch. Hier zum Beispiel kann nicht sein, dass das sieht man einfach. Man sieht es in den alten Spielen einfach. Da, hier. Ne, doch nicht. Okay, das sah wirklich ein bisschen so aus, muss ich ganz ehrlich sagen. Nö. Ey, das ist doch ein Geheimgang. Ey, das sieht doch... Guck mal, da ist doch sowas dahinter. Ne. Ah, weiß nicht. Das ist wahrscheinlich nur ein Grafikfehler oder sowas. Aber hier gibt es doch... Aber ich habe Angst, wenn ich Viereck drücke, dass ich irgendeinen Dialog skippe. Das ist... Will ich ja auch nicht machen. Hier will ich rein. Nein! Okay, hi. Ich habe von dem fliegenden Auto gehört. Klasse. Professor Sprout hat mich hierher geschickt, um den Schülern zu zeigen, wo Gewächshaus 3 ist. Hierdurch. Ja, okay. Rein da. Zu den Gewächshäusern. Und jetzt müssen wir erstmal ein Rennen bestreiten, glaube ich. So war das doch, oder? Und ich möchte natürlich die Bestzeit knacken. Das ist ja selbstverständlich. Denn das gibt, glaube ich, auch wieder eine Bildkarte. Oder... Ne, ein Pokal. Und der ist dann für die Prozentwertung, glaube ich, wieder wichtig. Oh, da gibt es hier die Wettrennen gar nicht mehr. Kann auch sein, dass es nur im ersten Teil wieder so war. Okay, ich kann es mir nicht aussuchen. Ich hätte mich hier sonst nochmal ein bisschen umgeschaut, aber das müssen wir dann auf später verschieben. Ich mache dann direkt vor der Zauberübung, dann mache ich dann Safe State. Damit ich dann immer wieder laden kann. Bis ich dann eben die Bestnode habe. Okay, doch, ein Wettrennen. Jawohl. Das mache ich. Ja, okay. Let's go. Es ist auf Zeit. Es ist auf Zeit. Es geht um Leben und Tod. Und das im wahrsten Sinne des Wortes, weil ich fast tot bin. Okay, okay, okay. Aber ich will erstmal die Bohnen alle haben. Ich möchte die Bohnen alle haben. Das ist das Wichtigste erstmal. Denn ich habe einige Bohnen verloren. Und die möchte ich gerne wieder haben. Vielleicht schaffe ich es ja trotzdem noch rechtzeitig. Aber vielleicht auch nicht. Aber ist mir eigentlich auch egal. Das muss jetzt noch nicht klappen. Nee, da komme ich nicht so hin. Ich glaube, ich werde es verkacken. Und dann kann ich es aber nochmal versuchen. Das ist in dem Spiel nicht so schlimm. Man denkt immer so, ja, ich darf nicht fehlen. Aber nee, ist alles okay. Dann kann man es einfach nochmal versuchen. Und ich glaube, sonst schafft man das hier auch alles gar nicht. Wie soll ich denn jetzt hier... Ich meine... Oh Gott! Ich soll es nicht machen. Ich werde sterben. Ich werde sterben hier. Ich sage es euch, Leute. Ich werde hier drauf gehen. Der No-Death-Run ist gleich schon gescheitert. Und das sind noch nicht mal zwei Stunden rum. Das ist Wahnsinn, wirklich. Aber was hätte ich dann sonst machen sollen? Ich werde es jetzt doch mal drauf ankommen lassen, ne? Was hätte ich... Was habe ich falsch gemacht? Und hätte ich da rüber gemusst? Nee. Das muss schon so sein. Aber ich muss richtig springen. Oh Gott! Yoioioioioioioioioioi. Oh Gott! Komm, ich will jetzt zumindest hier die Bohnen haben. Es ist gleich Ende. Aber ich will erstmal die Bohnen hier alle noch haben. Warte. Warte, warte! Die Bohnen! Ist das kein gutes Beispiel für die Erstklässler? Ja, ich weiß, aber... Na gut, ich lasse die Bohnen einfach da, wo sie sind. Oder? Ich könnte sie mir auch nochmal holen. Aber na, ganz ehrlich, das ist sonst... Nee. Komm, wir lassen die Bohnen jetzt da einfach, wo sie sind. Das bringt ja jetzt nichts. Außerdem will ich hier nicht drauf gehen. Deswegen gehe ich auch extra vorsichtig hier lang. Weil noch ein so ein Ding und dann ist es vorbei. Ich brauche dringend einen Refresh. Ich brauche hier. Ich brauche ein Heilfläschchen. Das geht nicht anders. Hilfe! So, ich habe jetzt noch keine großen Fehler gemacht. Soweit. Das sollte zeitlich passen. Wenn ich jetzt hier einmal runterfalle, ne? Dann ist hier vorbei. Oh Gott! Aber nicht so. Okay. Ähm. Ja, ich kann ja auch einsammeln, ne? Komm, jetzt ist auch egal. Nee, es wird sowieso nichts. Und es ist vollkommen okay. Ja, dann will ich jetzt den Rekord... Es ist vorbei. Ich werde das nochmal neu machen. Bringt ja nichts. Nee, jetzt ist es sowieso vorbei. Komm. Ich hole mir nur noch die Bohnen und dann ist gut. Junge, pass auf, was du da machst. Okay. Harry! Warum springst du manchmal nicht? Ähm. Das kann doch nicht wahr sein. Der springt manchmal nicht. Der Cash springt manchmal nicht. Es ist... Wenn mir das oben passiert, ist es vorbei. Dann kann ich es vergessen. Jetzt springt er auf einmal wieder. Ich verstehe es nicht. Ich will ja nicht rechtzeitig ankommen, aber ich will zumindest die Bohnen haben. So, ich warte hier nochmal kurz. Ich will, dass es fehlt. Harry Potter, wenn du zu spät zum Unterricht kommst, ist das kein gutes Beispiel für... Ja, ist doch in Ordnung. Wir wissen, dass das kein gutes Beispiel ist, aber ist ja egal jetzt. Let's go. Jetzt muss ich mich nicht mehr auf die Bohnen konzentrieren. Jetzt muss ich einfach nur noch springen. Versuche, mich zu beeilen. Mehr kann ich sowieso nicht tun. So, ich bin so vorsichtig gerade. Eigentlich würde ich hier viel schneller durchrasen, aber ich muss ein bisschen aufpassen. Ich kann mir keinen Sturz mehr erlauben jetzt. Es tut ein bisschen weh wegen den zwei Bohnen, die ich da oben nicht mitgenommen habe, aber okay. Ey, das kann nicht... Das kann nicht... Es kann keine Auswirkung haben auf die 100%. Das kann ich mir nicht vorstellen. Du musst ja nicht jede Bohnen im Spiel sammeln, oder? Das wäre wirklich krass. Weil wenn das so ist, dann ist es so egal. Das werde ich sowieso nicht schaffen. Und da habe ich auch keinen Bock, hier auf jede Bohne zu gucken. Ich nehme die mit, die ich bekommen kann. Es macht ja auch Spaß, Bohnen zu sammeln in dem Spiel, aber... Ja. Wir wollen mal nicht übertreiben, ne? Wehe, du stürzt jetzt ab. Wenn das Ding ist, wenn ich jetzt abstürze, ist vorbei. Harry? Harry Potter, Junge. Und es ist die Bestzeit im dritten Anlauf. Zwei Sekunden vor Schluss. Das ist echt eine enge Zeit, also ohne Scheiß. Sehr gut. Du hast einen neuen Rekord aufgestellt. Als Belohnung erhältst du den Kräuterkunderennenpokal, Harry. Oh yeah. Zeig ihn mir. Oh yeah. Er passt ja zur Kräuterkunde. Farbe grün. Nett. Und es gibt nochmal zehn Hauspunkte. Und jetzt gehen wir zum Unterricht. Ich bin bereit. Für die Bestnote. Okay. Ja, drei Versuche hat es gedauert. Ich meine, es war ja wegen den Bohnen, ne? Ich habe die Bohnen eingesammelt. Ist klar. Wenn du die Bohnen sammelst, dann schaffst du den Schuhrekord nicht. Glaube ich jedenfalls nicht. Außer du bist unfassbar... Unfassbar gut. Aber man hat ja nicht so viel Spielraum wegen dem Movement. So viel kannst du ja gar nicht... ...besser machen. Professor Sprout. Willkommen zum Kräuterkundeunterricht. Seid vorsichtig bei der Venemosa Tentacula. Sie beißt. In dieser Klasse bekommst du die Noten A, B oder C. Es gibt Belohnungen für herausragende Leistungen. String dich an. Beobachtet, wie ich meinen Zauberstab bewege und drückt dann die Symbole, die er anzeigt. Vollende jeden Abschnitt dreimal, um in Sendio Duo zu lernen. Macht euch bereit. Ich habe gesafestated. Okay. Perfekt. 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 Das müsste... 83% geben? Und ich brauche eigentlich mehr als das. 91%. Oh mein Gott, ist das gut. Höchst beeindruckend. Versuch diesen. Perfekt. Irgendwann fang die auch an, hier anzutäuschen und so ein Shit. Perfekt. Das wird richtig crazy noch. Perfekt. 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 Oh mein Gott, das sind auch 91. Das sind sogar 95, glaube ich. Ich habe nur einmal, einmal okay gehabt diesmal. Ich state immer, weil das ist gut. Bravo. Konzentration. Jetzt wird es schwieriger. Konzentration. Okay. Perfekt. 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 Ja, wirklich schwieriger war das jetzt aber auch nicht. Und das sind vielleicht 87 und das reicht für die Note A. Das heißt, das müssen wir schon mal nicht nochmal wieder machen. Gerade so, glaube ich. Gerade auf dem Strich vom A, glaube ich. Yes, es ist die Bestnote. Danke. Und jetzt gibt es wieder einen... Ach nee, man sieht den sogar. Oh mein Gott. Okay. Eine Sonderaufgabe für den Musterschüler. Mmh. Ach, das mit den Schnecken, ne? Oh nein. Und das mit dem Lebensstand? Also es wäre sehr schön, wenn jemand eine Wodka-Pulle irgendwo schliegen würde, zufälligerweise, hier in Hogwarts. Ich brauche ein bisschen Leben. Das geht einfach gar nicht hier. Ich habe einen Millimeter Leben. Wenn ich einmal getroffen werde von irgendeiner Schnecke, dann bin ich tot. Es wäre... Oder mal ein Schokofrosch. Es muss ja gar keine... Es muss ja nichts zu trinken sein. Es muss ja kein Zaubertrank sein. Es reicht mir ja schon irgendwie was. Es ist ein Schokofrosch oder so. Irgendwas. Wo hat Harry die Ohrenschützer her? Auf einmal? Aus dem Nichts? Okay. Noice? Ich glaube, das sind insgesamt fünf, oder? Es sind, glaube ich, echt fünf. Und ich bin fast tot. Ich finde das auch schön, dass hier dieser Geheimgang auch so ein bisschen Kräuterkunde-mäßig aussieht. Das ist echt nett. Harry, warte. Was? Sprich doch lauter, Hermine. Schau, diese Alraune wird von Riesenschnecken angegriffen. Halte die Schnecken von der Alraune mit Incendio Duo fern. Wenn die Schnecken aus dem Weg geräumt sind, ziehe die Alraunen mit Wingardium Leviosa heraus. Ja, aber ich habe doch kaum... Viel Glück, Harry. Danke, aber ich habe kaum noch Leben, Hermine. Hilf mir. Du musst mir helfen. Ich bin fast tot. Oh mein Gott. Oh Gott. Das ist nicht gut. Ja, super. Incendio erstmal daneben. Tot. Es gibt, glaube ich, jedes Mal Hauspunkte, oder? Ja, da wären wir richtig reich an Hauspunkten. Harry wird ein richtiges Rich Kid. Ach, Moment mal. Das ist er ja schon. So. Abstand. Und dann... Wingardium Leviosa. Wingardium Leviosa. Nice. Da haben wir sie. Unsere erste Alraune. Oh, braun. Hatten wir noch nicht. Passt. Ist nett. Puh. So, ich habe... Ich tue mich immer schwer hier mit den ganzen Wegen, die man hier einschlagen kann. Ich weiß immer nicht, wo man langen kann und was ich noch und so. Aber das kriegen wir schon alles hin. Da ist es doch schon wieder. Oh, Schneckerich. Ah, Schnecke. Oh, die braucht, glaube ich, drei so eine Hits. Die wollen mich killen. Die will mich kalt machen, Schnecke. Die ist down. Und die gibt auch wieder Punkte. 165. Oh mein Gott, die Hauspunkte. Oh. Immer noch. Oh mein Gott, die lebt noch. Jetzt ist sie tot. Aber die gibt auch nur fünf. Also das Verhältnis passt irgendwie nicht. Die könnten schon ruhig mal bisschen... Auch mal ruhig mal zehn geben, finde ich. Down. Ich hoffe, die stirbt nämlich auch irgendwann. Und dann kann ich nur... Kann ich... Habe ich eine verkackt. Incendio. Incendio. So. Wingardium Liviosa. Wingardium Liviosa. Ja, du brauchst es nicht zweimal sagen, Harry. Ach ja, gut. An den Screen müssen wir uns gewöhnen. Aber es ist mal wieder eine andere Farbe. Welche Farbe wird als nächstes kommen, Leute? Schreibt es in die Kommentare. Wir sind alle gespannt. Aber ich brauche trotzdem eine Heilung. Das ist echt das Wichtigste jetzt hier. Ich brauche irgendwo eine Heilung. Das kann mir doch keiner erzählen, dass ich hier keine Heilung bekomme. Hier muss es doch eine Heilung geben. Da ist schon wieder der Nächste. Aber ich habe immer noch keine Heilung. Ach, hier war ich schon. Aha, alles klar. Ja, da komme ich her. Heißt das, da geht es nicht mehr, weiter? Oder bin ich einfach nur falsch gelaufen? Ich meine, da ist eine Tür, da bin ich jetzt noch nicht durchgegangen, aber... Ich weiß nicht, ich habe immer Angst, dass ich da... Ich stay da mal lieber. Ich will die nicht schon alle haben, die alle raunen. Das wäre schon bitter, wenn ich sie nicht alle kriegen würde. Ich glaube, das sind fünf. Ah, hier geht es weiter. Aber der Geheimgang am Anfang, da hätte ich auch reingekonnt. Oh Gott, die ist brutal. Das ist ein ganz anderes Kaliber, diese Schnecke. Oh Gott. Hier, greif mich lieber an. Hallo? Komm lieber auf mich zu. Oh Gott, du killst mich nicht. Du Scheusalen. So. 200 Hauspunkte. Wingardium Liviosa. Ich glaube, wir haben mehr Hauspunkte als Boden aktuell. Das ist echt krass. Ja, dieses Bildmaterial ist nicht für die Öffentlichkeit bestimmt. Es tut mir wirklich sehr leid, aber naja. Was soll man machen? So, ist das jetzt der richtige Weg oder der andere? Und wann gibt es endlich eine Heilung? War da wieder schnell... Oh, Schokofrosch. Noice. Ist nur eine kleine Heilung, aber es ist zumindest mal eine. Was nicht heißt, dass ich jetzt hier sorgloser durch die Gegend laufen dürfte? Also, ich muss hier wirklich aufpassen. Oh, das sind die... Oh, da weiß ich noch hier bei... In welchem Teil war das? Ist das sogar in diesem Teil vielleicht? Da ist doch dieser eine Raum mit dieser... Da ist auch so eine komische springende Bohne. Oder es ist halt keine springende Bohne, aber dieses springende... Was weiß ich... Und wenn man... Wenn man das Viech anballert, dann wird man verfolgt und man kann es gar nicht töten. Also, das ist ganz krass. Ich glaube, das ist sogar in diesem Spiel. Das ist auf jeden Fall... Da muss ich aufpassen. Da ist auch nichts. Ne. Drei Einrauen bis dato. Tot. Nehmen wir die als nächstes hier. Vorsicht. So, immer schön... Immer schön... Immer schön Spam. Puh. So, down. Nummer vier. Vingardium Leviosa. So. Brown Screen wieder. Gut. Nummer vier. Ich meine, ich will die extra Hauspunkte abkassieren. Das ist ja selbstverständlich. Ich weiß nicht, ob das 100% relevant ist, aber ich will es auf jeden Fall haben. Es gehört einfach für mich dazu. So, gibt es hier jetzt die... Hier müsste es doch irgendwo auch diese Blumen geben, die man durch die Gegend schmeißen kann, ne? Diese... Oder nicht? Komme ich schon... Komme ich von hier her, oder was? Ich glaube, hier komme ich her. Oh Gott, nein. Die hatte ich schon, ne? Ah, gut, okay. Ich muss wieder... Ich muss wieder umdrehen. Äh, äh, äh. Also bis jetzt geht es mit meiner Blase noch. Ich merke zwar, dass sie sich langsam füllt, aber noch kann ich es aushalten. Und solange ich das nicht muss, werde ich das auch noch so... lassen. Ich will im Flow bleiben hier. Okay. Dann hätte ich da hinten durchgehen müssen. Ist das nicht... Aber das ist doch der Ausgang, oder nicht? Ich werde mal hier Safe State nicht, dass das jetzt hier wirklich das Ende ist, aber ich will auf jeden Fall die letzte Allraune auch noch haben. Oh, Wodka. Endlich. Geil. Endlich wieder voll. Voll sein. Hi Schnecke. Hi Schnecke. Hi Schnecke. Oh Junge, halt doch mal ein bisschen Abstand. Ist hier jetzt die letzte Allraune? Ja, aber was ist mit dem Geheimgang da jetzt? Ist der vielleicht gar nicht... Hat er gar nichts zu tun mit dieser Allraune-Challenge? Also eigentlich ist es ja keine Challenge, aber als Kind habe ich mich hier wirklich beeilt und ich habe, glaube ich, auch meine Allraune verloren. Ich weiß nicht genau. Aber man sieht ja, die nimmt ja Schaden. Das heißt, die kann ja wirklich sterben. Deswegen sollte ich jetzt auch nicht mehr... Ich sollte jetzt zusehen, dass sie nicht nochmal angeknabbert wird, aber das sollte jetzt nicht mehr passieren, ne? Nummer 5. Und 250 Hauspunkte. Und das sollte gleich eine saftige Belohnung geben. Also ich denke mal 10 pro Allraune wahrscheinlich, oder? Also müssten wir auf 300 kommen. So. Das hätten wir geschafft. Die Frage ist jetzt, wo komme ich her? Ich glaube da... Muss ich da lang? Oder komme ich von hier her? Weinwege? Ne, ich komme doch von... Ne, hier muss ich lang. Ne, hier komme ich her. Hier bin ich hergekommen. Genau, und dann bin ich hier hochgegangen und dann muss ich dann da raus. Und das ist, glaube ich, auch schon der Ausgang. Das müsste es jetzt auch sein. Ich glaube, es waren halt nur 5. Und hier sind auch keine weiteren Bohnen mehr oder ähnliches, oder? Ich glaube, hier sind keine Bohnen mehr. Nö, dann lass uns hier einfach weitergehen. Zu den Weinwegen. Weinwege. Hier ist doch irgendwie die Blume hier in der Ecke, oder nicht, die ich rumschmeißen kann. War hier nicht immer eine? Ja, da ist er. Der Blumenpilz. Juhu, Leute, Blumenpilz. Let's go. Oh, den habe ich so geliebt früher. Ich meine, der ist ja auch wirklich wichtig später. Also ich will jetzt nicht spoilern, aber der hat auf jeden Fall noch eine Funktion. Aber hier ist er einfach nur ganz nett. Kann man durch die Gegend schmeißen, kann sich an den Blumen erfreuen. Mehr ist das hier nicht. Wusch. Jetzt wusch. Juhu. So, gibt es noch eine weiter? Nee, es ist das Ende, glaube ich. Wie hätten wir es geschafft? Äh, warte, ich will in den Geheimgang. Warte, warte, warte. Muss da rein. Muss ich da rein? Ach, das kann man gar nicht. Es sah aus wie ein Geheimgang. Ansprechen. Ja, ich bin ja fertig. Es sind ja fünf. Hervorragend. Du hast alle Allraunen gerettet. 50 Hauspunkte für Gryffindor. Jetzt geh aber. 300. Yes. Ja, Leute, das war erfolgreich. Wir haben alle Allraunen gerettet. Und wie ich schon vermutet hatte, gab es wirklich zehn Hauspunkte pro Allraune. Kräuterkunde, Gewächshaus 3. Ja, was soll ich da dann nochmal? Das macht er doch. Was soll ich denn da? Du kannst weiter versuchen, den Schulrekord für den Kräuterkunde-Klassenpokal zu überbieten, wenn du durch diese Tür gehst. Warum sollte ich das machen? Harry, wir sollten noch an deinem Sucherkönnen feilen. Wir treffen uns auf dem Quidditch-Übungsgelände. Es ist gegenüber der Brücke des Haupteingangs von Hogwarts. Oliver Wood. Hm, da waren wir ja schon. Da kommen wir nun leider nicht rein. Folge Hedwig, um das Quidditch-Übungsfeld zu finden. Okay. Hedwig, du zeigst uns den Weg. Ich folge dir. Ja, Quidditch, da werden wir auch wieder ziemlich viele Hauspunkte bekommen. Also ich bin mal echt gespannt, bei wie viel wir am Ende landen werden. Ich hab da gar keine Ahnung mehr, wie viel man am Ende hat. Ich hab keinen blassen Schimmer mehr. Weil normalerweise müsste es ja auch mal einen Zwischenstand geben oder so, aber das kam jetzt noch gar nicht vor. Aber ich glaube, das ist einfach, weil ich mit der Story noch nicht so weit bin. Harry, ich war nicht in Kräuterkunde und Professor Sprout wird bestimmt böse sein. Hallo Neville, was ist passiert? Ich hab mich verlaufen und dann bin ich aus der Wand hinter mir herausgekommen. Das ist wohl ein Geheimgang. Hm. Ja, bei dem Hinweis, da muss ich jetzt natürlich drauf ansprechen, aber ich hab das doch eben schon versucht, also konnte ich das storytechnisch nicht aufmachen. Das sah doch echt aus wie eine Wand. Deswegen, jetzt kommt dieses Zwiebel-Game, oder? Das ist das, was ich meine. Das Viech darf man nicht anballern. Das ist das grauenhafteste Wesen, was ich jemals in einem Harry-Potter-Spiel erlebt habe. Das Ding ist einfach nur monströs. Du kannst es nicht besiegen, es macht dich einfach kaputt. Man sollte es einfach meiden. Ich weiß aber nicht, ob man hier nur Bohnen bekommt in diesem Geheimgang. Ja gut, das ist ein Tutorial-Geheimgang irgendwie. Ich weiß nicht, ob das... Ich meine, vorher wurde einem das auch noch nicht erklärt, so mit den Bücherregalen und so, da wo ich reingegangen bin. Das hat auch noch keiner erwähnt. Vielleicht ist das ja wirklich so der erste Geheimgang, der wirklich auch erklärt wird. Ich meine, es ist es. Aber vielleicht denken, haben die Entwickler wirklich, wirklich gedacht, das ist so der erste Geheimgang, den man auch wirklich nimmt. Oh mein Gott, hör auf. Das Viech ist harmlos, wenn man es in Ruhe lässt, aber ansonsten wird es echt monströs. Ich habe mich immer gefragt, ob man das irgendwie killen kann. Ich glaube aber tatsächlich nicht. Ich meine, es gibt massig Bohnen, ich will mich nicht beklagen, aber es wäre schon... Ja komm, weil ihr es seid, mal reiz ich ihn einmal. Einmal. Aber dann ist Schluss. Oh mein Gott. Oh ja, ist ja gut. Ist ja gut. Alter. Oh Gott. Es hat sich wieder beruhigt. Es ist eine monströse Kreatur. Ich muss hier weg. Ein Blue Screen zur Abwechslung. Ah. Wir treffen uns auf dem Quidditch-Übungsgelände gegenüber der Brücke am Haupteingang von Hogwarts. Das hat ja richtige, richtige, richtige Mike Torino-Vibes hier bei GTA San Andreas, wenn man die Flugschule nicht startet und man die ganze Zeit alle fünf Minuten irgendwelche Anrufe von ihm bekommt. Hast du schon angefangen zu fliegen? Hast du schon gelernt zu fliegen? Immer mit der Ruhe, Oliver. Jetzt sei doch mal nicht so. Ich will mich hier ein bisschen umschauen, okay? Das ist ja alles so spannend und es gibt viele Geheimwege, deswegen muss ich immer ein bisschen ein bisschen mich umschauen. Außerdem gibt es auch noch das Zwiebel-Game vom fast kopflosen Nick, was hier auch irgendwo noch auf uns wartet. Ist das nicht auch ein Geheimgang? Nö. Also eigentlich kann man es sehen. Manchmal sieht es aber auch... Manchmal sehen einige Wände auch wirklich aus, als könnte man sie reindrücken. Naja. Aber jetzt ist es Zeit für Quidditch. So, Oliver Wood, wartet auf uns. Sträng dich weiter an, dann kannst du vielleicht auch irgendwann mal so gut werden wie Harry Potter, der junge, der überlebte. Quidditch-Übungsgelände. Alles klar, Harry. Schnapp dir den Besen und los geht's! Ich bin dabei! Willkommen zum Quidditch-Training. In einem Quidditch-Spiel werden dem Team des Suchers, der den goldenen Schnatz fängt, 150 Punkte zugeteilt. Deshalb wird der Sucher auch so oft gefoult und wir müssen viel üben. Zunächst üben wir mal die grundlegende Steuerung des Besens auf diesen speziellen Übungsbesen. Mit diesem Besen kannst du nicht sehr hoch fliegen, so dass wir uns prima damit beschäftigen können, wie man ihn lenkt. Steuere rechts und links, um zwischen den Pfosten zu fliegen und verwende die Kreuztaste, um zu beschleunigen. Versuch, den Parcours zu beenden, bevor meine Stoppuhr abgelaufen ist. Die X-Taste. Okay. Ja, ja, ich mach doch schon. Viel falsch machen kann man hier ja nicht. Also, jo. Ich will einfach die maximale Anzahl an Hauspumpen bekommen. Dann bin ich happy. Ich meine, das ist jetzt noch nicht so die große Herausforderung. Aber das hier hat wirklich Potenzial, dass man hier irgendwas nicht, 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 nicht perfekt schafft und schon hat man nicht die maximale Anzahl an Hauspunkten. Ja, die Zeit ist ja mehr als großzügig. Genau, Harry. Hervorragend. Für diese Leistung hast du Goldflügel und 25 Hauspunkte für Gryffindor verdient. Goldflügel, yes! Da sind sie! Aber es gibt noch weitere Übungen. Also, Harry, jetzt versuchen wir uns an der nächsten Übung. Ich habe zwei Besen, aus denen du wählen kannst. Probier einfach beide aus und nimm den, der dir besser gefällt. Hier ist der erste. Probier ihn aus, indem du durch diese Ringe fliegst. Oh, der invertierte. Oh nein, bitte. Das ist der größte Horror. Ich will doch nicht... Manche Leute bevorzugen die Umkehrung der Steuerung für oben und unten. Mit diesem zweiten Besen kannst du dies ausprobieren. Ja, genau. Bitte einfach nur, wenn ich nach oben drücke, will ich auch nach oben fliegen. Das ist viel besser. Könntest du sie noch mal testen? Nein. Also, Harry, welcher gefällt dir besser? Wähle deinen Besen mit rechts und links. Wähleweise. Die rote oder die blaue Pelle. Ich nehme den rechten Besen. Wenn du die Steuerung zu einem späteren Zeitpunkt umkehren möchtest, geh zum Optionenmenü. Du hast das Quidditch-Grundtraining abgeschlossen und kannst jetzt in der Quidditch-Liga spielen. Fahren wir mit dem Training für Fortgeschrittene fort. Du hast das grundlegende Quidditch-Training erfolgreich beendet. Möchtest du fortfahren? Ja, ja. Ich möchte E-Sportler werden hier im Harry Potter PS1 Quidditch. Ich muss noch ein bisschen an mir arbeiten. Gute Arbeit, Harry. Die Türen zum Quidditch-Platt stehen immer für dich offen. Ja, aber ich will weitermachen. Habe ich jetzt auf Beenden gedrückt? Ich wollte nicht. Ich wollte weitermachen. Es gibt noch weitere Übungen. Ich muss unbedingt wieder zurück. Das ist ja Wahnsinn. Was? Hä? 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 Hey, Harry. Wie wäre es mit ein bisschen Duellier-Praxis? Ich weiß nicht. Meinst du, das ist eine gute Idee? Ja, warum nicht? Ich habe Fred vor dir besiegt. Aber wenn du gegen alle Gründermeister antreten willst, brauchst du Übung. Das ist nun auch wieder wahr. Wie wäre es hier? Das sieht gut aus. Der Weg trennt uns wie eine richtige Arena. Äh. Keiner von uns darf den Weg überschreiten. Da rechts steht Harry. Nochmal. Weiche Zurückflüche wirkst du mit der Kreuztaste, Bonusflüche jedoch mit der Kreistaste. Oh, schau, diese Blumen. Sie funkeln richtig. Und das bedeutet, ein paar Bonusflüche sind hier versteckt. Okay, lass uns anfangen. Scheiß mal auf dieses Funkeln dieser Blumen. Da stand rechts nochmal Harry. Duelliert. Ach, hier schreit Ron ja immer so episch. Oh Gott, er hat den Bonusflug. Oh Gott, der kommt der. Huh. Au. Oh Gott. Okay, pass auf Harry. Jetzt zeige ich es dir. Gut gemacht Harry. Ah. 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 So, bam, jetzt ist es... Stopp. Gut gemacht Harry. Runde 1 geht an dich. 1-0 für Harry Potter. Die Legende lebt. Bereit? Duelliert. Ja. Warum steht links oben eigentlich bei Harry einfach nur ein Gryffindor-Logo und oben rechts steht einfach er? Hä? Der ist ja auch bei Gryffindor. Wieso steht bei Harry denn kein H? Also, konzentriere dich. Wege deine Füße und wehre meine Knie. Junge, jetzt ist hier feiern. Boah. Oh, er hätte mich fast getroffen mit dem Grün. Okay, pass auf Harry. Jetzt zeige ich es dir. Oh Gott. Bei den Schreinen, das darfst du auch nicht mit, mit, äh, das darfst du auch nicht mit, mit Boxen hören. Sonst kommen die Eltern rein und dann hast du den Salat. Au. Au. Expelliarmus. Ah, ein Tick zu früh angefangen. Wow, klasse Harry. Du bist wirklich gut. Könntest wohl jeden schlagen. Das ist wohl wahr. Das war eine solide Leistung. Aber ich würde viel lieber Quidditch weitermachen. Was habe ich denn da gerade gedrückt? Ich dachte, es geht weiter. Möchtest du Quidditch verlassen oder beenden, stand da wahrscheinlich. Ich habe eigentlich... Hast du gehört, dass die Slytherins einen neuen Sucher haben? Wer kann es wohl sein? Ich bin das. Sieh mal, was mein Vater dem gesamten Slytherin-Team gekauft hat. Das allerneueste Modell kam erst im letzten Monat raus. Ich glaube, er schlägt den alten 2000er um Längen. Zumindest musste sich keiner von den Gryffindors in das Team einkaufen. Keiner hat dich nach deiner Meinung gefragt, du dreckiges kleines Schlammblut. Dafür wirst du bezahlen, Malfoy. Ron, bist du okay? Mir geht es mir gut. Ron, du läufst besser schnell zu Hagrid. Geh mit Ron, Harry und lass ihn nicht aus den Augen. Auch nicht das, wo Ron sich anhört wie so ein Eber, wenn er kotzt. Auch nicht das. Und die ersten Bohnen verpasst. Oh mein Gott. Ich habe die Passage früher gehasst hier. Der ist mir so oft entkommen. Es ist eigentlich gar nicht so schwer. Oh, Monster-Stunt. Aber irgendwie weiß ich nicht. Es ist trotzdem passiert. Schlucke Frosch? Brauche ich nicht, aber nehme ich trotzdem mit. Oh ne, und gleich kommt das in Hagrids Hütte mit dem Eimer. Ey, die machen echt ein Minispiel aus Kotze. Das muss man sich mal vorstellen. Wie krank ist dieses Spiel, bitte? Joa, die sind dicht an ihm dran. Das Bild unten von Ron ist auch geil. Mit diesem grünen, mit der grünen Kotze. Das hat hier der Artist wirklich wundervoll gemalt. Das ist wirklich toll. Wow, nicht runterfallen. Bitte, bitte Harry, bitte Harry, bitte Harry. es ist so weit bis zu Hagrids Hütte. Warum ist es so weit bis zu Hagrids Hütte? Und warum ist es da so schleimig und so, warum sind hier einfach so Lücken? Warum ist da keine Brücke? Ich hab dich überholt. Noch ein Monster-Stunt. Wuhu! Ich hab ihn gleich überholt. Alter, ja, genau, er ist gescriptet. Er ist ultra schnell gewesen gerade. So, das ist die erste, die erste Welle quasi. Haben wir überstanden. Jetzt geht's weiter. Nächste Runde. Junge, muss hoch hier. Hallo, ich rutsche. Jetzt holen wir ihn wieder ein. Hi, Ron. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Der Weg zu Hagrid ist einfach lebensgefährlich. Das ist Wahnsinn. Hagrid. Warum lebst du so tief im Wald? Oh Junge, oh Junge, wir sind da. Ich speichere auch mal nochmal in meinem Emulator. Und jetzt geht's los, Leute. Okay, Harry. Die Schnecken müssen alle raus. Ich geb dir Fangsfutternapf zum Auffangen. Beweg den Napf unter Ron, um sie aufzufangen. Leere ihn dann so oft es geht in das Fass, indem du die Quadrat-Taste drückst, damit er nicht überläuft. Schnell, Harry. Viel Glück. Oh nee, ey. Ey, Mann. Ich muss ja nach links und dann... Okay. So. Ich kann ihn nicht einfach immer irgendwo lernen. Ich muss natürlich auch... Macht schon Sinn. Ich glaub, ich schaff's zeitlich nicht. Okay. Ach Junge, Mann. Lern doch mal auf, so umzukotzen, ey. Das ist echt eklig. Das ist so ein Kotz-Game, oder was du hier... Ja, weiß ich doch. Vier noch. Komm jetzt hier. Oh Gott, das ist eng. Leere ihn aus. Gut gemacht, Harry. Das war eine gute Leistung. Gibt das auch einen Pokal? Wahrscheinlich nicht. Das wär's ja noch. Den Kotz-Pokal. Wie geht es dir, Ron? Ich will nie wieder Schnecken sehen, solange ich lebe. Beim nächsten Mal krieg ich Malfoy. Wie kann er Hermine nur Schlammblut nennen? Ron, es ist nur ein Wort. Ja, aber es ist so ziemlich das Gemeinste, was ihm einfallen konnte. Schlammblut ist ein wirklich schlimmes Schimpfwort für jemanden, der aus einer Nicht-Magier-Familie stammt. Ein paar Zauberer glauben, sie wären besser als alle anderen, weil sie reinblütig sind. Danke, dass du mich verteidigt hast, Ron. Besonders, weil doch dein Zauberstab kaputt ist. Ich kann die Schnecken immer noch schmecken. Ich muss mir, glaube ich, mal die Zähne putzen. Mist, schau mal auf die Uhr. Wir sollten schleunigst zur Verteidigung gegen die dunklen Künste gehen. Muss das sein? Also Harry, ich weiß wirklich nicht, was du gegen Professor Lockhart hast. Er ist doch ein fantastischer Lehrer. Na, zumindest glaubt er das. Verteidigung gegen die dunklen Künste findet im Oberschloss statt. Ich bringe dich hin, Harry. Ja, aber ich würde gern Quidditch spielen jetzt erstmal. Also, ich habe jetzt nicht vor, dir zu folgen, Hermine. Ich meine, das ist jetzt natürlich nett gemeint und so, aber ich will jetzt eigentlich lieber nach draußen. Ich glaube, ich gehe jetzt erstmal raus und spiele Quidditch, wenn ich darf. Ich würde das gerne abhacken, das Thema. Weil, ganz ehrlich, ich will das jetzt fertig haben. Und dann können wir uns auf die anderen Sachen konzentrieren. Ich muss mir nur merken, okay, hier hinter Professor Lockharts Büro, da durch den Gang gehen und dann da durch die Tür unten. Das sollte ich mir merken können. Hallo Colin, bitte keine Fotos? Bitte keine Fotos, okay? Harry hat es gerade wirklich eilig. Der hat ein hartes Leben. Der muss hier trainieren, 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 um der Allerbeste zu werden. Wenn er es nicht vielleicht schon ist. Aber um an der Spitze zu bleiben, musst du jeden Tag dein Bestes geben. Zutritt verboten. Ich glaube, da brauche ich 5... Wenn ich 500 Bohnen habe, da komme ich da, glaube ich, rein, oder? Ich muss es mal im Auge behalten. Sobald ich 500 Bohnen habe, werde ich da auf jeden Fall mal reingehen. Okay, und jetzt machen wir nochmal Quidditch. Ich hoffe, ich muss nicht die Übung nochmal machen, die ich schon geschafft habe. Und weil ich da habe ich ja schon Gold. Ich will einfach eine neue Übung machen. So. Sagt er eigentlich jetzt was anderes, oder? Hallo Potter, ich versuche immer noch... Ja, 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 ja. Ich muss jetzt erstmal trainieren. Und dann gehen wir gleich zur Verteidigung gegen die dunklen Künste. Ich glaube, der bringt uns sogar einen Zauber bei, der Lockhart. Das glaubt man gar nicht. Aber ich glaube, der bringt uns tatsächlich was bei. Und wir haben natürlich auch eine Unterrichtsstunde. Schön, dass du wieder da bist. Lass uns gleich mit dem Training beginnen. Okay, Harry. Jetzt üben wir die Grundlagen deiner Besensteuerung auf einem speziellen Trainingsbesen. Steuere rechts und links, um zwischen den Pfosten zu fliegen. Und verwende die Kreuztaste, um zu beschleunigen. Versuch, den Parcours zu beenden, bevor meine Stoppuhr abgelaufen ist. Ach so, das ist jetzt wieder das... Großartig. Du hast die Goldflügel in diesem Abschnitt. Trotzdem noch einen Versuch? Nein. Zunächst testen wir in deinem Suchertraining, ob du durch die 10 Ringe fliegen kannst, die der Schnatz erzeugt. Es ist nicht schlimm, wenn du einen Ring verpasst. Flieg einfach weiter, Harry. Ist das Colin? Hä, du warst doch eben noch... Oh mein Gott, ist das spooky. Der Kerl macht mir Angst. Flieg durch die Ringe, Harry. Jo, ich bin dabei. Wuhu. Das ist gut. Ich muss noch 7 Ringe durchfliegen, dann hab ich ihn wie durch Wunderhand. Aber wenn ich einen verpasse, dann krieg ich keine Goldflügel, oder? Genau, Harry. Da ist gerade echt ein bisschen Druck. Klasse. Dafür bekommst du die Goldflügel. Ja, so 350 Hauspunkte für Gryffindor. Möchtest du noch ein bisschen üben? Yes. Flieg durch die 10 vom Schnatz erzeugten Ringe. Bereit? Drei? Zwei? Eins? Äh, ist das jetzt was Neues, oder das, was ich... Oder hätte ich auf Nein gehen müssen? Ich glaube, es ist jetzt genau das Gleiche nochmal, ja. Es ist... Ich finde, diese Fragen sind also... Sind aber manchmal ein bisschen... Weiß ich nicht. Also nicht so gut formuliert. Nicht so eindeutig. Weil ich immer nicht weiß, was das jetzt genau bedeuten soll. Weiter üben heißt für mich, die nächste Übung kann das auch bedeuten. Also da müssen sie sich... Da hätten sie sich klarer ausdrücken können. Vorragend, Goldflügel. Du hast wirklich das Potenzial für einen Sucher, Harry. Ja, aber die habe ich ja schon bekommen. Ich meine, das ist ein neuer Dialog, den er jetzt gerade hat, aber es ist schön, aber... Möchtest du noch ein bisschen üben? Nein. Nein. Mir scheint, du hast raus, wie man den Schnatz jagt. Mal sehen, ob du ihn auch fangen kannst. Wiege durch 10 Ringe. Bewege dann deine Hand auf den Schnatz zu und drücke die Kreuztaste, wenn sie auf dem Bildschirm erscheint. Ja. Wie gemeint. Das Fangen, das habe ich immer... Das ist immer so ein Problem. Das kann leicht von der Hand gehen. Haha, weil man ja auch mit der Hand fängt. Aber manchmal ist es ein bisschen... Kriege ich das nicht so gebacken, das Timing. Das ist gut. Gute Arbeit, weiter so. So, jetzt kommt es drauf an. Jetzt muss Harry Potter zeigen, dass er eine Legende ist. Klasse, dafür bekommst du die Goldflügel. Als hätte er nie etwas anderes gemacht. Möchtest du noch ein bisschen üben? Äh, nein. Hm. Okay. Dann machen wir es jetzt mit dem Gegner. Ich bin bereit. Go. 30 Ringe jetzt. Und er versucht mich wahrscheinlich die ganze Zeit wegzuschubsen. Leute, geh doch mal beiseite, du No-Name. Ich weiß nicht mal, wer du bist. Genau, Harry. Muss ich den dann auch noch fangen jetzt? Oder geht das jetzt... Ja, wahrscheinlich schon. So ein Drittel haben wir geschafft. Hau doch mal ab jetzt, Mann. Du nervst. Geh auf Abstand, bitte. Hau ab. Kusch, kusch. Geh. Hör doch. Mach. Das ist gut. Ich darf kein Ring verpassen. Also schon, aber die Zeit, ne? Das ist gut. Ich will ja Goldflügel haben. So, und Harry Potter, letzten Endes ist er dann doch wieder in seiner eigenen Liga unterwegs. Und natürlich ist der Gegner weit weg. Da kommt er wieder. By the way. Oh. Hier ist er gekommen. Ich glaube schon. Oh Gott, das ist aber auch ein bisschen... Ne, jetzt kommt's noch an. Oh no. Oh Gott. Das ist aber manchmal echt zu schwer zu erkennen, wie man... Och, sind wir so sch... Ja, ist aber ausbaufähig. Aber 400 Punkte, Leute. Wo sind wir hier gelandet? 400 Hauspunkte schon. Möchtest du noch ein bisschen üben? Nein. Du hast das Quidditch-Training erfolgreich beendet. Nochmal? Nein, nie wieder. Gute Arbeit, Harry. Die Türen zum Quidditch-Platt stehen immer für dich offen. Ja, aber ich muss jetzt zur Verteidigung gegen die dunklen Künste. Wir waren eben schon spät dran und das wird jetzt nicht besser sein. Also wahrscheinlich ist die Stunde schon vorbei, aber dann ist es halt so. Mein Gott. Dann kriegen wir halt ne Privatstunde beim großen Gilderoy Lockhart. Oh yeah. Was kann es Schöneres geben? So, wir sind jetzt ein Quidditch-Ass und jetzt wollen wir ein VDDK-Ass werden. Jetzt speichert er wieder. Ah, das ist manchmal ein bisschen lästig, ne? Das ewige Speichern und Laden, aber es ist mein Gott, es ist ein PS1-Spiel. Ich könnte hier auf dem Emulator auch vorspulen, aber ich möchte das Spielerlebnis der PlayStation 1 nicht verfälschen. Ich spiele das hier nur auf dem Emulator aus grafischen Gründen, um es einfach ein bisschen aufzuhübschen. Weil das ist hübsch für dieses Spiel. Ihr könnt natürlich jetzt sagen, die Grafik sieht nicht gut aus und damit habt ihr auch recht. Aber für dieses Spiel ist das wirklich das Beste, was man rausholen kann. Vielleicht gibt es noch ein paar andere Optimierungen. Ich meine, ich benutze EPSXE. Es gibt ja auch diesen anderen DuckStation. Der soll ja auch sehr gut sein, der Emulator. Ich weiß nicht. Vielleicht ist der sogar noch besser. Weiß ich gar nicht. Aber mit dem hier komme ich auf jeden Fall klar. Da weiß ich, was ich habe. Und deswegen habe ich den auch wieder genommen. Aber ja. Ich will da noch gar nicht rein. Ich will da noch gar nicht rein. Da kommen wir später noch rein, aber bis dahin ist es noch ein Weilchen. By the way, haben wir jetzt gleich drei Stunden. Also noch eine Viertelstunde und dann haben wir die Drei-Stunden-Marke überschritten. Und ich kann überhaupt nicht einschätzen, wie weit wir sind. Ich meine, das war jetzt eine Menge Story. Dann die Goldflügel, die geben bestimmt auch Prozente, weiß ich nicht. Aber ich habe es jetzt einfach mal gemacht. Hier, hier mussten wir rein, glaube ich. Oberschloss. Dann kommt das und dann haben wir später noch andere Unterrichtsstunden. Ich meine, wir müssen auch später noch Kessel brauen und sowas, glaube ich. Bei Snape, oder nicht? Oberschloss. Und ich sehe da schon wieder den ersten Geheimgang. Wisst ihr, was wir jetzt gleich als erstes machen werden? Da gibt es lauter Bohnen wieder. Die werden wir uns alle holen. Daran kann ich mich noch sehr gut erinnern. Da kann man nämlich rüberspringen. Ich finde das schön, wie das erstmal so ein bisschen präsentiert wird. Da kann man auch überall schon die ganzen Bohnen sehen. Ist schon ein toller Bereich, das Oberschloss. Da läuft Hermine gerade und wartet auf uns. Aber, Hermine, ich habe doch schon wieder die Geheimgänge gesehen. Die muss ich jetzt erstmal hier ein bisschen, ne? Das ist ja jetzt auch wichtig. Lass mich dich töten. Oh Gott. Ist das gruselig. Oh mein Gott. Ich habe mich so gegruselt früher als Kind davon. Das habe ich auch in meinem Let's Play erzählt. Das hat sich nichts daran geändert. Also, ne, jetzt natürlich nicht mehr. Aber damals fand ich das echt spooky as hell. Und das in so einem Kinderspiel. Ich glaube, es ist ab sechs Jahren freigegeben. Und er sagt dir einfach, lass mich dich töten. Also, da sind ja heutzutage einige Spiele ab 18 sogar ein bisschen softer. In dem es dann heißt, du musst deine Gegner erledigen. Oder, weiß ich nicht. Mach sie kampfunfähig oder so. Im Englischen heißt es einfach, kill your enemies. Und hier heißt es, erledige deine Feinde. Besiege deine Gegner. Ich verstehe immer nicht. Wir haben immer im Deutschen, das Wort töten, das ist immer so ein bisschen... Wird immer gemieden, so habe ich das Gefühl. Und hier wird es einfach so ausgesprochen. Das ist insane. Das ist bestimmt eine interessante Stunde. Professor Lockhart ist wohl der mutigste Zauberer aller Zeiten. Hast du darum alle Stunden bei Lockhart auf deinem Stundenplan mit Herzchen versehen? Hab ich gar nicht. Alles klar, Harry? Alles klar. Lass uns gehen. Komm. Komm zu mir. Fresse. Ich gehe jetzt erstmal zu Lockhart. Erstmal gehe ich in den Geheimgang. Ihr könnt mir gar nichts. Ich kann hier gar nicht rein. Der ist zu. Ach komm, wir kommen hier später noch zum Erkunden. Gehen wir wirklich erstmal jetzt zu Lockhart. Ach ja. Die nächste Unterrichtsstunde. Es geht wieder um die Note A. Und ich würde das gerne im First Strike schaffen. Aber ich glaube, jetzt fängt das an, dass die Lehrer auch antäuschen und so ein Quatsch. Aber erstmal müssen wir die Bestzeit knacken wieder. Das ist ganz wichtig. Und wir müssen Bohnen sammeln, denn wir brauchen 500 Bohnen. Let's go. Nice. Ähm. Das ist nicht gut. Aber ich hätte... Ja, okay. Ha, 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 ha. Schön. Schön Zeit verschwendet, ey. So ein Mist. Ja, wie soll ich das denn jetzt noch schaffen? Das ist doch so eng schon wieder, dass... Ist hier auch mal irgendwo eine Bohne oder sowas? Oder gibt's die hier nicht? Och, Junge. Ähm, ja. Das kostet wieder schön Zeit. Das ist natürlich sehr toll. Äh. Dann kann ich ja gleich hier rüber. Was sollen denn die anderen... Das bringt doch nichts. So, let's go. Beeil dich. Oh Gott, die muss ich mitnehmen. Sorry, aber wenn ich das jetzt verkacke, deswegen ist es so... Da kann ich nicht Nein sagen. Das sind fünf Bohnen. Die muss ich mitnehmen. Ich glaub, das wird nix. Ah, wir werden mal gucken. Ich werde nicht aufgeben. Vielleicht kann ich's trotzdem schaffen. Ja, gut. Okay, wenn du so runterfällst... Also manchmal ist das ein bisschen merkwürdig, dass er sich nicht festhält. Ich mein, es gibt keine Sprungtaste. Deswegen, keine Ahnung. Okay. Ja, das schaff ich nicht. Da kommt noch so eine ganz große Passage. Das ist ein bisschen unnötig, finde ich. Naja, okay. Und da ist der Kerl. Los, Harry. Los, Harry. Ich komme, Gatorade. Ja, guck mal, das war jetzt wieder mega einfach. Das eben war so knapp und das ist so einfach. Was ist das für ein Verhältnis? Ich hoffe, auch von dir selbst. Gilderoy Lockhart Mit seinem Blender-Mädlächeln Aber, Leute. Jetzt wird's ernst. Wir brauchen wieder die Note A. Für den nächsten Pokal. Ich mein, Harry ist ja auch ein Trophäenjäger, ne? Er ist ein Trophy-Hunter. Und das, obwohl es auch gar keine Trophys gab hier. Auf der Playstation. Damals. Liebe Schüler, ich bin Gilderoy Lockhart, fünfmaliger Gewinner des charmantestes Lächelnpreises der Hexenwoche. Heute erkläre ich euch einen Zauberspruch, der den Körper lähmt, den Petrificus Totalus. Folgt den Bewegungen meines wertvollen Zauberstabes und drückt die Symbole, auf die er zeigt. Wiederholt dies dreimal und ihr beherrscht den Petrificus Totalus. Bist du bereit? Ich bin mehr als bereit. Perfekt. Perfekt. Sehr elegant. Genau wie ich. Perfekt. Ich find das so schön, wie bescheiden er ist. Das ist einfach nur herrlich. Das ist eine 95. Weil ich hab nur einen Fehler gemacht. Eine 96. Oh mein Gott. Harry Potter. Jo. Wehe, du täuscht an. Nein. Immer mach ich einen Fehler. Ich will mal 100% haben. Großartig. Das ist eine 91. Das weiß ich ja mittlerweile. Das hat man im Gefühl. Ich hab zwei Fehler, also 91. Beziehungsweise zweimal nicht perfekt. Das ist ja nicht in dem Sinne ein Fehler, aber... Noch einmal. Mach dich bereit. Jetzt täuscht er an. Sehr elegant. Genau wie ich. Großartig. Oh, schon drei Fehler? Großartig. Oh Gott, das wird schlecht. Perfekt. Aber der erste war besser, deswegen könnte das ganz knapp reichen. Das ist eine 83 und das wird verdammt knapp. Das wird nix, oder? Wobei, der andere war eine 96. Das müsste knapp reichen. Komm schon, können. Spiel. Nein, er ist so knapp davor. Ich muss laden. Okay. Ich hab ja zum Glück davor gesafestated. Also wie gesagt, das ist nur ein Timesave. Man kann es später nochmal wiederholen. Perfekt. Großartig. Was ist wieder eine 79? Oder? Ich brauch nur eine 83. Das ist doch nicht so schwer. Ja, das wird jetzt ganz knapp reichen. Wie gesagt, man kann es später nochmal wiederholen, aber das ist jetzt einfach für das Video einfach Zeit sparender. Deswegen mach ich das so. Du bekommst dafür eine Eins. Glückwunsch. Du hast eine Bildkarte berühmter Hexen und Zauberer gewonnen. Natürlich von mir unterzeichnen. Gut gemacht. Jetzt hast du alle Hauspokale und Plaketten gewonnen. Auf dich wartet jetzt eine Gründerbildkarte berühmter Hexen und Zauberer. Äh, ja, okay. Das waren sie schon alle. Das ging ja fix. Vortrefflich. Wahrlich. Und jetzt an die Arbeit. Ich muss euch warnen, es kann sein, dass ihr in diesem Raum euren schlimmsten Ängsten ins Gesicht sehen müsst. Euch kann nichts passieren, solange ich hier bin. Bleibt ruhig. Bereit? Frisch gefangene Wichtel aus Cornwall. Keine Sorge, ich habe ihn zuvor betäubt. Wir sind sicher. Nun, ich bitte euch drei, den Rest von ihnen wieder in den Käfig zu sperren. Wir sehen uns später. Geht klar. Mir scheint Lockhart will uns ein paar Tipps geben. Ich kümmere mich darum. Wenn der Wichtel rot leuchtet, kannst du deinen neuen Zauberspruch verwenden. Er muss aber voll aufgeladen sein, um einen Wichtel zu betäuben. Petrificus Totalus. Du kannst ihn nur schweben lassen, wenn er betäubt ist. Wingardium Leviosa. Bewege den Wichtel über den Käfig und lass ihn fallen. Einfach. Versuch's jetzt mit dem zweiten, Harry. Ron und ich kümmern uns um den Rest. Ist Professor Lockhart nicht toll? Okay, ich werde es versuchen. Aber mein Zauberstab ist ein bisschen komisch im Moment. Woran könnte das nur liegen, Ron? Hm, ich weiß ja nicht. Petrificus Totalus. Hallo? Wingardium Leviosa. Sehr gut, Harry. Ich sorge dafür, dass sie nicht entkommen. Kümmere du dich um die anderen. Äh, ja, ich mach das. Kann ich da hinten auch noch mit Lockhart sprechen? War er nicht eben noch hier? Kann man den zufälligerweise jetzt... Sehr gut, Potter. Geh jetzt aber besser zu Ron. Er ist oben. Wir sehen uns. Hä? Warte, warte, warte. Ich wollte doch noch... Wie, warte, warte, warte. Wie bitte? Warte, warte. Hä? Jetzt mal gar... Hä? Oder musste man da lang? Man musste wahrscheinlich da lang, oder? Ich dachte, man müsste da unten, wo Hermine stand, irgendwo rein. Aber da habe ich mich wohl getäuscht. Ah, hier geht's wirklich weiter. Achso. Okay. Das war sogar geplant so. Petrificus Totalus. Wingardium Leviosa. Ja, der hat nicht mehr den Spruch ausgesprochen und der Zauberstab reagiert schon. Das ist so geil. Petrificus Totalus. Petrificus Totalus. Wingardium Leviosa. Und weiter geht's. Oh, ein wunderschönes Gemälde hier von Gilderoy Lockhart. Ist das geil. Und jetzt gibt's eine Rutschpartie. Ich glaub's nicht. Und ich würde gerne den Schokofrosch... Ja, wieder volles Leben. Wir wollen ja nicht sterben in diesem Run. Das wäre sehr, sehr toll. Ist das schon wieder ein Gemälde? Auch schon von... Nur Gemälde von Lockhart. Das ist so ein geiles Detail eigentlich. Wingardium Leviosa. Ja, ich muss ja ein bisschen... Ich muss das ja für dich sagen, Harry. Du bist ja ein bisschen zu langsam mit deinem... Kommst doch nicht hinterher. Wingardium Leviosa. Wingardium Leviosa. Wir einfach ein Gemälde auf ein Gemälde... Nein! Wir einfach ein Gemälde... Auf dem Gemälde ein Gemälde von sich selbst hält. Jetzt geht die da echt wieder raus, ne? Krieg ja echt ne Krise. Ich krieg hier noch ne Krise mit euch. Ihr verdammten Arschgeigen. Wingardium Leviosa. Beeil dich schnell, sonst geht die wieder raus. Nein! Nein! Ich krieg's nicht hin. Hier ist Endstation für mich. Ich krieg das nicht hin. Alter! Wingardium Leviosa, Mann! Jetzt geht's los hier. Jetzt geht der eine gleich wieder raus. Hallo? Aua! Jetzt geht der wieder raus. Ey, ich krieg ne Krise hier, ne? Wingardium Leviosa. Das ist mir noch nie passiert. Jetzt aber, komm! Schnell! Ich muss mir das Gemälde gleich nochmal angucken. Das ist episch. Auch in Ruhe dann. Finally! Guckt euch das an. Da ist er selbst wie ein Gemälde... Auf einem Gemälde ist er selbst wie ein Gemälde von sich selbst. In die Kamera hält. Das ist wirklich... Das ist wirklich geil. Also sein Selbstbewusstsein hätte ich gerne im Real Life. Das ist, äh... Das fehlt mir so ein bisschen. Kann ich hier nochmal hoch und die nochmal holen hier? Joa. Also man kann auch nach oben rutschen noch. Alter, was soll das denn hier? Wer hat das hier denn hier so glatt gewixt, ey? Was ist das denn für eine Scheiße hier? Aber gleich 250. Das heißt, die Hälfte ist gleich schon mal geschafft. Von dem, was wir brauchen. Gut gemacht. Ihr habt alle den Test bestanden. Natürlich hätte ich die Wichtel mit einem kleinen Wedeln meines Zauberstabs zur Ruhe bringen können. Es gibt 20 Punkte für Gryffindor, weil ihr so gute Schüler seid. Oh ja. 430 schon. Oh mein Gott, das ist gut. Ist da nicht wunderbar? 430 schon. Also die 500 müssen wir auf jeden Fall knacken. Ich glaube, es geht noch viel weiter. Aber jetzt müssen wir doch gleich mal einen Zwischenstand bekommen, wie es gerade aussieht, oder was? Den ersten Mal. Es wäre mir eine Ehre, wenn Sie, Mr. Weasley und Miss Granger auch kommen würden. Vielleicht könnt ihr dann Sir Patrick gegenüber erwähnen, wie beeindruckend und furchterregend ihr mich findet. Vielleicht darf ich dann an der Jagd der Kopflosen teilnehmen. Wir sehen uns morgen in den Kerkern. Tschüss. Eine Todestagsfeier. Nicht viele Lebende können von sich behaupten, je auf einer gewesen zu sein. Ich habe noch nie zuvor von einer Todestagsfeier gehört. Todestraurig klingt das alles. Stimmt, das gab es ja auch noch. Aber ich würde jetzt viel lieber gerne das ein bisschen erkunden, aber jetzt gibt es einen Zwischenstand. Zum ersten Mal. Wir müssen so weit in Führung sein. Der kommt an den Hauspokal, geht weiter. Hä, der fängt jetzt gerade mal an, lieber Erzähler. Wir haben noch nicht mal einen Zwischenstand gehabt. Der geht nicht weiter, er fängt an jetzt. Und wir gucken mal, müssen die so weit in Führung sein, das gibt es gar nicht. Okay, die haben auch alle so viel. Ist das vielleicht immer so ein bisschen angepasst an der Punktzahl, die man selber hat? Okay, das wird enger, als ich gedacht habe. Dann hat Slytherin vielleicht jetzt so 450 vielleicht sogar. Vielleicht haben sie auch gescriptet mehr als wir. Nö. Überhaupt nicht. Ach, es dauert jetzt natürlich eine Weile, aber bei uns dauert es nochmal ein Momentchen länger. Und das ist schön. Ich meine, ich mag Slytherin, wie gesagt. Aber in diesem Run bin ich Gryffindor Ultra. Und deswegen... Gryffindor. Jetzt müssen wir alle gleich zusammen jubeln, wenn das so weit ist. Gleich geht's los, Leute. Haltet euch bereit. Gryffindor hat die meisten Hauspunkte. Yeah! Woohoo! Woohoo! Flux Slytherin! Woohoo! Woohoo! Yes! Oh yes, Baby! Okay! Das ist doch mal schön. Den Zwischenstand wollte ich doch endlich mal haben. Den ersten, den allerallerersten. Gefühlt ist das jetzt schon fast vorbei hier, das Spiel. Aber das ist natürlich nicht der Fall. Es gibt noch viel zu tun. Aber ja. Ach, das sind sie ja, Harry. Hermine und Ron sind bereits auf meiner Todestagsfeier. Los, Harry. Sie wollen doch nicht zu spät kommen. Wir sehen uns in den Kerkern. Schnell, sonst ist die Party vorbei. Eigentlich bringt's ja jetzt doch gar nichts rumzulaufen, oder? Weil wenn man mal überlegt, uns fehlen doch so viele Zauber. Es könnte natürlich sein, dass wir gewisse Dinge gar nicht... Also wir werden einige Dinge wahrscheinlich nicht bekommen können. Also können wir jetzt eigentlich auch gerade so ein bisschen der Story folgen, oder? Das macht jetzt nicht so viel... Ist er jetzt hier lang gegangen, oder? Ich hab das jetzt nicht genau gesehen. Ich geh jetzt einfach mal da lang. Ich hoffe, das ist richtig. Ich mein, wir müssen einfach nur in die Eingangshalle. Und dann müssen wir nach rechts gehen. Also... Vom Eingangstor aus gesehen, also... Wenn man in Richtung Treppe blickt, muss man nach links. Die hintere Tür nehmen. So schwer ist das ja eigentlich gar nicht. Ah, da läuft der ja. Der Nick. Los, Harry. Sie wollen doch nicht zu spät kommen. Ja, ja. Ich beeil mich. Ich beeil mich. Keine Kerzen, die man hier raufstellen kann, oder so. Das, was wieder Hauspunkte gibt. Schade. Das hab ich im ersten Teil echt geliebt. Oder Spinnennetze, die man anballern kann. Wehe, du sprichst mich jetzt noch mal an, Junge. Auf meiner Feier gibt es madige Schafsinnereien. Grün verschimmelten Käse und Kuchen in Grabstein-Format. Lecker. Was? Hier entlang, Harry. Und da ist schon wieder Colin. Da ist schon wieder dieser Colin. War das nicht der fast kopflose Nick? Der Hausgeist von Gryffindor? Ja, Colin, er war's. Es ist einfach klasse hier, oder? Ja, es ist. Auch wenn du in deiner eigenen Welt lebst, es ist einfach toll. Es ist fantastisch. Ich gebe dir ja recht, aber... Ja. Es ist nicht einfach mit ihm. Aber eigentlich will er ja nix Böses, also von daher, ja. So, da geht's jetzt nach rechts. Da müssen wir hin. Hier entlang, Harry. Ja, ja, ich kann's kaum erwarten. Es ist echt toll, diese Feier. Und jetzt geht's hier runter. Zu den Kerkern. Dieses hier entlang, Harry, haben sie wahrscheinlich auch nur ein einziges Mal eingesprochen, oder? Man hätte ja andere Varianten noch einsprechen können, dass es nicht so monoton klingt. Aber ich glaube, es haben sie einfach Copy-Paste einfach eingefügt. Das Audio-File, das haben sie einfach immer wieder genommen. An diesem Todestag werde ich mich noch lange erinnern. Hier entlang, Harry. Hier entlang, Harry. Das ist einfach so geil. Was ist das, Mann? Ah. Ihr macht mich fertig hier. Und mein Magen fängt gleich wieder an zu knurren. Ich glaube, ich brauche gleich wieder einen Riegel. Und jetzt kommt die Kerker-Passage. Die ist, glaube ich, sogar ein bisschen länger. Potter, kleiner Potter, kommt nicht rüber. Wo ist ein Baby? Sein Blick wird drüber. Ähm, achso, das ist ja so ein Ritter. Sie sind mir am liebsten, die kann man immer anballern. Ach, jetzt müssen wir wieder... Achso, ja, weil es da reingerieselt ist. Alles klar, ich verstehe. Hm. So, ich glaube, hier drin war irgendwie ein Hebel oder so. Schnecken, irgendwas, Grube. Das ist auch immer wieder toll hier. Ja, die Hauspunkte nehme ich mit. Guck mal, die sind harmlos. Die tun mir nicht mal was. Und ich lösche sie einfach aus. Diese armen Wesen, die hier einfach nur ihre Ruhe haben wollen. Und in den Kerkern eigentlich auch niemanden stören. Aber ich muss sie natürlich vernichten. Und das alles nur, um irgendwelche Hauspunkte auf sein Konto zu bekommen. Die Kerkern sind ein schrecklicher Ort. Aber mit deinem hässlichen Gesicht passt du genau dorthin. Hast deine Freunde verloren, Potter? Heul doch! Okay, jetzt haben wir zwei Wege. Entweder wir gehen ins Hebelzimmer oder wir gehen ins Lagerraum von Professor Lockhart. Also ich glaube, das Hebelzimmer ist besser. Also ich glaube, da können wir zuerst hin und dann können wir zum anderen Lagerraum da. Also es ist halt wirklich, die Beschreibung ist sehr akkurat. Es ist wirklich nur ein Raum mit dem Hebel drin. Dafür einen extra Raum einzurichten, I don't know, aber ist schon okay. So, davon brauchen wir aber glaube ich nochmal eine Plattform. Dann kommen wir rüber und nur Bohnen und Hauspunkte. Warum auch immer wir Hauspunkte bekommen? Weil wir in den Kerker eingedrungen sind. Ohne Erlaubnis wahrscheinlich. Und einen Hebel betätigt haben, von dessen Wirkung wir nicht mal kennen. Das ist doch eigentlich und dafür werden wir belohnt hier. Lagerraum Professor Lockhart. Was hat der denn hier alles gebunkert? Der Mann, der gute Mann. Ah, die Schnecken. Oh, das ist das. Der gibt mir Flashbacks an den ersten Teil. Das war glaube ich so der erste Gegnertyp, den man da bekämpft hat. Damals. Habe ich auch Let's Played und das Let's Play ist sogar schon zehn Jahre her mittlerweile. Ich glaube die erste Folge kam sogar 2012 irgendwann raus, oder? War das 2013? Ich weiß gar nicht mehr. Ist auf jeden Fall schon mindestens zehn Jahre her. Ist auch echt. Echt nostalgisch das Let's Play. Also das Spiel sowieso, aber irgendwann sind die eigenen Let's Plays auch so alt, dass sie auch wieder, also dass die selbst die Let's Plays nostalgisch werden. Und dann weißt du, dass du irgendwann echt alt geworden bist. Aber hey, ich hab das ich hab das Spiel 2013, 2012, 2013 gespielt mit mit 18 Jahren und jetzt bin ich hier zehn Jahre später und bin immer noch nicht 30, also es könnte schlechter laufen. Hast deine Freunde verloren, Potter? Heul doch! Kleiner, armer Potter findet den Weg zur Party nicht! Oh, noch ein Hebelzimmer. Und dann können wir jetzt gleich weiter. Sehr schön. Ja, Piefs werden wir sowieso gleich nochmal wiedersehen. Kleiner Spoiler schonmal, falls ihr das Spiel nicht kennen solltet, sorry, aber naja. Da vorne ist nochmal eine Pulle, die wir saufen können, aber ich brauch's ja gerade gar nicht, also und wieder Bohnen und Hauspunkte, jetzt auch schon wieder 60. Und jetzt geht's ja wirklich nur noch um um die, darum die 500 Bohnen zu erreichen für dieses Zimmer, für den verbesserten, ich weiß nicht, Flipendo oder Expelliamos, ich weiß gar nicht, was man da genau verbessert. Aber ich freu mich drauf, ich will den auf jeden Fall haben. Die Frage ist, kommen wir jetzt schon rüber oder ich glaub schon. Das müsste eigentlich jetzt reichen. also wo soll man dann sonst auch noch lang? Ich glaube, das ist soweit alles in Ordnung. Da bin ich da nicht schon, das war Hebelzimmer, ne? Ja, ja, das war ja genau und das andere Hebelzimmer war ein bisschen dahinter. Das passt schon. Da ist abgeschlossen und da kommen wir jetzt rüber. Hier entlang zur 500. Todestagsparty von Sir Nicholas, der Mimsy Poppington. Hä? 500. 500? Aber er hat doch eben vom 150. gesprochen. Hä? Ja, was denn nu? Könnt ihr euch jetzt mal ein bisschen einigen? So. Das muss einfach sein, Leute, das muss einfach sein jetzt. Ich trinke auch. Das hat gut getan. Meine Fresse. So. Links oder rechts? Feil? Okay, da. Uah! Oh, die Blase drückt. Ich will aber nicht. Ich muss weitermachen. Komm. Todestagsfeier. Ist die jetzt direkt schon hier hinter? Oh, ja. Ganz schön leer hier. Ach da. Hey, Harry. Wo warst du? Wir haben eine Ewigkeit auf dich gewartet. Ja, aber warum seid ihr da noch nicht reingegangen? Los jetzt, Harry! Aber warum seid ihr denn? Hä? Geht doch das schon mal hin zur Feier. Warum wartet ihr auf Harry? Der kann doch einfach dazu stoßen. Untertitelung des ZDF, 2020 Schön, dass Sie es geschafft haben, Harry. Darf ich Ihnen verschimmeltes Brot und verdorbenen Fisch anbieten? Pass auf, Peef's auf, Harry. Ihr ist in seiner burshaften Stimmung. Sieh dich ruhig ein wenig um, Harry. Ron und Hermine sind auch hier. Fröhlichen Todestag, Nick. Ich glaube, Ron hat ein Geschenk für Sie. Ich sage Ihnen Bescheid, dass er es herbringen soll. Peef's ist hinter dem Tisch verschwunden. Verwende den weichen Zurückflug, um das Geschenk zurückzuerobern. Äh, ja, ich bin dabei. Jetzt brauche ich hier wieder ein E-Sports-Aim. Bam, Junge. Das Bild unten ist auch echt bezaubernd. Muss ich sagen. Haben Sie ihn gut getroffen. Gleich schmeißt er, glaube ich, mit Sachen. Die muss ich dann alle abwehren, ne? Jetzt, glaube ich. Ne, noch nicht. Macht er aber gleich. Das ist seine zweite Welle, quasi. Oh, eine Banane. Huh. Eine Boomerang-Banane. Verschimmeltes Brot. Verschimmeltes Kuchen. Verschimmeltes Baguette. Oh, Baguette. Oh, jetzt kriege ich Hunger. Ich meine, ich habe die ganze Zeit schon Hunger. Aber wenn ich diese Leckereien hier sehe, da habe ich richtig Bock. Oh, jetzt knurrt mein Magen. Ohne Scheiße, ich kriege gerade echt Hunger von den Sachen. Ja, auch wenn das alles verschimmelt. Das ist egal. Sieht trotzdem lecker aus. Guck mal, dieser Wackelpudding da. Der sieht gut aus. Wer sagt, dass der verschimmelt ist? Ich meine, das könnten auch irgendwelche Innereien sein, aber... Woher soll man das wissen? Man muss doch einmal probieren. Zumindest einmal kosten. Dann weiß man ja, was man hat. War es das schon? Die brauchen sein Geschenk zurück. Oh, es wird wieder vorgelesen. Aus dem Death Note. Die Stimme wurde schwächer. Sie bewegte sich fort von Ihnen. Da war er sich sicher. Nach oben. Er lief los und ihm drehte sich der Magen um. An der Wand vor Ihnen leuchtete etwas. Harry trat vorsichtig näher und spähte in die Dunkelheit. Mrs. Norris, die Katze des Hausmeisters, hing am Schwanz festgebunden vom Fackelhalter herab. An die Wand über der versteinerten Katze waren halb Meter hohe Worte geschmiert. Harry lief es eiskalt den Rücken herunter, als er sie las. Die Kammer des Schreckens wurde geöffnet. Feinde des Erben, nehmt euch in Acht. Noch bevor Harry verschwinden konnte, kamen einige Leute den Korridor entlang. Als Fitch Mrs. Norris entdeckte, beschimpfte er Harry lautstark. Du, du hast meine Katze ermordet. Du hast sie getötet. Und dann rief Draco Malfoy laut in die Runde, Feinde des Erben, nehmt euch in Acht. Ihr seid die nächsten Schlammblüter. Professor Dumbledore beruhigte die Menge und schickte alle ins Bett. Ron war sicher, dass er den Erben von Slytherin durchschaut hatte und ging mit Harry in die Bücherei, um Hermine zu treffen. Weiter geht's. Und ich glaube, ich gehe gleich echt mal kurz auf Klo. Dann mache ich einen kurzen Cut. Weil es ist einfach... Ich habe mich in den früheren Weihnachts-Specials immer so unter Druck gesetzt, dass ich ja nicht auf Toilette gehen darf die ganze Zeit. Aber warum eigentlich nicht? Es gibt diesen Pause-Button, den kann ich auch ruhig nutzen. Ich bin überzeugt, dass Draco Malfoy der Erbe Slytherins ist. Du könntest recht haben. Und ich weiß, wie wir das beweisen können. Mit dem Viel-Saft-Trank. Viel-was? Der Viel-Saft-Trank verwandelt eine Person in eine andere. Wir drei könnten uns in Slytherins verwandeln und Malfoy austricksen, so dass er von selbst zugibt, dass er der Erbe ist. Um den Viel-Saft-Trank herzustellen, brauchen wir folgende Zutaten. Flurfliegen, Blutegel, Flussgras, Knöterich, Horn eines Zweihorns und kleingeschnittene Baumschlangenhaut. Okay, ich besorge Knöterich und Flussgras. Harry, du kümmerst dich um die Blutegel, Flurfliegen und die kleingeschnittene Baumschlangenhaut. Ich werde das Horn eines Zweihorns besorgen. Schaut mal auf die Uhr, lauft besser schnell zum Zaubertrankunterricht. Ich suche nach einem Kessel. Wenn ich einen Ort finde, an dem wir den Viel-Saft-Trank herstellen können, schicke ich Hedwig zu euch. Hm. Oh, jetzt geht's in die Winkelgasse gleich. Ich freu mich. Das ist auch ein... Das ist eigentlich so meine Lieblingspassage in diesem Game. Das ist einfach nur schön dort. Die Frage ist... Jetzt kommt aber erst mal Zaubertrankunterricht. Ich schlage vor, dass Potter, Weasley und Longbottom genau auf meine Worte achten. Wie auch im letzten Jahr, dulde ich dieses Jahr keinen Ungehorsam. Pass auf, Potter. Zeig uns doch noch mal, wie man einen Mega-Power-Trank mixt. Du solltest zuerst den Kessel aktivieren. Mach ich. Danach musst du auf die angezeigten Symbole drücken, bis sich der Kessel füllt. Vielleicht fühlt sich ja dann auch mal der Klassenraum. Ist ja nicht so viel hier los, muss ich ehrlich sagen. Chill doch mal. Ich hab doch gerade richtig gedrückt. Oh yeah, Snape. Was sagst du jetzt? Hm? War das nicht gut? Gut. Nur ein Idiot würde etwas Besseres von Ihnen erwarten. Also denk dran, wenn der Kessel voll ist, kannst du ihn aktivieren, um den Mega-Power-Trank zu brauen. Unterricht beendet. Das war doch eine schön lehrreiche Unterrichtsstunde. Und jetzt können wir in die Winkelgasse. Und dann mach ich jemanden schön Cut. Weil dann muss ich mal eben meine Blase leeren. Das ist einfach viel schöner, wenn sie leer ist und man dann spielt. Hallo. Könntet ihr Jungs mir einen Gefallen tun? Natürlich, Hagrid. Bald ist Halloween und mein Kürbisbeet ist übersät mit Gnomen. Könnt ihr mir helfen, sie zu beseitigen? Ich helfe dir. Aber Ron hat glaube ich schon was vor. Äh, hab ich? Zum Beispiel Knöterich und Flussgras besorgen? Ach ja. Vergiss du bloß nicht die Baumschlangenhaut, Florfliegen und Blutegel. Blutegel? Äh, fiese Kreaturen. Aber ein bisschen Baumschlangenhaut habe ich in meiner Hütte. Brauchst das Zeug wohl für die Hausaufgaben, was? Äh, ja genau. Hausaufgaben für Zaubertränke. Okay, Harry. Wir machen einen Tausch. Du entgnomst mein Kürbisbeet und ich gebe dir etwas Baumschlangenhaut. Okay, Hagrid. Abgemacht. Okay, da mache ich jetzt kurz mal Pause. Also das ist jetzt hier ein perfekter Zeitpunkt gleich. Und danach gehe ich dann nicht mehr auf Toilette. Dann ist das wirklich jetzt das letzte Mal jetzt und das erste Mal vor allem auch. Meinst du, du kannst diese verdammten Gnomen aus meinem Kürbisbeet jagen? Wenn du es gut genug machst, dann kriegst du Baumschlangenhaut. Um die Gnomen zu werfen, drücke die Quadrat-Taste, dann geht's schneller. Je schneller du drückst, desto schneller wirfst du. Wenn du am Zaun ankommst, drückst du die Dreieck-Taste und schmeißt die kleinen Kerle so aus meinem Kürbisbeet raus. Wirf die Gnomen so weit weg, wie es geht. Du bekommst Punkte für Weite und Extra-Punkte für jedes Ziel, das du triffst. Hm, ich kenne das. So, Pause. Ach ja, äh, ja. Ich gehe mal kurz auf Toilette, drücke mal kurz hier auf Pause. Ich mache mal sicherheitshalber ein Safe-State. Sicher ist sicher. Und ja, dann sehen wir uns gleich wieder. Bis gleich, Leute. So, da bin ich auch schon wieder. Ich war jetzt kurz auf Klo und habe auch noch einen weiteren Schokoriegel gegessen. Das heißt, der Hunger sollte jetzt auch erstmal für eine Weile weg sein. Und let's go. So, Viereck. Und ich habe keine Ahnung, wie viel Kraft ich hier anwenden muss, um da überhaupt hinzukommen zu den ganzen Dingen. Ich habe keinen Plan. Ich mache einfach mal volle Pulle. Und das ist ein super... Ey, mein Aim ist echt on point hier. Also kannst du sagen, was du willst. Mein Aiming ist wirklich gut. Ich weiß, keine Ahnung, wie viele Punkte ich brauche, um diese Bildkarte zu bekommen. Aber das ist natürlich jetzt auch wieder das Ziel, dass wir jetzt direkt die Bildkarte bekommen. So wie damals beim Fuchsbau. Ich sage schon damals, als wäre das so lange her. Aber es ist schon über drei Stunden her. Deswegen, ja... Nochmal drei Balken. Damit könnten wir die Vögel treffen oder die Vogelscheuche. Ich nehme erstmal die Vögel. Aber da ist der Baum im Weg. Deswegen muss ich ein bisschen... Was war das denn? Oh mein Gott, war das schlecht. Okay, das wird jetzt sehr, sehr schwer. Aber auch beim Fuchsbau hatte ich auch so einen Failwurf. Das heißt noch nichts. Ich konzentriere mich jetzt erstmal auf die anderen Sachen. Ich nehme jetzt die Vogelscheuche in Angriff. Oder links dieses komische Fass da. Dieser Behälter. Ja, der Behälter ist es. Oh mein Gott. Und da war sogar... Da war sogar eine Mieze drunter. Ach ja. Wie viele Punkte brauche ich? Hagrid, hättest du mir das nicht mal sagen können? Ich möchte unbedingt diese Bildkarte. Ich werde Vogelscheuche haben. Jetzt kommt es drauf an. Hey, ich habe nicht... Irgendwie ist es gerade echt furchtbar. Ich habe ein furchtbares Aiming gerade. Was muss ich sowas von nochmal wiederholen? Der letzte Gnom. Komm, ich versuche nochmal die Vogeltränke da. Das Vogelbecken. Oh, 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 nee. Das ist aber auch echt. Das ist aber auch schwer zu treffen. Kriege ich jetzt trotzdem meine Bildkarte? Oder muss ich jetzt... Fantastisch. Deine höchste Punktzahl aller Zeiten. Machst das gut. Schön, Harry. Da. Hast etwas Baumschlangenhaut verdient. Aber ich kriege doch auch noch eine Bildkarte normalerweise, oder nicht? War lustig, oder, Harry? Möchtest du nochmal spielen? Ja, muss ich ja. Ich habe ja keine Bildkarte bekommen. Ich gehe mal zuerst... Ich mache jetzt hier ein Safe State und gehe dann immer nur auf die Vogeltränke da vorne. Ich will unbedingt hier alle treffen. So, das fängt doch schon super an. Guck mal. Das war ein Wahnsinnswurf. Ja, ja, das war brillant. Wobei, das ist ja nicht wirklich ein Becken da, was man da sieht, oder? Das ist einfach nur so ein, so ein, so ein... Keine Ahnung, so ein... So ein Rednerpult quasi für die Vögel. Keine Ahnung. Hat Dumbledore wahrscheinlich ihn nicht mehr gebraucht. Hat das Hagrid gegeben, so nach dem Motto, ey, brauchst du das hier? Ja, ja, gib mal her. Und hat das ja hier und hier nur in seinen Garten reingestellt. Ach, was weiß ich. So, jetzt brauche ich ihn genau mit dir. Oh, das ist die Vogelscheuche. Die wollte ich gar nicht. Hä, was? What? Okay, das ist Betrug, weil das ging genau auf die Vogelscheuche. War zwar nicht mein eigentliches Ziel. Aber der muss doch trotzdem sitzen. Das kann mir doch keiner erzählen. Das ist doch nicht euer Ernst jetzt hier, oder was? Ach, Leute. Macht mir das doch nicht so schwer hier. So, das ist wieder... Das ist gut. Ah, es gibt nur 100. Das ist das am weitesten entfernte Ziel. Und es gibt nur 100 Punkte. Das lohnt sich fast gar nicht. Ich meine, gut. 100 Punkte ist wahrscheinlich das Maximum, was man so holen könnte, wenn man ganz nach hinten schleudert. Und dennoch gibt es nochmal das normale, die normalen 62 Punkte. Ja, das ist schon gut, aber... Weiß ich nicht. So, jetzt hole ich mir das... Komm, bitte das fast. Komm, 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 komm. Es ist knapp. Ja, hallo, Mizi. So, das müsste doch jetzt schon reichen. 700 Punkte. Oder braucht man 800 dafür? Der gibt mir doch eine Bildkarte, oder nicht? Oder bilde ich... Das muss doch so sein. Ich meine, das kann man später nachholen, aber wie gesagt, ich möchte das jetzt haben. Ich state das jetzt. Ist ja nur eine Zeit... Es spart ja nur Zeit. Lass uns das so machen. Bis ich die da getroffen habe. Nein. So, bis wir das haben. Das mache ich nämlich jetzt nicht nochmal alles von vorne. Komm, triff. Hey, komm, das ist Betrug mit dieser Vogelscheuche. Hier, wirklich. Schön, dass die Musik auch immer neu anfängt. He, 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 he. Ach, Junge, das war doch. Das ist Wahnsinn. Kriegst du dich hin. Die ist aber auch echt schwer zu treffen, diese scheiß Vogelscheuche. Jetzt habe ich sie. Ne, wieder nicht, oder? Doch. Gut. Gib mir die Bildkarte um 300. Ach, deswegen gibt die 300, weil sie so schwer zu treffen ist. Jetzt haben wir sogar 1000. Sehr gut. War ein bisschen gemogelt, aber es ist ja nur ein Timesafe. Ich hätte es ja irgendwann sowieso geschafft. So, gib mir die Bildkarte jetzt. Neue Bestleistung, Harry. Edgar Struger. Edgar Struger, danke. War lustig, oder? Nein. Auf in die Winkelgasse. Ups. Da muss ich nochmal meinen Schokoriegel ein bisschen. Da muss ich ein bisschen aufstoßen gerade. Auf in die Winkelgasse. Oder sind wir noch nicht in der Winkelgasse? Doch, eigentlich schon, oder? Danke, dass du meine Kürbisse gerettet hast, Harry. Ich hoffe, du kannst die Baumschlangenhaut brauchen. Verdammt. Wir haben die Zeit vergessen. Lauf schnell zum Quidditchfeld. Dein erstes Spiel gegen Slytherin. Das ist auch nett. Da bist du ja. Schnell, Quidditch fängt gleich an. Hast du Flussgras und Knöterich bekommen? Ich habe etwas Flussgras. Aber das war schon schwer genug. Los jetzt. Wir kommen zu spät zum Quidditchfeld. Ja, wir werden hier eingesperrt. Wir können nicht weiter. Wir müssen jetzt Quidditch spielen. Ob wir wollen oder nicht. Okay. Ich bin bereit. Ich bin bereit. Quidditch-Übungsgelände. Ich bin bereit. Jetzt kommt der Härtetest. Seid ihr bereit, Leute? Und hier sind wir für dieses wichtige Quidditch-Spiel zwischen Slytherin und Gryffindor zusammengekommen. Ein spannender Moment. Slytherin führt mit 60 zu 0 Punkten auf den schnellsten Rennwesen, die die Welt je gesehen hat. Auf dich kommt es an, Harry. Hol den Schnatz, nur so können wir gewinnen. Du musst Malfoy schlagen. Ich kann diesem Klatscher nicht ausweichen. Was ist los? Alles klar, Narbengesicht. Jemand hat den Klatscher verhext. Da ist der goldene Schnatz. Valfoy ist dran. Und Potter fliegt hinterher. Und sie jagen dem Schnatz nach. Er fliegt auf die Pfosten zu. Unglaublich. Ich habe sie aus den Augen verloren. Oh mein Gott, diese Dynamik. Diese Dynamik in diesen Videosequenzen. Das ist ja unfassbar. Da fiebert man richtig mit. Ein kleiner Spank auf den Arsch. Jetzt wieder spank ich dich. Komm her. Komm her. Komm jetzt. Nächster Angriff. Jetzt habe ich dich gleich. Wusch. Komm jetzt. Komm her. Attacke. Uuuh. Okay, auf einmal öffnet sich hier so ein Tor. Unglaubliche Szenen spielen sich hier ab. Der große Harry Potter gegen seinen ewigen Widersacher. Draco Malfoy. Jetzt macht er Ringe, ne? Also sollte er irgendwann mal machen? Ja. Okay. Das ist doch hier viel zu eng für Ringe. Dramatische Szenen. Die Musik verdeutlicht diese dramatische Szenen. Oh. Diese unglaublichen Szenen hier. Er kommt dem Schnatz bedeutend näher. Wird er dem Druck standhalten können? Er steht 60 zu 0 für Slytherin. Es muss jetzt ein Wunder geschehen. Er muss den Schnatz fangen. Anders kann Griffin doch heute nicht mehr gewinnen. Werden sie es schaffen. Die Frage ist, ob ich es gleich hinbekomme, das... Es gleich hinbekomme, den Schnatz zu fangen. Ob ich die Nerven habe? Ich weiß es nicht. Ich habe keine Ahnung, Leute. Ich muss es rausfinden. Ich bin viel zu nah an dem Schnatz dran. Das ist nicht gut. Ich muss ja auch irgendwie noch die Ringe einsammeln, wenn ich zu nah dran bin. So, jetzt gehst du ab. Oh, nee. Der Druck. Der Druck! Oh Gott, nee. Ach, shit. Nein. Komm schon. Oh Gott, das ist... Yes, ich habe ihn. Gryffindor gewinnt. Harry Potter vor. Fantastisch. Gryffindor hat das Spiel gewonnen. Achtung, Harry. Ah! Ah! An deiner Bösewicht-Lache müssen wir noch ein bisschen feilen, Draco. Oh, das Yellow Book. Äh, das Telefonbuch. Die gelben Seiten. Auch mit vertreten. Nice. Harrys Arm hing in einem merkwürdigen Winkel an ihm herab. Aber in seiner gesunden Hand hielt er den Schnatz. Ah, wir haben gewonnen. Professor Lockhart befahl Harry, stillzuliegen, während er versuchte, Harrys Arm mit einem Zauber zu heilen. An Harrys Schulter begann sich ein merkwürdiges und unangenehmes Gefühl auszubreiten, das sich bis in die Fingerspitzen zog. Sein Arm tat nicht mehr weh, aber er fühlte sich auch nicht mehr an wie ein Arm. Äh, tja, nun das kann schon mal passieren. So, Harry, dann troll dich mal hoch zum Krankenflügel. Madame Pomfrey wird dich dann schon ein wenig zusammenflicken. Einen Moment später kamen Dumbledore und McGonagall rückwärtsgehend ins Krankenzimmer und schleppten etwas, das aussah wie eine Statue. Gemeinsam hieften sie die Statue auf ein Bett. Es heißt, dass die Kammer des Schreckens tatsächlich wieder offen ist. Hermine flüsterte Harry zu, dass es an der Zeit sei, die Zutaten für den Vielsafttrank zu sammeln. Sobald dein Arm wieder gesund ist, solltest du zur Winkelgasse gehen. Es war mitten im Schuljahr, als Harrys Arm wieder gesund war. Und er befolgte Hermines Rat und fuhr mit dem Zug nach London. In der Winkelgasse traf Harry Hagrid. Oh ja, jetzt kommt die tollste Passage überhaupt. Wir reisen in die Winkelgasse. Dazu im Winter, das heißt, das passt ja umso mehr für das Weihnachtsspecial heute. Das ist wirklich, das ist wirklich richtig atmosphärisch jetzt hier. Die Winkelgasse. Es ist immer wieder ein Highlight hier in diesem Spiel hier, hierher zu kommen. Ich hab das immer so geliebt hier. Die ganzen Geschäfte, die man hier, die man hier besuchen kann. Auch die Schilder, wenn man, von den Geschäften, in die man nicht rein kann. Ja, die Winkelgasse. Diesmal müssen wir nicht zu Gringotts. Geh jetzt und kauf, was du brauchst, Harry. Bin im Pub, um ein paar alte Freunde zu treffen. Treffen uns dann dort. Ja, ja, sauf dir mal ein und danach gehen wir wieder zurück. Ja, da sind wir. Im schönen Winter. Hm, machst du nix? Oh, ich wünschte, ich hätte auch noch Urlaub, aber ich hab nur noch einen einzigen Urlaubstag dieses Jahr. Und den nehm ich am 2.1. Also hab ich eigentlich, ja, keine mehr dann. Also in diesem Jahr keine mehr. Okay. Oh, nein, Grayscreen. Och, nein, das kann doch nicht wahr sein. Och, nee. Was ist denn jetzt? Harry, ich hab den perfekten Ort für die Herstellung des Vielsafttranks gefunden. Das Klo der maulenden Myrte im Oberschloss. Es ist sicher, hier kommt keiner mehr hin. Kommt, sobald ihr alle Zutaten habt. Termine. Ja, aber das ist noch nicht... So weit sind wir noch nicht. Aufgrund von Tageslichtdiebstahl geschlossen. Ab 7 Uhr wieder da. Ha. 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 Ja, so kann man die Nacht natürlich auch verteufeln. Bitte entschuldigen Sie die kurzzeitige Schließung. Wir sind noch mit Aufräumarbeiten nach dem letzten Besuch Gilderoy Lockharts beschäftigt. Ja, hoher Besuch. Pff. Bin mal kurz zaubern, gleich zurück. Oli Vanders ist nicht da? Das müsste Oli Vanders sein. Wieso ist er denn nicht da? Das kann er sich doch gar nicht erlauben. Schöne Augen, Schützer Potter. Hat deine Mom die gemacht? Oh, ich vergaß. Malfoy, du bist fast so witzig wie Filch. Geh mir aus dem Weg. Okay, vier Augen. Ach ja, ich habe ein paar nette Überraschungen für dich in dem Laden gelassen. Viel Spaß. Ach, die haben einfach Four Eyes mit vier Augen übersetzt. Also Brillenschlange quasi oder Brillenträger. Einfach wortwörtlich übersetzt. Das ist so legendär einfach. So gehen wir rein in die Apotheke. Hilfe! Hilfe! Jemand hat eine Wichtelbande ausgesetzt. Sie brechen mir die Bude ab. Du bekommst alles, was du willst, wenn du die Wichtel davon abhalten kannst, meine Laden zu zerstören. Ich will den schönen Weihnachtsbaum, den du da rechts hast. Der ist sehr schön. Ciao! Piss dich! Verschwinde! Ciao! Mach einen Abflug! Zack! Ciao! Ciao! Oh, es läuft. Aber wir müssen noch ganz schön viele hier rausbefördern. Geht aber. Einen habe ich am Anfang verpasst, ansonsten habe ich sie alle. Ist ja auch nicht schwer. Oh, der hat sogar eine Weihnachtsmütze auf! Wie? Schön ist das hier! Der auch! Aber nicht alle. Das ist aber nicht das mit der Pfauenfeder, oder? Die ich jetzt gleich holen muss hier. In seinem Nebenraum. Vielen Dank! Wie kann ich dir danken? Gibt es hier ein Blutegel? Da bist du ja! Danke nochmal! Ach, das war ja der senile alte Verkäufer. Da bist du ja! Das passt einfach gar nicht, dieser Dialog. Ist wahrscheinlich auch wieder ein Übersetzungsfehler. Wahrscheinlich haben sie There you go, als Da bist du ja übersetzt, oder so. Oder There you are. Oder Weiß nicht, was hätten sie denn? Ach, keine Ahnung. Wahrscheinlich ein Übersetzungsfehler. Genau wie bei Four Eyes. Vier Augen. So, ja, schließ mal lieber ab. Hier wird getuschelt und getuschelt. Und da ist diese freundliche alte Dame. Oh, was für ein netter junger Mann. Übertreib es nicht, Junge. Mein Komplimentenvorrat ist leer. Verschwinde! Okay, nee, glaubst du selber nicht. Übertreib es nicht, Junge. Übertreib es nicht. Okay, ich übertreib es wirklich nicht. Wo können wir denn jetzt noch hin? Hier ist geschlossen. Wir können in die magische Menagerie und das machen wir auch. Okay. Willkommen in der magischen Menagerie. Hier sieht es gar nicht weihnachtlich aus, oder? Besser so. Wie kann ich helfen? Könnte ich einige Florfliegen bekommen? Ich habe tatsächlich ein paar Florfliegen im Lager, aber sie bewegen sich einfach zu schnell für mich. Sie verstecken sich in einer dieser Kisten. Wenn du fünf fangen kannst, dann gehören sie dir. Du musst alle Fliegen rechtzeitig aufsammeln. Okay. Ist oben. Bum, 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 bum. Muss ja unten sein. Ist immer oben, unten. Also oben, unten, oben, unten, glaube ich. Immer im Wechsel. Ja. Aber ich will mir gleich nochmal dein 2 FPS Aquarium angucken. Da ist es. Oh, ist das wunderschön hier. Und der hat auch so einen kleinen Mini-Tannenbaum. Das ist echt knuffig gemacht hier, finde ich. Das ist schon eine schöne Stimmung. Schon irgendwie so weihnachtlich jetzt hier. Ich meine, vielleicht stelle ich mich gleich mal nochmal vor dem Weihnachtsbaum. Einfach nur, um ein schönes Thumbnail zu haben. Das ist ja auch eine Möglichkeit, oder? Ich habe ja noch ein bisschen Zeit. Ich habe ja noch Zeit, ne? Man hat ja sonst nichts zu tun. So, meine sieht nicht so cool aus, so in der Sicht, ne? Cutscenes wären besser, aber ich muss mal was überlegen. Wo? Da hinten. Okay. Hi. Wir haben sie alle. Yay. Sehr gut. Du hast alle Fliegen gefangen. Ich werde sie nicht vermissen. Zisch ab. Zisch ab. Okay. Das Aquarium. Es ist so schön. Guckt euch das an. Ich glaube, mit 2 FPS habe ich ein bisschen übertrieben. So viel ist das nicht. Einfach eine Dia-Show. So, und jetzt müssen wir nur noch, äh, Blutegel haben wir, Floorfliegen und irgendwas anderes. Oh, jetzt kommt das mit dem Pfau, oder? Oder war das im ersten Teil? Ich weiß nicht, müssen wir zu Gringotts noch? Nee, ne? Goblin-Feiertag. Heute geschlossen. Ja, irgendwas ist immer, ne? Irgendwas ist immer. Ja, ja, ja. Ja, 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 ja. So, da haben wir, da waren wir schon. Jo. Ach, das war's schon. Wir sind schon fertig. Jo, alles klar. Das war's. Das sehe ich auch so. Es war ein netter Ausflug. Es war leider ziemlich kurz, aber... Ja, deswegen ist das immer was Besonderes. Gerade weil man da halt nicht so lange ist in diesem Spiel. Es ist schön gewesen, da gewesen zu sein. Es war schön. Sehr gut. Ihr habt alle notwendigen Zutaten besorgt. Und? Hast du gemahlenes Horn eines Zweihorns bekommen? Ja, aber ich musste letzte Nacht in Snapes Büro einbrechen. Also ich würde mich nicht trauen, nachts in Snapes Büro rumzuschleichen. Hier hast du Flussgras und Knöterich. Und hier? Baumschlangenhaut, Florfliegen und Blutegel. Wie lange braucht der Vielsafttrank? Leider brauchen wir noch ein paar Extras. Etwas von Krabby und Goyle. Ich habe mir bereits ein Haar von Millicent Bullsroad besorgt. Du willst doch nicht sagen, dass wir uns in Krabby, Goyle und Millicent Bullsroad verwandeln, oder? Naja, vor allem in Krabby und Goyle. Sie sind schließlich die einzigen, denen Malfoy vertraut. Er würde ihnen alles sagen. Ihr wollt doch auch herausfinden, ob Malfoy der Erbe Slytherins ist. Natürlich, aber ich hoffe nur, dass die Wirkung des Vielsafttranks nicht zu schnell nachlässt. Das wird sie nicht. Ron, am besten versuchst du nach dem Mittagessen ein Haar von Krabby und Goyle zu besorgen. Sie legen sich immer etwas hin, wenn sie vollgefressen sind. Ich habe kein gutes Gefühl dabei. Los, komm Ron. Lassen wir Hermine in Ruhe den Trank zubereiten. Ja, machen wir. Es ist ein sehr schwieriger Trank. Es ist ein sehr schwieriger... Ja, ich glaube dir das. Okay. Auch krass, wie die da gerade Michael Jordan-mäßig die Zutaten einfach da reingeschmissen haben in den Kessel. Meine Fresse, das ist... Das ist ein Mädchen-Klo. Du bist kein Mädchen. Verschwinde! Mein Leben war schon elend, während ich hier lebte. Und jetzt machen wir die Leute auch noch den Tod schwer. Ja, aber das war doch gar... Verschwinde! Ja, aber das hättest du doch zu Ron auch sagen können. Warte mal, ist hier nicht... Achso, das ist der normale Ausgang. Ich dachte, hier gibt es vielleicht auch nochmal irgendwo einen... Ich meine, hier gibt es noch einen anderen Weg. Irgendwohin, habe ich mal gehört, aber... Ich dachte vielleicht noch eine andere Tür oder sowas, aber nee. Können wir jetzt nochmal ein bisschen rumlaufen im Schloss? Das wäre ganz cool. Ich würde ganz gerne nochmal so ein bisschen erkunden, aber wir haben Verdimilius halt noch nicht mal. Also das bringt halt aktuell nichts. Es bringt nichts, noch Geheimgänge zu finden, wenn ich da sowieso... Na, wenn ich die sowieso alle schon... Wenn ich da sowieso nicht weiterkomme. Dann können wir auch einen ganz normal weiterspielen. Ich mache, by the way, mal wieder ein Safe State. Immer mal wieder sicherheitshalber. Hogwarts ist wie ein Labyrinth. Am besten folgst du dem Teppich, wenn du zurück zum Gemeinschaftsraum möchtest. Ich gehe wohl besser und versuche, Haare von Krabby und Goyle zu finden. Viel Glück! Wir sehen uns später im Gemeinschaftsraum. See you around, like a donut. Da gehe ich einmal kurz rein. Ich glaube, da war ich schon. Aber ich versuche es nochmal. Ich gucke nochmal. Man kann es ja mal tun. Ich hätte davor eigentlich auch speichern können. Wenn da nichts drin ist, hätte ich wieder neu laden können. Und dann hätten wir uns die Ladezeit gespart. Ah, das ist natürlich so eine... Das hätte ich natürlich machen können. Aber da waren wir noch nicht. Ich hoffe, hier können wir alles holen. Auf jeden Fall gibt es wieder ein paar Hauspunkte. Da oben ist die Karte, die Bildkarte. Ach komm, die holen wir uns jetzt. Das muss jetzt einfach sein. Die müssen wir uns jetzt holen. Ich muss mir halt auch einfach die Geheimgänge merken, wo ich schon war, wo ich nicht war. Das wird gerade für später wieder wichtig werden. Was war das denn? Oder gewittert das gerade? Hä? Was ist das denn für Geräusch? Holy shit, man. So, erstmal die drei. Wir nähern uns der vier-Stunde-Marke. Aber es war von Anfang an klar, also... So. Und jetzt gibt es die Bildkarte schon. Das wäre so... Das wäre echt... Einfach. Kann ich mir gar nicht vorstellen, dass man die so leicht bekommt. Aber eigentlich... Ach gut, das sind nicht alle Bildkarten so schwer zu bekommen. Jetzt muss ich nur noch den Sprung hier schaffen. Harry, du schaffst das! Oh mein Gott! Jo, er ist locker. Adalbert Schwafel. Natürlich. Der Allerechte. War ein guter Schwafler. Genauso wie ich. In meinen Let's Plays. Eigentlich hätte ich da auch sein können. Peefs! 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 Hm. Achso, jetzt muss ich hier... Ne, warte mal. Das war doch schon wieder dieser... Ich hätte durch den Geheim... Ja, okay. Heißt das, Peefs nervt gleich wieder? Wenn ich da jetzt durchgehe? Hm. Es ist jetzt gerade übrigens 19.05 Uhr bei mir. Ich glaube, das mit dem Döner wäre teurer nichts mehr. Also ich glaube, ich werde jetzt in den nächsten zwei Stunden dieses Spiel nicht beenden. Und selbst dann wird mir das eigentlich ein bisschen zu knapp, also... Nö. Ist egal. Ich lasse mir alle Zeit der Welt. Zum Untergeschoss Hogwarts. Bohnentechnisch... 297. Okay. Gleich 300 Bohnen wieder. Ich meine, hätte ich die nicht ausgegeben, dann hätte ich das schon gehabt jetzt. Aber man erreicht ja auf jeden Fall die 500 Bohnen noch irgendwie. Das kriegen wir auf jeden Fall noch hin. Und wenn ich die 500 habe und die Chance habe, gehe ich in den Raum rein. Wird der denn sofort geöffnet, wenn ich 500 Bohnen habe? Ich denke schon, ne? Da hast du noch einen Geheimgang. Hier aber auch. Oh Gott, da muss ich rein, Leute. Da müssen wir auf jeden Fall rein. Da müssen wir rein. Wenn wir jetzt mal hier sind, wie oft kriegen wir noch die Chance, so frei herumzulaufen? Wenn wir die ganze Zeit nur storymäßig unterwegs sind. Ah, ha. Was haben wir denn hier? So, ein Gras. Oh, das gibt Punkte. Das ist gut. Oh, der rastet auch ein, ne? Ne, noch nicht. Oh, Flipendo. Und wie durch Zauberhand kommt ein anderer Tisch. Es ist so schön. 300 Bohnen, by the way. Und hier kann man durch die Wand schauen. Ich meine, das kann man fast überall. Also, das ist jetzt nichts Neues. Kann man so ein bisschen sehen, wie das Schloss von außen aussehen würde. Oder wie es gerade... Welche Tageszeit wir gerade haben. Weil wir haben ja keine Uhr oder sowas. Also, man weiß ja nie, wie spät... Man kann da... Ja gut, man kann ja ahnen, es ist noch nicht so spät. Weil da oben scheint die Sonne halt durch wie sonst was. Aber ja. Ah, ich nehme dich mal mit. Ganz ehrlich, komm. Ist ja Sünde, wenn den hier keiner isst. Er wartet hier die ganze Zeit drauf, dass er endlich verspeist wird. Zack, zack. Okay. Oh, hier gibt es eine Bildkarte. 100%. Doch, doch. Hier gibt es eine. Es wird doch Zeit, dass wir mal ein paar mehr bekommen. Weil ich habe aktuell nur 13 von 24. Ich meine, gut, durch die... Durch die Duelle bekommen wir halt auch noch einige Bildkarten. Aber... Oh, das ist auch so schön. Aber wir brauchen einfach auch noch... Noch mehr. Und wir hatten eine ganz schön lange Zeit, nur 12 von 24. Also, ich habe eine ganz schön lange Zeit, dass nichts mehr eingesammelt. Deswegen... Tut das gerade gut, mal wieder ein paar zu bekommen. Ich nehme jede Bohnen mit, die ich kriegen kann jetzt. Ich will unbedingt die 500 erreichen. Vorher gebe ich keine Ruhe. Das ist Merlin. Oh, Black Screen. Gut. Hier ist also... Wir sind also auf dem Turm hier. Da ist die Hogwarts-Flagge. Geil. Man sieht eigentlich... Guckt ihr euch da an. Aber von der... Wie kann das da so dermaßen durch die Fenster scheinen, wenn wir so einen Untergang haben? Verstehe ich nicht. Naja. Man muss nicht alles verstehen. Das ist ein magischer Ort. Ich will keinen Fall schaden. Ich kriege auch keinen. Nice. So. Ja, das war doch nett hier drin. Da oben war... Da hinten war aber noch ein weiterer Geheimgang. Ich weiß aber nicht, ob wir den schon hatten. Aber gut. So viel umgeschaut haben wir uns jetzt auch noch nicht in der Gegend. Ich meine, da hinten ist ja auch noch mal einer. Und wo geht's hier hin? Ah, Verteidigung gegen die dunklen Künste. Und das hier? Ach, das ist nur der Ausgang. Genau. Hier ist man am Ende des Raumes, wo man dann war. Ist man hier wieder durchgekommen. Ah, okay. Komm zu mir? Nö. Kein. Komm zu mir. Zum Ritterzimmer. Ich glaub, das sind ganz viele rote Bohnen, wenn ich mich recht entsinne. Oder gelbe. Ja, alle möglichen Farben. Ach, das hat mich ja damals verwirrt. Das steht zum Ritterzimmer, aber das... Der Raum ist nur der Vorraum da quasi davon. Das Ritterzimmer ist tatsächlich erst da hinten. Aber ist mir egal, weil das Ritterzimmer gibt auch wieder gut Bohnen. Hallo? Hi. Hi. Wo gehen wir denn jetzt als erstes lang? Will ich erstmal... Ja, ich geh erstmal hier lang. Vielleicht kommt da noch irgendwas. Ich dachte gerade, der hat den Finger in der Nase. Aber der hat nur eine nachdenkliche Pose. Zum Büro von Professor Dumbledore. Nicht abschließen, bitte. Ach, das ist da hinten, das Büro von Dumbledore. Ja, aber da können wir ja gleich immer noch hin. Lasst uns erstmal jetzt hier das... Dann bin ich da. Okay, dann muss ich erstmal den anderen Weg einschlagen. Das weiß ich ja immer nicht, wo ich da genau... Ja, dann müssen wir jetzt erstmal hier rein. Und wo kommen wir raus? Okay, es gibt einen neuen Ladescreen. Das heißt, da kommt jetzt wieder irgendwas Größeres. Nehme ich an. Okay. Der Ladescreen. Ein Minigame vielleicht? Hmm. Ich habe das Gefühl, hier können wir auch wieder nicht alles holen. Aber ich werde es versuchen. Aber die Frage ist, soll ich die Bohnen nicht lieber weglassen dann? Ich kann sie ja gleich sammeln, wenn hier... Wenn man hier wirklich... Ich kann die am Anfang ja erstmal da lassen, weil daran wird es ja nicht scheitern. Und falls es doch möglich ist, hier alles zu holen, dann hole ich sie mir halt gleich. Das ist ein guter Kompromiss, finde ich. Das heißt, ich muss nicht alle Bohnen sammeln, aber... Halt schon noch ein paar. So, ich glaube, ich muss erst durch die Tür, weil da brauchen wir jetzt dieses Gebläse... Diese Gebläse... Das... 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 Ja. Wir müssen hier diesen Luftstrom da irgendwie da... Bekommen und sonst wird das nämlich nichts. Und dann werden wir da rüber geblasen und anders geht das nicht. Okay, wir müssen da unten durch die Tür. Okay. Greifst du mich an? Ja. Oh mein Gott. Soll ich mein Leben aufs Spiel setzen für eine Bohne? Ja. Außerdem brauche ich hier diese Höhe, um da rüber zu springen. Okay, aber der ist jetzt auch dauerhaft an, oder was? Muss ja nichts draufstellen oder sowas. Ich meine, da sind Füße abgebildet. Das heißt, das wird immer noch sein, ne? Der ist jetzt eingerastet, der Button. Ja. Okay. War doch gar nicht so schwer. So, jetzt. I believe I can fly. Vingarium Liviosa. Aber was bringt der jetzt genau? Achso, dass das eine Bildkarte ist. Die... War die denn in dem Raum schon? Ne, war sie wahrscheinlich nicht. Sonst hätte man sie ja anschießen können. Oder man kann sie nicht anschießen und sie schwebte die ganze Zeit hier ganz oben, da. Irgendwo da, vielleicht. Ich habe jetzt nicht genau drauf geachtet. Ach, Merlin. Cassandra Wablacki. Achso. Ja, die ist auch gut. 15 von 24. Das ist doch herrlich. Guckt euch das an. Es wird langsam mehr. Bringe Hermine... Hermine die Zutaten ins Milch, den Klo. Joa. So, ich habe jetzt alle eingesammelt. Ja, jetzt sind wir ja fertig. Das ist ja ein guter... Wie gesagt, ein guter Kompromiss gewesen. Das passt. Und jetzt können wir den... Den anderen Weg einschlagen, wo ich eben schon war. Denn da ist ja auch nochmal ein Geheimgang. Wir müssen jetzt... Was müssen wir nochmal machen? Die Haare holen, ne? Aber... Wo genau müssen wir jetzt eigentlich nochmal hin? Ich weiß es gar nicht mehr. Also... Ich weiß es wirklich nicht. Keine Ahnung. Ich mache jetzt hier erstmal ganz normal weiter. Das wird sich schon ergeben. Das passt. Okay. Vielleicht ist das ja auch richtig, wie ich hier lang laufe. Ich glaube aber nicht. Betreten verboten. Hm. Schade. Ich glaube, da kommt man auch leider nie rein. Aber schön, dass man zumindest zeigt... Oh, hier wäre es theoretisch, aber... Ja. Wäre natürlich cool, wenn man da hätte reingehen können oder so, aber... Hä. Man kann nicht alles haben. So, jetzt möchte ich aber nochmal eine Bildkarte haben, wenn ich ganz ehrlich bin. Komm, gib mir nochmal eine Bildkarte. Oder ganz viele Bohnen. Und am Ende dann eine Bildkarte. Beides. Wäre schön. Aber die 500 Bohnen, das ist jetzt nicht mehr so weit weg. Selbst wenn man da am Anfang die Bohnen da weg... Wegtauscht. Ich meine, ich wurde ja nicht mehr gefragt von Fred und George, ob ich die wirklich ausgeben möchte. Die haben einfach gesagt, yo, guck mal, du hast 50 Bohnen hier, hast du da. Okay, tot. Ähm. Willkommen zurück. Was hätte ich denn jetzt anders machen sollen? Es gibt keinen Sprungbutton. Gut, ich kann mich hier ein bisschen gerade ausrichten. Das ist richtig. Oder mache ich einfach mal so? Okay, das war schon viel besser. Hat man hier nicht ein Wettrennen gegen Peeves gemacht? Oder... Weiß ich auch nicht. Das ist ja wie im Heidepark hier. Let's go. Let's go. Ich glaube, hier gibt's keine... Hier gibt's nur Bohnen. Ich meine, was heißt hier nur Bohnen? Die brauche ich auch dringend. Jetzt sind's nur noch 98 Bohnen und dann haben wir's geschafft. Dann sind wir... Dann bin ich... Dann bin ich vor allem am Ziel meiner Träume. Und dann... Und dann hab ich endlich mal wieder diesen... Diesen verbesserten... Flipendo oder Expelliamos oder whatever. Den hab ich damals auch schon mal gehabt, aber halt nicht in dem Projekt, weil ich da einfach nicht dran gedacht habe. Ich hab da einfach nicht dran gedacht. Und da das alles vorproduziert war, konnte ich da halt nicht drauf reagieren. Auf die Kommentare, die vielleicht da waren, das weiß ich jetzt nicht mehr. Aber, ja. Ah. So. Kann ich hier runterspringen einfach? Joa. Das geht. Ja, wo muss ich denn jetzt nochmal hin, genau? Galerie. Da gehen wir doch auch nochmal rein. Ach, das ist der Raum. Ja, okay. Ey, ich... Ich weiß nicht, was... War ich da jetzt gerade schon drin oder nicht? Oder mhm, doch, war ich schon, oder? Wir müssen auf jeden Fall gleich mal mit der Story weitermachen. Ich bin hier schon wieder... Da war ich schon. Wahrscheinlich genau der Raum, wo ich gerade schon war. Ey, ja. Und jetzt gibt's wieder ein Ladescreen. Ich hasse alles. Ah. Okay. Dann lasst uns doch mal zu Fred und George. Ich weiß nur nicht mehr, wo lang es geht. Das ist ein bisschen das Problem jetzt. Ich kann jetzt nur, ja, einfach durch die Gegend laufen und hoffen, dass ich irgendwann mal Ron sehe. Mädchenklo ist ja eher... Nee, da kommen wir her. Also... Gut, dann gehen wir doch einfach mal hier weiter. Ich hoffe, ich sehe Ron gleich einfach irgendwo langlaufen. Das wäre sehr schön. Ich meine, auf jeden Fall geht es hier lang. Und dann wahrscheinlich hier lang und dann müsste ja eigentlich schon Ron sich irgendwie auch... Also müsste er irgendwo auch schon zu sehen sein normalerweise, weil so weit war ich auch noch nicht. So, hier müsste er jetzt irgendwo sein. Ja, gut, so weit. Okay, wo geht es hier lang? Okay, Ritterzimmer ist es nicht, also kann es nur dieser Weg hier sein. Hier, den Geheimgang habe ich schon. Den habe ich hier auch schon, den hier vorne. Beziehungsweise, den kann ich ja gar nicht nehmen hier. Ja, dann, komm... Komm... Komm zu mir... So, geht es jetzt einfach weiter? Es könnte sein, dass jetzt einfach der Verfolgungsjagd kommt, oder? So war das doch. Ah, Ron, hi! Harry, Krabby, Goyle und Malfoy sind in der großen Halle. Sie haben sich für den Duellierclub angemeldet. Welcher Lehrer wird da wohl unterrichten? Hoffen wir, dass es nicht Lockhart ist. Ich habe genug von ihm. Da war ich schon drin. Ich folge ihm jetzt einfach mal, das ist einfach jetzt. Ich folge dir auf Schritt und Tritt, Ron. Ah, jetzt müssen wir gleich duellieren. Uns duellieren gegen Malfoy. Und dann müsste es bald in den Verbotenen Wald kommen. Und diesen... Diesen Teil des Spiels mag ich auch so unfassbar gerne. Also, weil er so atmosphärisch ist, mit dem Mondlicht. Uh, da freue ich mich schon drauf. Das Spiel hat schon ein bisschen was zu bieten. Es ist natürlich spielerisch jetzt nicht so unfassbar anspruchsvoll. Aber es ist halt einfach so... Es ist nicht so fordernd. Es ist ganz entspannt. Man kann das relax. Einfach spielen. Ohne zu schwitzen. Und... Es ist einfach... Ich finde es abwechslungsreich. Von den Locations her auch. Harry, hast du gehört, dass Malfoy in der großen Halle jeden zum Duell herausfordert? Ja. Und noch niemand konnte ihn schlagen. Warum gehst du nicht hin und forderst ihn heraus, Harry? Du bist doch so gut. Los, Harry. Ich bin sicher, du kannst ihn schlagen und ihm damit sein dreckiges Grinsen aus dem Gesicht fegen. Das haben wir zwar schon im Quidditch getan, aber alles gut. Wobei, da hat er uns ausgelacht, weil Harry getroffen wurde vom... vom Klatscher. Ah, gut. Payback-Time. Jetzt gibt's Aufe Fresse. Und zwar vom Allerfeinsten. Wenn das nicht der berühmte Harry Potter ist. Ein Duell? Da bin ich der Richtige. Los, Harry, du schaffst es. Achte lieber auf die Kerzen, Potter. In ihnen sind Bonusflüche versteckt. Vertraue mir, denn du brauchst alle Hilfe, die du kriegen kannst. Oh, runde Eis. Let's go. Okay, let's go. Oh, nice. Nice ausgewichen. Oh, shit. Oh, Gott, ist der schnell. Oh, ne magische Kerze. Los, Harry. Ich werd die Kerze nicht aktivieren. Das kannst du knicken. Ich schenke dir nicht das. Oh, jetzt hier. Stirb. Diese Runde geht an Harry Potter. Das war Avada Kedavra. Wieso lebt der noch? Äh, bereit. Oh, der hat gesessen. Holy shit. Hey. Uah. Hehehe. Er hat richtig gesessen, oder? Komm her. Aua. Und jetzt nochmal. Expelliarmus. Ah, ein bisschen zu spät. Oh, jetzt kommt doch Serpensortier. Wenn man glaubt, man hat das Spiel im Griff, kommt ein neues Hindernis. Friss das, Potter. Serpensortier. Oh, nein. Ein Schlangenduell. Ey. Ey, ey, sag mal. Ey. Ich lauf auch noch extra da rein, ne? Das ist so dumm. Ich muss aufpassen, dass ich hier nicht sterbe. Von der Schlange. Ey, die trifft mich jedes Mal. Ich sterbe hier. Oh, mein Gott. Ey, jedes Mal. Wirklich, jedes Mal. Ich werde jetzt sterben, wenn ich nicht ausweiche. Oh, ist er. Sag mal. Kann doch nicht. Ich lauf immer in das Ding rein. Das gibt's doch nicht. Okay, jetzt konzentrier dich. Ich bin gleich tot. Einen hinten auch. Ich bin tot. Der große Harry Potter stirbt. No Death Run ist weg. Es, es kann doch nicht sein. Jedes Mal renne ich da rein. Was ist denn das? Das kann nicht sein. Der Junge, der überlebte, ist tot. Jetzt muss ich wieder gegen mehr erfreuen. Ne, okay. Ey, es ist ja nicht so schlimm zu sterben in dem Spiel, aber es ist trotzdem so unnötig. Wieso lauf ich denn jedes Mal in seine Rotze rein? Was muss ich denn machen, um auszuweichen? Ey, der trifft mich halt jedes Mal. Jedes Mal. Ich weich da nicht aus. Jedes Mal, wenn ich stehebleibe, werde ich angerotzt. Oh. Das hätte ich mal eben schaffen sollen. Okay, der No Death Run ist auch hier wieder gescheitert. Mal wieder. Und jetzt klappt es auf einmal. Ich verstehe es nicht. Es ist so merkwürdig. Naja, ist egal. Ich muss, ist das richtig? Man muss so ein bisschen antäuschen. Aber da werde ich auch schon wieder getroffen. Ist egal. Komm, bring das einfach zu Ende. Ist mir egal, wie das jetzt klappt. Ich will einfach nur hier durchkommen. Ich werde immer noch so oft getroffen von dem Viech. Ich finde, man hat auch so eine kleine Reaktionszeit nur. Ja, komm, egal. Ciao. Ciao mit V. Ah, Death Note wieder. Gleich mal Malfoy eintragen da. Rasend vor Wut und erreg zwischend glitt die Schlange direkt auf Justin Finch Fletchley zu. Aber bevor sie ihn erreichen konnte, stürmte Harry nach vorn und schrie, weg von ihm! Zumindest dachte er, dass er dies rief. Als er Justin ansah, wurde er mit einem bösen Blick bedacht. Was treibst du da eigentlich für ein Spiel? Die Schlange sackte zu Boden, friedlich wie ein dicker, schwarzer Gartenschlauch. Aber warum starrten Justin und alle anderen auch ihn an, als sei er der Teufel persönlich? Du bist ein Parselmund, Harry. Warum hast du uns das nicht erzählt? Harry hatte keine Ahnung, was ein Parselmund war. Also erklärte Ron ihm die Sache. Du kannst mit Schlangen sprechen, Harry! Hermine erklärte Harry, dass Salazar Slytherin dafür berühmt war, dass er mit Schlangen reden konnte. Die ganze Schule würde jetzt davon ausgehen, dass er der wahre Erbe Slytherin sei und damit auch verantwortlich für die Angriffe. Dumbledore war nicht in seinem Büro, als Harry dort ankam. Es war ein sehr interessanter Raum, und Harry entdeckte auch den sprechenden Hut. Als er sich ihm näherte, sprach der Hut ihn an. Du fragst dich, ob ich dich in das richtige Haus gesteckt habe. Aber ich bleibe bei dem, was ich schon gesagt habe. Dir wäre es in Slytherin gut ergangen. Harrys Magen krampfte sich zusammen, und er sagte dem Hut, dass er sich irren müsse. Plötzlich hörte er hinter sich ein merkwürdig würgendes Geräusch und wirbelte herum. Harry schrie vor Schreck auf, als der Vogel in Flammen aufging. Aber er wurde schöner als zuvor aus der Asche wiedergeboren. Dann ging die Bürotür auf, und Dumbledore trat ein. Fawkes ist wirklich ein schöner Phönix, oder Harry? Harry nickte, war aber immer noch wie erstarrt von dem Anblick des in Flammen aufgehenden Vogels. Dumbledore erklärte ihm, wie faszinierend ein Phönix sein kann. Sie können unglaublich schwere Lasten tragen, und sie sind außerordentlich treue Haustiere. Dumbledore fügte hinzu, dass er nicht daran glaubte, dass Harry die Leute in Hogwarts angegriffen habe. Und er fragte Harry, ob es etwas gäbe, was dieser ihm erzählen wolle. Harry dachte an die körperlose Stimme, die er gehört hatte, und seine Angst, dass ihn irgendwas mit Salazar-Slytherin verbannt, wuchs. Aber letztendlich sagte er nichts davon, und Dumbledore begleitete ihn hinaus. So, ich bin gerade am überlegen, ob ich jetzt gleich die Duelle machen soll, jetzt schon mal. Dass wir die schon mal abgeschlossen haben. Das wäre natürlich eine Möglichkeit, wenn ich dann jetzt schon alle... Jetzt, da alle wissen, dass du Puzzle sprichst, denken sie, du bist der Erbe Slytherins. Aber du glaubst das nicht, oder? Natürlich nicht. Du bist niemals der Erbe, Harry. Danke. Wir müssen den Vielsaft-Trank fertigstellen und beweisen, dass Malfoy der Erbe Slytherins ist, um deinen Namen reinzuwaschen. Won, hast du die Haare von Krabby und Goyle? Ja, aber das war ganz schön schwierig. Okay, ich bin sicher, dass ich alles richtig gemacht habe. Wenn wir den Trank genommen haben, haben wir nicht mehr sehr viel Zeit, bevor wir uns zurückverwandeln. Was jetzt? Wir nehmen uns jede einen Becher Zaubertrank, fügen die Haare hinzu und trinken ihn dann. Mir ist immer noch ein wenig mulmig. Bereit? Bereit. Muss wohl. Eins, zwei, drei. Und runter damit! Alles klar bei euch? Ja, unglaublich. Unglaublich. Okay, let's go. Oh nein, jetzt kommt der Verfolgungsjagd. Jetzt müssen wir gleich Malfoy verfolgen, glaube ich, wenn ich mich recht entsinne. Oh mein Gott. Ah, ich habe immer das Gefühl, ich hätte mehr Bildkarten jetzt haben müssen bis zu dem Zeitpunkt, aber ich weiß nicht. Ist das wirklich so? Es wird natürlich problematisch, wenn wir irgendwann welche... Er hat gesagt, es könnte ein Problem sein, dass Krabby und Goy größer und fetter sind als wir. Okay, ich versuche nicht über irgendwelche Löcher zu sprengen. Wir sollten uns beeilen, bevor die Wirkung des Vielsaftranks nachlässt. Wir müssen den Gemeinschaftsraum der Slytherins finden. Hoffentlich können wir einfach jemandem folgen. Da ist ein Slytherin, schnell! Folgen wir ihn! Achso, wir folgen nun in einem Random und das ist gerade Peak-Synchron-Arbeit einfach. Oh mein Gott. Oh nein. Holy shit. Und natürlich ist das... Das ist der ganz normale Weg zum Slytherin-Gemeinschaftsraum. Es ist so klar. Ey, die Bohnen will ich haben. Oh, egal. Zu spät. Ich brauche doch... Ich brauche doch noch 100 Bohnen. Komm. Komm, ich will einfach nur 500 Bohnen haben. Und dann sind mir die Bohnen sowas von egal ab dem Zeitpunkt. Oh, da könnte man auch lang, aber... Naja, komm. Später dann. Auch wieder eine Bohne verpasst. Nee. Der ganz normale Weg zum Gemeinschaftsraum. Man kennt ihn. Alles in Ordnung. Ich hab dich. Hi. Ich hab dich überholt sogar. Und jetzt legt er den Turbo ein. Es ist so geil. Ach man, ich liebe dieses Spiel. Dö, 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 dö. Diese epische Verfolgungsmusik. Dö, 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 dö. Und man denkt, man hat's geschafft, aber... Hier kommt die zweite Runde. Dö, 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 dö. Oh, jetzt wird's hier sogar ein bisschen... Hoah. Denkt dran, das ist nicht Harry Potter gerade. Das ist hier nur... Crabby oder Goyle. Ich weiß gar nicht, wen ich hier jetzt habe. Ist ja eigentlich auch völlig egal. Alter, das ist hier einfach, wenn Eltern von ihrem damaligen Schulweg erzählen. Das ist einfach... Wahnsinn hier. Ich darf da nicht rüberspringen. Mit Harry Potter wäre das kein Thema, aber so geht das leider nicht. Aber ich krieg gute Bohnen. Also ich krieg echt viele Bohnen hier. Oh ja, mehr Bohnen, mehr Bohnen, mehr Bohnen. So, wir haben's gleich, glaube ich. Das müsste es sein. Hallo, lauf. Rutschpassage? Oder auch nicht, es geht nur bergab. Ich meine, rutschig ist es sowieso die ganze Zeit. Keine Ahnung, warum das so rutschig ist. Ich... Oh, lass dich nicht, lass dich nicht treffen. Nicht, dass er mir jetzt noch entwischt. Ne, da haben wir ihn. Und er hat wieder aufgeholt. Ja klar, genau. Hast du dich teleportiert, oder was? Da seid ihr. Habt ihr zwei die ganze Zeit in einer großen Halle rumgefuttert? Woher wusstest du das? Die Leute halten den heiligen Potter, Freund der Schlammblüter, für den Erben Slytherins. Wenn ich nur wüsste, wer es ist, ich könnte ihm helfen. Du musst doch wissen, wer hinter all den steckt. Du weißt, ich hab keine Ahnung, Goll. Wie oft soll ich dir das denn noch sagen? Aber eins weiß ich. Das letzte Mal, als die Kammer des Schreckens geöffnet wurde, ist ein Schlammblüter gestorben. Also wette ich, dass es nur eine Frage der Zeit ist, bis einer von ihnen diesmal umgebracht wird. Ich hoffe, es ist die Granger. Okay, das hätten wir schon mal. Was machen wir als nächstes? In die Kammer gehen? Wahrscheinlich noch nicht, das ist zu früh. Das ist eine Mädchentoilette. Jungs haben hier nichts zu suchen. Sie ist total verrückt. Ich saubere die fliegenden Gegenstände, bevor sie mich treffen. Ja, es war jetzt schon zu spät. Sorry. Hau ab, Mörte. Wer ist da links? Achso, das ist er. Das ist Ron. Hör auf, Mörte. Irgend so ein Boomerangrohr. Aua. Mann. Au. Ich muss doch erstmal... Mörte. Ach komm. Ach komm, das führt doch zu nichts. Hör auf, hier zu randalieren. Ich muss einfach die Zeit durchhalten, ne? Ich muss einfach... Das ist einfach nur ein Survival hier gerade. Ich muss hier einfach nur überleben. Ich kann sie nicht angreifen. Ich muss einfach nur überleben. Ja gut, was soll mir jetzt noch passieren? Ich versuche noch so viel Leben zu retten wie möglich, um hier... Komm, noch einmal. Ach, du bist es. Es ist ja fast so lustig, wie ein Buch auf mich werfen. Lasst uns allesamt Bücher auf Mörte werfen, denn sie spürt es ja nicht. Was für ein wunderbares Spiel. Finde ich gar nicht. Hier, warum nimmst du es nicht? Das Tagebuch. Oh, schön. Kein Blackscreen jetzt. Das ist gut. Jetzt müsste eigentlich das Buch kommen, oder? Und wir müssen ja auch noch in den verbotenen Wald, bevor wir in die Kammer gehen. Ich bin froh, wieder ich zu sein. Crabby zu sein war scheußlich. Wo ist Hermine wohl hingegangen? Hoffentlich ist nichts schief gelaufen. Ein Zettel. Was steht drauf? Harry, ich bin sehr enttäuscht, dass du nicht zur ersten Stunde Verteidigung gegen die dunklen Künste erschienen bist. Um ein erfolgreicher Zauberer zu werden, musst du von den Besten lernen. Komm in mein Büro zu einer Privatstunde, Professor Gilderoy Lockhart. Welch Ehre! Mir scheint, Lockhart steht auf dich. Denk dran, Lockharts Büro ist im Unterschloss. Ich dachte schon, es wäre schlimm, dass jeder denkt, ich sei der Erbe Slytherins. Aber eine Privatstunde bei Lockhart ist schlimmer. Ich werde mal nach Hermine suchen. Was wohl mit ihrem Zaubertrank schief gelaufen ist? Du kannst ja mal nachschauen. Ich gehe dann zu Lockhart. Aber dann kriegen wir wahrscheinlich den Zauber Verdemelius beigebracht. Und das wird uns ja helfen, hier noch ein bisschen weiter zu kommen. War das jetzt hier... Ja, da war ich schon drin. Das ist mittlerweile klar. Gut. Ja, bringt ja sowieso ohne Verdemelius nichts. Erst wenn ich... Nein, das Meteor... Nein, bitte kein Ladescreen, bitte nicht. Nein, nein, nein. Ach, komm, egal. Ich muss mir erst mal angucken, wo ich da überhaupt reingehe. Und dann gehe ich da rein. Auch im Hinblick auf diese Ladezeiten. Ich meine, ich kann das jetzt auch beschleunigen. Aber wie gesagt, das will ich nicht machen. So, hi und ciao. Ja gut, dann... Machen wir das doch eben mal. Dann holen wir uns da auch die Note A und dann haben wir alle Zauber. Und dann können wir sowieso überall, wo wir reingehen, alles holen. Weil dann haben wir ja wirklich alle Zauber. Und dann kann ja eigentlich nichts mehr passieren. Dann muss ich nur daran denken, ich muss noch diesen einen Geheimgang wiederfinden. Den ich am Anfang nicht holen konnte. Und dann gibt es noch den einen mit den Kesseln. Aber dann muss man irgendwo wieder... Da kommt man dann irgendwo raus. Das hat man ja damals gesehen. Und was ist da schon wieder los? Ist da eine Schlägerei oder was? Alle sagen, dass Potter der Erbe Slytherins ist. Potter ist ein Paselmund. Jedes Kind weiß, dass das ein Merkmal der schwarzen Magier ist. Und ihm ist das einfach scheißegal. Er stolziert da einfach durch, als wäre es nichts. Weil er einfach weiß, dass er Harry Potter ist. Der Junge, der überlebte. Der jetzt schon mehr erreicht hat, als diese Leute jemals in ihrem Leben erreichen werden. Und deswegen... ...steht er da einfach drüber. Aber das mit Lockhart, das ist... Ich freue mich eigentlich nicht auf diese eine Passage. Das ist echt nervig. Professor Lockhart ist gerade gegangen. Er sagt, er wollte in sein Büro. Hm. Ja, das ist... Ja. Komm zu mir. Ja, aber nicht jetzt. Erstmal zu Lockhart. Außer das war gerade Gilderoy Lockhart, der das über die... Sprechanlage des Schlosses gemacht hat. So Big Brother-mäßig so. So eine tiefe Stimme. Komm zu mir. Deine nächste Aufgabe wird sein. Oder sowas. Äh, ich glaube Lockhart war... Ah, wir können natürlich aber auch erstmal das andere machen, ne? Das geht natürlich auch. Bartvogel. Wir waren da schon lange nicht mehr drin. Wir können da auch nochmal reingucken. Es gibt ja auch dieses eine Buch und da kann man ja auch sehen... Das können wir auch mal reinschauen einfach, um einfach mal zu gucken, wo überhaupt diese ganzen... Wie viele Bildkarten wir noch so bekommen werden. Weil dann kann ich mir das vielleicht schon so ein bisschen ausrechnen und dann muss ich die ganze Zeit hier Angst haben, dass ich irgendwas verpasse. Das ist das Buch nämlich. Ich speichere mal vorher vorsichtshalber. Du musst jetzt nicht ein Ladescreen machen für das Buch. Ach, musst du doch. Alter Schwede. Er muss speichern für das Buch. Das ist unfassbar. Ich will doch nur, dass das kurz lädt hier. Ich will sehen, was man theoretisch machen kann. Was muss er dafür laden? So, da gab es eine Bildkarte. Die haben wir. Wie gesagt, man kann sehr viel auch wiederholen einfach. Das ist das Schöne an diesem Teil. Das konnte man im ersten Teil nicht machen. Da ist die Bildkarte, sonst wäre das, glaube ich, ausgegraut. Ja, habe ich auch. Mehr Level hatte ich noch gar nicht. Na gut, das Schloss ist ja kein Level in dem Sinne. Ja, mehr kann ich nicht. Und jetzt gibt es wieder ein Ladescreen, glaube ich. Weil wir es ja verlassen. Ja, wollen wir Duelle machen, oder? Und danach uns dann um Lockhart kümmern. Ich habe noch keinen Bock drauf, weil... Ich meine, die Unterrichtsstunde bei Lockhart ist nicht das Problem. Das, was danach kommt, ist das Problem. Und Leute, die das Let's Play gesehen haben, die wissen, was dann kommt. Und deswegen können sie, glaube ich, auch verstehen... Achso, die ist ja auch noch hier. Gryffindor für alle Pokale. Oh mein Gott. Ja, also wenn ihr das Let's Play damals gesehen habt oder das Spiel kennt, dann wisst ihr, warum ich jetzt diese Privatstunde bei Lockhart nicht so cool finde. So, Ladescreen. Es ist einfach ein Ladescreen-Spektakel, dieses Spiel. Aber man muss es der Playstation 1 einfach ein bisschen verzeihen. Kleines Update, es ist gerade 19.44 Uhr bei mir. Nur so zur Info. So, das sieht ein bisschen gruselig hier aus, aber ist es nicht. Ah, ich habe Werdemilius gar nicht. Also kann ich da gar nicht rüber. Aber ich kann doch sicherlich mich gegen die anderen... Also ich kann doch sicherlich hier noch Duelle machen, oder was? Ich kann halt da nicht rüber, weil ich Werdemilius nicht habe. Aber ich kann doch sicherlich den einen oder anderen hier besiegen, oder nicht? Das müsste ja drin sein. Wir fangen hier links an. Viel Glück, junger Gryffindor. Du wirst es brauchen. Schauen wir mal. Also bis jetzt sind die Dueller ja alle gut gelaufen. Gut, es ist Zeit für ein D-D-D-D-D-D-D-Duell. Eigentlich haben wir jetzt gerade Wichtigeres vor, aber... Man muss auch manchmal den Kopf ein bisschen freikriegen, ne? Das ist auch wichtig. Sonst wird man da irgendwann... Plem-Plem in der Birne. Du willst ja irgendwann auch... Hufflepuff-Duelliertürme. Den in der Mitte machen wir zum Schluss. Ich glaube, das ist Slytherin. Okay. Ich finde das eigentlich geil gemacht hier. dass das hier extra Maps sind, mit extra hier. Das ist alles cool. Okay. Let's go. Duelliert. Der Kampf der Giganten. Au. Au. Ich stell mir grad vor, wie die im Synchronstudio saßen, wenn sie überhaupt im Studio saßen und die ihm zu ihm gesagt haben, sag mal Au. Tu mal so, als würdest du mit deinem als würdest du Barfus auf den auf einen Legostein treten. Au. Au. Wobei, dann würde er schreien, so wie Ron wahrscheinlich. Au. Au. Was ist der erste Buchstabe im Alphabet? Au. Guter Schlag von Potter. Au. Das ist schon besser. Oh. Und die erste Runde geht an Potter. So, ich werd das jetzt gleich, der, der, wenn ich den letzten Schlag habe, ich werde so perfekt Expelliarmus sagen. Mit ihm synchron. Ich hab's im Gefühl. Du gehst an die zweite Runde. Ich hab's im Gefühl. Da ist ein Fluch, den kannst du einsammeln. Das hab ich noch nie zuvor gesehen. Oh Gott, das sind zwei Kuh. Oh, der. Oh, Junge. Jetzt wird's wirklich spannend. Das hab ich noch nie zuvor gesehen. Ne, mach ich nicht. Komm. Oh. Und. Warte, warte, warte. Ex. Ah, Mann, ey. Das ist aber auch, dieses Timing. Guterschlag. Mensch, Harry, du hast gewonnen und dabei meinen Zauberstab ruiniert. Hier hast du eine Bildkarte berühmter Hexenzauberer. Du hast sie verdient. Helga Hufflepuff. Helga Hufflepuff. Gerade haben wir Godric Gryffindor bekommen. Jetzt haben wir Helga Hufflepuff. Und jetzt geht's zum nächsten Gemälde. Ja, da haben wir die Bildkarten wenigstens schon mal in der Leiste drin. Und dann ist das, dann kann ich das besser abschätzen, wie viel es noch ist und so. Im Verbotenen Wald gibt's auf jeden Fall auch eine Bildkarte, das weiß ich. Und in der Kammer des Schreckens müsste es auch eine geben, vielleicht sogar zwei. Das muss man dann sehen, also. Und dann gibt's halt noch diese eine Bildkarte im Geheimgang. Glückwunsch, junger Freund. Es ist schon ein Kunststück, wenn man den Hufflepuff-Zauber-Duellmeister besiegt. Ja, ist schon ein schönes Gefühl, muss ich sagen. Oh, und jetzt geht's hierhin. Komm schon, verrückter Gryffindor. Es ist soweit. Die nächste Map. Der Ravenclaw-Duell-Champion. Oh, eine Outdoor-Map. Ich meine, das andere war auch Outdoor, aber hier halt eben auf dem Schloss. Das ist im Verbotenen Wald. Oder sieht zumindest so aus. Ravenclaw-Duellier-Arena. Oh mein Gott. Mitten im Verbotenen Wald. Herzlich willkommen in der Ravenclaw-Duellier-Arena, Harry Potter. Ich bin der Ravenclaw-Zauber-Duellmeister. Hab gehört, du bist ein harter Brocken. Aber lass dir gesagt sein, mich haben nur wenige besiegt. Also dann, auf geht's. Na gut. Yo. Duelliert. Oh shit. Ausgeglichener Start. Gute Aktion von Potter. Jetzt hat Potter den Kampf an sich gerissen. Er ist überlegen. Gute Aktion von Potter. Oh, und die erste Runde geht an Potter. Wer hätte damit rechnen können? Ja komm, bringen wir es hinter uns. Duelliert. Auf geht's in die zweite Runde. Das bringt halt so nix, ne? Das dauert ja eh Jahre, wenn man das so macht. Und ein bisschen aufladen muss man schon. Das ist... Sobald man ein bisschen auflädt, das zieht da so viel ab schon. Oh Gott. Aber da geht aber. Oh, und ich werde davon nicht getroffen, zum Glück. Komm. Expediamus. Ah, fast. Wow, du hast mich besiegt, Harry. Pass auf, da verschwindet mein Zauberstab. Das war gut, Harry. Und du bekommst dafür diese Bildkarte berühmter Hexen und Zauberer. Rowena Ravenclaw. Rowena Ravenclaw. Nice. Und jetzt kommt noch der Salazar. Ach, zwei von drei. Sehr schön. Und jetzt fehlt nur noch der Salazar. Und dann haben wir ja schon mal alle drei Bildkarten aus den Duellen. Und dann geht's zu... Geht's zu Lockhart. Dann lernen wir den letzten Zauber, den wir noch nicht haben. Und dann können wir alle Geheimnisse lüften. Und dann geht's irgendwann in den verbotenen Wald, in die Kammer des Schreckens. Und dann sollten eigentlich... Ach, das hätte ich noch gar nicht machen dürfen, oder was? Das heißt, er hätte gesagt, du musst erst die anderen schlagen? Oh shit, das hab ich natürlich jetzt verpasst. Sieh an. Ein Gryffindor will sich duellieren. Du verschwendest nur deine Zeit. Vor allem, weil du keine 20 Bildkarten berühmter Hexen und Zauberer besitzt. Hau ab. Achso, kann ich noch gar nicht. Oh mein Gott, wie viel hab ich? 19. Ne, 18. Okay, das dauert noch. Okay. Dann hab ich jetzt zumindest schon mal bis zu dem Punkt alles geholt, was ich holen kann. Natürlich gibt's da noch das eine oder andere Geheimnis. Ja, mal gucken. Es ist jetzt da noch eine drin. Dann sind's 19. Und dann noch... Ja, ein, zwei noch in Geheimgängen. Da kann ich auch nicht hin. Ja, da fehlt Verdimilius. Und den müssten wir jetzt eigentlich jetzt lernen. Aber jetzt gibt's erstmal einen wunderschönen Ladescreen. Weil es ja so wenige gibt in diesem Spiel. Hä, der Fuchsbau? Achso, ja, weil das hier... Ne, macht eigentlich keinen Sinn. Ja, das macht keinen Sinn. Hinten und vorne nicht. Ja, weil die Weasley-Brüder hier vielleicht sind oder so. Aber es ist ja trotzdem irgendwie ein bisschen... Bisschen lame. Alle Pokale. Sehr schön. Ja, dann... Würde ich sagen, geht's zu Lockhart, ne? Hat der nicht auch so eine komische... So eine komische Strudelaufgabe und sowas? Aber da gibt's auch wieder viele Bohnen. Also das ist eigentlich gar nicht so schlecht. Wo muss ich denn jetzt nochmal hin eigentlich? Zu Lockhart geht es immer... Ich glaube hier lang. Da geht es direkt zu seinem Büro, oder? Ja, genau. Und zur Abwechslung mal einen Ladescreen. Gilderoy! Hi, Ron. Weißt du was, Harry? Hermine ist im Krankenflügel. Der Vielsafttrank hat sie in eine Katze verwandelt. Scheinbar war das Haar von Millicent gar nicht von ihr. Ich hoffe, Madame Pomfrey stellt nicht zu viele Fragen. Naja, ich sollte jetzt auf jeden Fall zu meiner Privatstunde bei Lockhart gehen. Er sagt nicht mal noch mehr was? Nicht mal mein Beileid oder sowas? Naja, was soll's. Ja, gut. Aber bevor es soweit ist, gibt's nochmal einen Ladescreen. Oh Mann, ich mein, die Stunde ist in Ordnung. Das ist echt okay. Ich freu mich oft darüber, diesen Zauberspruch endlich zu lernen. Aber dass das danach kommt, das können wir echt... Das sprechen wir danach nicht mehr drüber. Einigen wir uns einfach darauf. Büro von Gilderoy lockert. Und da ist dann wirklich sein Büro. Ah, Harry, endlich! Schrecklich, diese Geschichte mit dem versteinerten Mr. Creevy und auch der arme Mrs. Norris. Keine Angst. Als dein Lehrer für Verteidigung gegen die dunklen Künste, werde ich das schon richten. Folgt den Bewegungen meines wertvollen Zauberstabes und drückt die Symbole auf, die er zeigt. Wiederhole dies dreimal und du hast in Verdemilius Duo gelernt. Bist du bereit? Wieso folgt? Folge? Ich bin doch der Einzige hier. Oh Gott, er hat angetäuscht. Ja, das ist natürlich... Oh mein Gott. Schade. Ich kann nochmal neu machen. Großartig. Na komm, ich will perfekt. Großartig. Sehr elegant. Genau wie ich. Sehr elegant. Genau wie ich. Perfekt. Ja, das ist 83 oder so. Das ist echt schlecht. Dieses beschissene Antäuschen, das meine ich. Es reicht auch nicht. Man muss jetzt... Das war ganz leicht. Bereit? Ja. Großartig. Perfekt. Sehr elegant. Genau wie ich. Großartig. Ma, 87. Jetzt brauche ich eine 91, um das noch zu retten. Ich mach gleich nochmal eine neue Runde. Das reicht. Das ist... Perfekt. Perfekt. Großartig. Großartig. Sehr elegant. Oh, das könnte eine 91 sein und dann ist es ganz knapp richtig. Oh mein Gott, das ist knapp. Das ist extrem knapp. Das müsste eine 91 sein. Und das ist, glaube ich, genau ausreichend. Wenn ich mich recht erinnere daran. Das müsste genau auf dem Strich sein. Nein. Es ist... Okay. Sehr elegant. Ich dachte, er täuscht jetzt schon an. Aber das macht er noch gar nicht. Großartig. Großartig. Perfekt. Sehr elegant. Genau wie ich. Na, ist da wieder eine 83, ne? Oder eine 87 zur Abwechslung ist eine 83. Ja, aber das bringt ja... Das war ganz leicht. Bereit? Sehr elegant. Genau wie ich. Großartig. Perfekt. Großartig. Okay, das ist eine... Ja, das muss ich unbedingt erzählen. Ich mache Safestate jetzt. Das ist eine 95, glaube ich sogar. Oder eine 96. Ja, 95. Und das heißt, jetzt kann ich eigentlich... Noch einmal. Mach dich bereit. Ja, ja, ja. Spann dich. Perfekt. Sehr elegant. Genau wie ich. Großartig. Perfekt. Ah, das ist eine... Ah, das ist eine 83 und deswegen wird es wieder nicht klappen. Ja, das reicht nicht. Das wird ganz knapp nicht reichen. Der wird wieder ganz knapp davor anhalten. Ja, komm. Aber ich bin ja vorbereitet. Ah, komm. Hör mal. Wieso? Er sagt perfekt, aber das Glitzern kommt nicht. Ja, das ist eine 91 oder eine 95 sogar. Jetzt reicht es. Ja, das reicht. Okay. Aber auch nur ganz, ganz knapp, glaube ich. Genau auf dem Strich. Ah, ein bisschen drüber. Ist ja in Ordnung. Danke. Ich habe ein bisschen betrogen, aber das passt ja eigentlich zu lockert. Oh, jetzt habe ich... Wer war das jetzt? Großartig. Crispin Cronk. Crispin Cronk. Okay. Vortrefflich. Wahrlich. Und jetzt an die Arbeit. Hm. Jetzt kommt der schlimmste Teil davon. Der wahre... Ich frage mich echt, wie der Typ mir das beibringen konnte. Wie konnte dieser Kerl mir das beibringen, diesen geilen Zauber? I don't get it. Oh, ne, ne, ne. Und die werden gleich... Es hört gleich schon auf. Ich muss mich beeilen. Lange hält das nicht mehr. Glaub ich... Wird, glaube ich, jetzt schon schwach. Ja, es ist schon ein bisschen knapp. Oh mein Gott. Bohnen. 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 Wer würde bitte sein Leben für eine einzige Bohne aufs Spiel setzen? Also... Ich würde es... Ich würde es tun. Und ich würde es immer wieder tun. Wie unnötig... Wow. Wie unnötig! Sehr schön, Harry. Ich wusste, du kannst es. Ich muss wohl in den nächsten Jahren ein Auge auf dich haben, wenn ich meinen Job nicht verlieren will. Jetzt lauf los. Morgen ist Valentinstag und ich habe noch Vorbereitungen zu treffen. 20 Hauspunkte gibt es dafür gerade mal. Okay, da kommt die Passage noch nicht. Ich dachte, die würde jetzt noch kommen. Aber jetzt haben wir Verdi Milius und jetzt würde ich gerne noch ein bisschen durchs Schloss laufen. Weil es gibt ja auf jeden Fall ein Geheimnis, was wir noch nicht luften konnten. Aber jetzt kommt mal erstmal wieder die... Der Kampf um den Hauspokal geht weiter. Der aktuelle Zwischenstand. Ich habe ja nicht so viele Hauspunkte gesammelt jetzt in der letzten Zeit. Aber es gab auch kaum Möglichkeiten. Ja, wir sind auf jeden Fall hinten, glaube ich. Oder... Wobei, wir hatten vorher so viel schon. Guckt euch mal den Vorsprung an. Ja, die haben jetzt wahrscheinlich irgendwie 110 oder so, wie ich sie kenne. Oh, 85. Das reicht immer noch nicht. Wir sind immer noch vorne. Oh, wir haben 110. Oh, fast auf Anschlag. Gryffindor hat die meisten Hauspunkte. Ja, wuhu, 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 jippie, jay, jay. So. Das ist immer wieder schön. Was kommt jetzt? Ach, ich würde jetzt, wie gesagt, gerne erkunden ein bisschen. Oh, ne, jetzt kommt die Passage. Jetzt kommt der Valentinstag. Ich dachte, man hat noch ein bisschen Zeit, bis das kommt. Glücklichen Valentinstag, Harry. Wie viele Karten hast du bekommen? Ich habe bisher leider nur 46, aber der Tag ist ja noch jung. Ich habe eine kleine Überraschung für dich und alle Schüler Hogwarts organisiert. Meine freundlichen Liebesboten. Oh, mein Gott. Hey, du, Harry Potter, bleib stehen. Ich habe eine musikalische Nachricht zu überbringen. Valentinsgrüße. Wuhu, bleib mir damit vom Hals. Oh, nein. Die Passage wieder. Ich meine, es gibt viele Bohnen, aber wenn man erwischt wird, dann kommt, äh, ja, die Überraschung. Ich hoffe, es passiert mir nicht. Aber Bohnen. Och, verpasst. Ich meine, ich kann ja nichts anderes tun, außer wegzulaufen. Solange ich ordentlich weglaufe, mache ich ja nichts falsch. Wir können gleich in den Geheimgang, also in den Geheimraum, wenn das so weitergeht. Aber den ersten Part haben wir schon mal überstanden. Das ist gut. Oh, nein. Ja, wir haben sie abgeschüttelt, denkt man jetzt. Aber die kommen natürlich wieder. Hey, was ist das? Der baut sowas. Hallo, Filch. Kannst du mal bitte mal das Schloss renovieren? Das fällt auseinander. Die müssen hier noch einiges tun hier. In zwei Jahren, wollte ich nur mal sagen, ist hier das Trimagische Turnier. in dieser Schule. Und wenn das da so aussieht, ist ja peinlich. Oh, gleich 500 Bohnen. Ich lieb's. Och, bitte komm, machen wir die 500 noch voll. Ja. Komm, machen wir die 500 voll. Fünf noch. Vier. Drei. Ich werde aber einer jetzt an. Ich kenne mein Glück. Jetzt ist Schluss. Nein, es ist nicht. 500 Bohnen. Let's go. He, he, he. Ich hatte ja immer so Probleme bei dieser Passage. Das ging jetzt aber total klar. Und es ist Zeit für das Death Note. Harry blätterte durch die leeren Seiten des Tagebuches. Er zog ein Fläschchen scharlachroter Tinte aus seinem Nachtschrank heraus, tauchte die Feder hinein und ließ einen Tropfen auf die erste Seite des Tagebuchs fallen. Aufgeregt tunkte Harry die Feder ein zweites Mal ein und schrieb, Mein Name ist Harry Potter. Dann endlich geschah etwas. Aus dem Blatt heraus drangen in seiner eigenen Tinte Worte, die Harry nicht geschrieben hatte. Hallo, Harry Potter. Mein Name ist Tom Riddle. Harry stieß fast sein Tintenfass um vor Aufregung. Dann erschienen noch mehr Worte auf der Seite. Ich weiß alles über die Kammer des Schreckens, Harry Potter. Vor 50 Jahren wurde die Kammer geöffnet und ein Mädchen getötet. Ich habe die Person erwischt, die die Kammer geöffnet hat. Ich kann es dir zeigen, wenn du willst. Harry hielt für den Bruchteil einer Sekunde inne und schrieb dann ein Wort. Okay, die Blätter des Tagebuchs begannen zu flattern, als ob ein Wind sie erfasst hätte. Das Tagebuch öffnete sich und Harry wurde kopfüber durch die Öffnung gezogen. Seine Füße berührten festen Grund und er spürte, dass er in einem der Korridore in den Kerkern von Hogwarts stammt. Er sah einen 16-jährigen Jungen, der durch einen Türspalt lugte. Harry war sofort klar, dass dies Tom Riddle der Besitzer des Tagebuchs sein musste. Dann hörte Harry jemanden leise flüstern. Komm, musst dich hier rausbringen. Komm jetzt, in die Kiste. Etwas an dieser Stimme kam ihm vertraut vor. Hagrid. Harry sah ihn vor einer Tür kauern, neben ihm eine große Kiste. Riddle trat aus der Tür. Schönen Abend, Rubius. Es ist aus. Ich muss dich anzeigen. Das Mindeste, was Hogwarts tun kann, ist dafür zu sorgen, dass das Wesen, das das Mädchen getötet hat, geschlachtet wird. Der junge Hagrid richtete sich zur vollen Größe auf und polterte mit lauter Stimme. Er war es nicht! Er hat nie keinen umgebracht! Dann kam etwas aus der Kiste, das Harry zu einem langen, lauten Schrei veranlasste. Der ungehört verhallte. Ein riesiger, langgezogener, haariger Körper und ein gewirrschwarzer Beine. Ein glimmend vieler Augen und ein paar rasiermesserscharfer Greifzangen. Das Wesen krabbelte den Gang entlang davon und verschwand. Nein! Vor Harrys Augen begann sich alles zu drehen. Und alles wurde schwarz. Er landete unsanft. Später traf sich Harry mit Ron und Hermine. Was ist los? Harry fiel es schwer, die nächsten Worte auszusprechen. Es war Hagrid, Ron. Hagrid hat die Kammer des Schreckens vor 50 Jahren geöffnet. Da-da-da-dam! Jetzt geht's gleich in den verbotenen Wald. Aber ich will eigentlich Werdemilius einsetzen. Aber wir haben ja gerade erst bekommen, den Zauber. Also wir werden auf jeden Fall noch mal eine Chance bekommen. Riddle könnte den Falschen erwischt haben. Vielleicht war es ein anderes Monster, das die Leute angegriffen hat. Hagrid würde niemals jemanden töten wollen. Wir wussten immer, dass Hagrid der Schule verwiesen wurde. Und die Angriffe müssen aufgehört haben, nachdem sie ihn rausgeworfen hatten. Ich gehe in die Bibliothek und suche nach Informationen über Tom Riddle. Warum geht ihr beide nicht zu Hagrid und fragt ihn, was passiert ist? Ah, diese Passage, Leute. Wir müssen jetzt ganz leise sein. Ist auch so geil in diesem Spiel. Das ist auch so atmosphärisch jetzt hier. Wir sollten besser vorsichtig sein wollen. Wir dürfen nach Sonnenuntergang nicht mehr draußen unterwegs sein. Wir sollten uns trennen. Du benutzt deinen Tarnumhang und ich versuche es über ein Versteckspiel. Dafür bin ich berühmt. Denk dran, um deinen Umhang zu aktivieren, musst du diese Gegenstände aufsammeln. Sie halten nur für kurze Zeit, also versteck dich, bevor sie abgelaufen sind. Über diese Druckfläche kannst du die Türen öffnen. Du musst nur ein Objekt aus der Nähe darauf zaubern. Okay, das machen wir. Gut. Dann lass uns mal nicht so laut sein jetzt hier. Ja, Harry, schön, dass du dir daran ein Beispiel nimmst, dass du dich daran hältst. Finde ich sehr gut. Okay, Harry nimmt das nicht ganz so ernst hier, das... Umso leiser müssen wir sein. So. Ja, ja, okay. Bis dann. Mach's gut. Soll ich nicht den Tarnumhang erstmal mitnehmen? Na gut, okay. Wir haben 500 Bohnen, das heißt, ich muss dran denken, dann auf jeden Fall, wenn wir wieder im Schloss sind, einmal in diesen Raum zu gehen. Der sollte jetzt offen sein. Und jetzt müssen wir aufpassen, denn... Wir sind hier mitten in der Nacht und hier sind sehr, sehr viele Lehrer unterwegs. Aufgrund der Vorkommnisse in der letzten Zeit ist das auch nicht verwunderlich. Und da ist schon mal Professor Filch. Der sollte mich aber nicht sehen, wenn ich hier rüberjump. Das sollte er nicht sehen. Ist doch unrealistisch, aber... Es ist ein magischer Ort, Leute. Und da passieren magische Dinge. Harry, sei verdammt noch mal leise! Ja gut, der, 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 der hier... Das Ding, diese Druckplattform ist auch nicht leise und dass das Schloss da einfach aufgeht, ist auch merkwürdig. Aber egal. Es ist ein magischer Ort. Man kann nicht alles hören. So, let's go. Durch da jetzt. Ja, das hört Filch sicherlich nicht. Alles gut, alles gut. So, hier müsste Snape jetzt irgendwo auf uns lauern. Der allseits bereite und wache Snape, der uns sicherlich gleich bemerken wird. Zumindest ein bisschen. Ja gut, auf Bohnen muss ich jetzt nicht mehr achten. Wir haben eh genug Bohnen und mehr Bohnen werden wir sowieso nicht mehr brauchen im Laufe des Spiels. Wir können uns jetzt voll und ganz darauf konzentrieren, einfach nur hier durchzukommen. Vingardium Leviosa! Vingardium Leviosa! Wolltest du eigentlich sagen, aber nein, er schreit natürlich wie so ein... Bekloppter. Okay, wo ist das denn jetzt? Ach da, da müssen wir einmal nochmal um... Oh nee, ey. Jetzt müssen wir einfach nochmal komplett außenrum da, oder was? Oh nein, jetzt müssen wir hier schon wieder von vorne beginnen. So. Jetzt sind wir unsichtbar. Hallo Snape. Ich bin hier nur auf der Durchreise gerade. Hallo, wieso ist das Ding schon wieder abgelaufen jetzt? Aber der sieht uns nicht hier oben. Solange ich nicht runterfalle, passiert nichts. Warte mal, muss ich da nicht auf den... Oh, ich muss auf den Baum stammen, da ihr seid doch nicht mehr ganz dicht. Oh. Wer ist da? Niemand. Niemand ist hier. Das hast du dir nur eingebildet. Und jetzt... Jawohl, und durch da. Und jetzt geht's noch weiter. Es ist noch lange nicht vorbei. Das ist so ein kleiner Safe-Punkt, glaube ich, wieder. Wobei ich nicht weiß, ob man nicht vielleicht auch wieder an den Anfang zurückgeschmissen wird, wenn man jetzt hier fehlt. Deswegen muss ich ein bisschen aufpassen. Ah, hier ist der nächste Tarnumhang. Das heißt, da wird auch vorne wieder einer lauern jetzt. Ah, Professor McGonagall. Ich laufe mal direkt straight zum... Zu der Plattform. Ich glaube, die war hier hinten. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Gibt's hier einen neuen Umhang oder sowas? Nicht? Harry, kannst du jetzt bitte einfach mal ein bisschen leiser sein? Es ist... Es ist hier wirklich gerade nicht angebracht, hier rumzubrült. Es ist wirklich... Du machst mich wahnsinnig. Sei leise. Harry, verstehst du den Ernst der Lage nicht? So, hier oben kann man sich schon mal verstecken vor McGonagall. Ich muss jetzt ein bisschen aufpassen, wenn sie jetzt da vorne gerade ist. Zeig dich! Ja, passt schon. Die wird mich jetzt hier oben nicht finden. Also hier nicht finden. Jetzt gehe ich hier hoch und dann warte ich, bis sie da ein bisschen rum ist. Wie weit geht sie denn überhaupt? Ja, ist egal. Komm. Ist ja nicht so, dass man das hier sehen könnte. Das ist ja... Jetzt dreht sie sich schon wieder um, ne? Ja, wenn sie hier irgendwie ist, hier so... Geht sie um den Busch herum oder wie macht sie das? Nee, sie bleibt jetzt hier vorne stehen. Ah, da muss ich jetzt warten, bis sie da... Okay, jetzt kann ich da rum. Jetzt schaffe ich es. Aber jetzt kommt, glaube ich, nochmal so eine blöde Passage mit zwei Charakteren. Mit Snape und mit Filch, glaube ich. Ich save state das mal, falls das gleich wieder von vorne beginnt. Müssen wir ja nicht machen. Ist ja nur ein Zeitverlust dann. Ja gut, ich muss ja jetzt hier in dem Herr. Das geht ja gar nicht anders. Muss ja jetzt hier in dem Herr laufen. Es geht ja nicht anders. Der wird sich jetzt nicht umdrehen, oder? Ich meine, das ist ja unfair. Okay. Wir können hoch. Das hört er bestimmt jetzt. Ja, aber du weißt nicht, wo ich bin. Und das ist ein riesiger Unterschied. So, Snape bitte wieder zurücklaufen. Und Filch bitte in diese Richtung, weil dann kann ich mir da vorne den Tarnumhang holen. Oder ich gehe jetzt erstmal nach links. Aber ich würde mich sicherer fühlen, wenn ich den Tarnumhang hätte. Filch dreht sich einmal, macht ein 360, allerdings ziemlich langsam. Das ist noch ausbaufähig auf jeden Fall. Komm, wir holen jetzt hier das Ding, bevor er sich jetzt hier nochmal umdreht. Okay. Safe. Hier ist bestimmt jetzt die Plattform, oder? Ich poke einfach mal drauf, dass die hier ist. Die ist hier. Sehr gut. Das Problem ist natürlich jetzt hier wieder rauszukommen gleich, weil der Tarnumhang ist jetzt abgelaufen. Da hinten, wo Filch langläuft, ist die... Okay, gut, dass ich da nicht zuerst langgelaufen bin. Ja, das ist gut. Kann ich hier hoch? Ja, okay, hier bin ich erstmal ein bisschen safe. Jetzt muss ich wahrscheinlich erstmal drauf warten. Ja, jetzt kommt er doch schon. Ich höre schon seine Schritte so ein bisschen. Oh, das ist Snape. Nee, da ist Filch. Ich muss die Situation von eben haben, die wir eben hatten. Die war wirklich gut. Jetzt dreht er sich, jetzt kommt wieder Snape. Ich meine, die haben ja immer denselben Ablauf. Die laufen ja einfach ihre Schiene lang, die ganze Zeit. Snape dreht sich wieder um. Guckt nochmal hier in die Ecke. Und jetzt haut er ab. Filch macht jetzt seinen 360. Immer dran denken. Das heißt, ich könnte jetzt noch nicht da hinspringen, weil dann würde er mich jetzt genau in diesem Moment sehen. Jetzt kann ich es machen. Ich riskiere es einfach mal. Alles gut. So, er hat es nicht gecheckt. Und damit müssen wir safe sein. Und das müsste es eigentlich sein. Wir müssen jetzt eigentlich bei Hagrid sein. Nee, noch nicht. Es geht immer noch weiter. Oh, Junge, Junge. Ich muss hoch. Schnell. Okay. Wer ist da? Ich bin's. Der Harry. Die Frage ist jetzt, ich save das nochmal, ganz ehrlich. Ich will die Passage nicht nochmal machen. Wo wir jetzt hier den Tarn umhangen. Sind wir safe? Ich muss ganz schnell hier vorbei. Es geht nicht anders. Ich muss hier ganz schnell vorbei. Ich muss hier ganz schnell hoch jetzt. Da ist die Plattform. Okay. Und dann müssen wir da hinten hin wahrscheinlich. Da ist wahrscheinlich dann die Tür. So, Snape. Wie weit gehst du da? Das reicht. Wer ist da? Ja, chill mal. Ganz ruhig. Ganz ruhig. Ganz ruhig. Jetzt dreht er sich wieder um, oder was? Jetzt hatte ich gerade die Möglichkeit. So, das kann er nicht mehr sehen. Diese Druckfläche hat ein anderes Bild. Und es gibt nichts, was man verzaubern könnte. Das heißt, das ist auf Zeit. Safe State? Und da hinten ist offen. Und das ist, glaube ich, die letzte Tür jetzt. Diesmal wirklich. Das ist so eine speciale Tür, aber leider so eine rostige, die wieder... Okay, die Zeit läuft. Ich muss mich beeilen. Oh, komm, das schaffe ich. Oh, boah, ich habe es geschafft. Oh, Gott. Oh, Gott. Das ist knapp. Das ist knapp. Oh, mein Gott. 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 Yes, Baby. Und da sind wir. Wir sind nur zu Hagrid gegangen. Das ist so krass. Du hast es geschafft, Harry. Psst. Hagrid redet mit jemandem. Ich sage Ihnen nochmal, Cornelius. Wenn Sie Hagrid mitnehmen, wird uns das keinen Schritt weiterbringen. Das muss Cornelius Fatsch sein. Der Minister für Zauberei. Der ist Chef. Steh, Ron. Sehen Sie es doch mal von meinem Standpunkt. Ich stehe mächtig unter Druck. Man erwartet von mir, dass ich handle. Wenn sich herausstellt, dass Hagrid unschuldig ist, kommt er zurück und die Sache ist erledigt. Wohin nehmen Sie mich mit? Nur für kurze Zeit, Hagrid. Keine Strafe, eher eine Vorsichtsmaßnahme. Wenn jemand anders erwischt wird, kommen Sie mit einer offiziellen Entschuldigung raus. Nicht Azkaban. Kommen Sie, Hagrid. Wenn jemand etwas herausfinden will, muss er nur den Spinnen folgen. Die bringen ihn auf die Spur. Das ist alles, was ich zu sagen habe. Ron, schau nur all die Spinnen. Ich werde ihnen folgen. Alles klar. Sei vorsichtig, Harry. Ich erzähle Hermine alles, was wir gehört haben. Er klingt sich jetzt einfach aus, ey. Weil er Angst vor Spinnen hat. Das ist unfassbar. Und jetzt kommt eine sehr atmosphärische Stimmung. Jetzt sind wir nicht mehr im Schleichmodus. Jetzt können wir auch mal ein bisschen normaler widersprechen. Ja, ich liebe die Stelle jetzt hier im verbotenen Wald. Und das machen wir auch. Hier gibt es übrigens eine Bildkarte. Und dafür muss man einen besonderen Weg einschlagen, beziehungsweise einfach einen Nebenweg gehen. Ja, ich weiß ja, dass hier einer ist. Deswegen ist das nicht so schlimm. Lass uns mal Hauspunkte, äh, ja, hier machen. Keine Ahnung, wer das hier gerade trackt. Welcher Lehrer das hier jetzt gerade mitbekommt. Aber das ist, wir nehmen das Danken an, erst mal. Aber ich hab das Level immer schon geliebt hier, ne. Dieses im Wald herumlaufen. Klar ist das sehr linear, aber einfach diese Stimmung, diese Musik macht halt auch so viel aus, ne. Aber ich lieb das hier. Ja, Verdi-Milius. Gut, dass wir den Zauber gelernt haben. Also ohne Lockert hätten wir jetzt hier Verdi-Milius-Duo nicht einsetzen können und wären hier nicht weitergekommen. Oh. Stirb doch mal jetzt. Und ich wär sehr dankbar, wenn hier mal irgendwie mal wieder ein Zaubertrank wäre, um mal wieder volles Leben zu kriegen. Aber naja, wir gucken mal. Kann ich die? Die kann ich nicht hier machen, ne. Schade, das ist ja nicht, das ist ja nicht der Steiner Waisen, leider. So, in die Richtung geht's nicht, ne. Oder doch? Ne. Immer gucken. Ich weiß nicht mehr, wo das genau war. Aber das war auch in so'n Spinnennetz. Irgendwann werden wir hier so'n, so'n... Genau, hier ist das. Machen wir jetzt vorsichtshalber ein Safe-State. Ich glaube, es ist aber links. Ich weiß nicht, ob hier schon die Bildkarte kommt. Oh, hör auf, Mann! Mann, du... Ah, sie ist down. Ich weiß nicht, ob das hier schon der Weg ist. Oder ob das hier nur... Ich glaube, hier hinter war nur ein... Ein Kessel, wo wir uns einen Zaubertrank brauen können. Aber das wäre ja auch schon mal was wert. Ja, genau. Bereit zu mixen! Passt gar nicht jetzt zur Story, aber egal. Und da ist es fertig. Eine Pulle Wodka. Nice one. Wuhu! Oh, das ist mal ne kleine Stärkung. Mitten im verbotenen Wald. Ja, Leute, damit haben wir wieder volles Leben und sind bestens gerüstet. Nur hab ich halt die Bildkarte noch nicht. Deswegen bin ich noch ein bisschen... Ja, nicht nervös, aber ich will sie halt jetzt gerne haben. Aber man kann sie ja auch nachholen. Das ist ja nicht schlimm. Aber ich würde sie trotzdem jetzt gerne haben. Viel mehr Sorgen machen mir die anderen Bildkarten, die in diesen Geheimgängen sind in Hogwarts. Die muss ich halt langsam mal holen, aber... Ich hab ja jetzt erst Werdimilius gelernt. Was soll ich machen? Okay, da kann man gar nicht lang. Okay. Dann gehen wir hier weiter. Oh, Junge. Beyblade. Jaja, ich kenn das ja. Also, man muss wirklich hier hingehen, wo das Schild ist. Anders geht's gar nicht. Genau, dann macht man den hier. Werdimilius. Komm schon, Harry. Nicht so schwerfällig. Wir müssen da jetzt rüber. Ja, okay. Okay. Nice. Aber so geht's natürlich auch. Ja, komm, ich nehm die mit. Ich werd hier sowieso nicht wieder zurückkehren. Es ist egal. Ich werd sowieso nicht wieder. Genau. Incendio. Incendio. Ey, dieser Werdimiliu-Duo, der ist so OP hier. Ist alles nur mit Werdimiliu-Duo möglich. Junge. Da hätt ich fast nen Abflug gemacht. Ah, hier ist ein Geheimgang. Da könnte sie hinter sein. Die Bildkarte. Ich glaub, hier ist sie sogar. Äh. Boah. Spannender Kampf aller Zeiten. Ich weiß. Episch. Passt voll zur Musik gerade. Ja, was soll ich machen? So besiege ich die halt. Das muss doch jetzt hier. Da muss doch... Es ist wieder nur ein Kessel. Ne, da ist sie. Oh mein Gott. Nice. Albus Dumbledore im verbotenen Wald. Ist das episch. Let's go, Leute. 20 Stück. Das heißt, wir können jetzt uns die 21. auch noch holen. Na komm, wenn wir gerade hier sind. Dö, dö, dö. Oh. Da war ich gerade ein bisschen... Ja, aber mein Hirn ist schon ein bisschen matsch, weil ich schon so lange aufgenommen hab. Was soll ich machen? Fertig. Ah, ein weiteres Mal. Ah, ah. Das ist die Erfrischung, die man braucht hier. Ja, das Schöne ist, dass... Jetzt weiß ich, okay, jetzt gibt's keine Bildkarte mehr hier, weil es gibt hier nur eine. Aber es gibt noch ein paar Schnecken, die ihnen immer wieder schöne Hauspunkte geben, die wir brauchen, weil wir wollen Slytherin natürlich besiegen. So, hier war's ein bisschen tricky. Da musste man, glaube ich, zuerst... Muss man beides machen zuerst. Erst so, und dann hier rüber. Nice. Haben wir das. Komm her. Spinni. Hi. Hi, Spinni. Aua. Sag mal, das ist jetzt hier nicht so ein... Ich treff... Du triffst mich, ich treff dich, Ding. Da hab ich keinen Bock zu. Ja, spiel dich nicht mit. Hörst du auf, deine Spinnwelle irgendwo hin zu feuern? Habe ich ne Fresse. Ah, die Stelle. Aber das Highlight des verbundenen Waldes erwartet uns gleich noch. Da freue ich mich drauf. Nämlich Harrys unglaublich schönes Stöhnen. Nee. Ist schon noch was anderes. So. Ah, wir sind noch nicht da. Ach das, nein, diese Passage. Ich hasse sie. Oh nein. Ich muss mal an den Trollen vorbeischleichen. Das ist so nervig. Da werde ich mich auf jeden Fall durchstaten. Safe. Ja, ja, da werde ich mich durchstaten. Wie ich's nur kann. Dreh dich nicht um jetzt. Oh Gott. Ich mach ein Safe State. Das mach ich nicht. Hab ich keinen Bock zu, das die ganze Zeit zu machen. Jetzt werden wir wieder komplett rausgeworfen, ne? Naja, das mach ich aber nicht. Weil das einfach nur Zeit kostet. Das brauchen wir nicht. Einfach nur weitermachen. Jetzt muss ich hier ein bisschen warten in der Ecke. Und wenn der vorbei ist, dann lauf ich halt vorbei. Der müsste jetzt hier schön dran vorbeilaufen und dürfte uns auch eigentlich nicht sehen. Jetzt muss ich natürlich warten, bis der da reingeht. Genau, perfekt. Nice. Und jetzt hier rein. Ich meine, so schwer ist das ja auch gar nicht, aber es nervt halt, wenn man da immer wieder zurückgesetzt wird. So, die haben wir schon mal geschafft, die Passage. Jetzt kommt noch eine weitere. Kann ich hier einfach rein jetzt? Klappt das? Safe. Klappt. Sehr gut. Der wird ja jetzt nicht hier reingucken, oder? Das wird er schon nicht machen, oder? Der wird jetzt dann vorbeilaufen und dann können wir hier rein. Also hier weiter raus, genau. Und jetzt weiter schnell drumherum. Und dann haben wir den nächsten Ort geschafft, wo du... Oh, das ist jetzt... Ui, 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 ui. Komm, 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 komm. Das ist knapp, das ist knapp. Oder guckt sich rein. Ui, 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 ui. Ich hab's geschafft irgendwie. Okay, wir haben's geschafft. Ui, ui. Das ist es. Ui, ui, ui. Ui, ui. Ui, ui. Ui, ui, ui. Ui, ui. Ui, ui. Ui, ui. Ah. Ah! ist da? Ich bin ein Freund Hagrids. Hagrid steckt in Schwierigkeiten, darum bin ich hier. In Schwierigkeiten? Aber warum hat er dich geschickt? Sie haben ihn nach Asgaban gebracht. Sie glauben, er hat ein Monster auf die Schüler losgelassen. Aber warum? Weißt du, was das Mädchen getötet hat? Das Wesen, das im Schloss lebt, ist eine uralte Kreatur, die wir Spinnen mehr als alles andere fürchten. Wir nennen es nicht beim Namen. Dann gehe ich jetzt einfach. Gehen? Ich glaube nicht. Ich glaube nicht. Bosskampf-Time. Ja, ja. Das ist immer so ein bisschen. Ja, einfach ein bisschen. Der Kampf ist eigentlich relativ langweilig. Ich muss einfach nur im Kreis rennen. Und hier so ein bisschen... Okay, den wollte ich eigentlich gar nicht, aber ist okay. Ja, Aragog. Das ist natürlich jetzt bedauerlich, aber Так, war es auch irgendwie merkwürdig, dass er nie irgendwas macht. Ich hab früher wirklich immer gedacht der würde irgendwann auch mal angreifen oder so beziehungsweise man würde gegen ihn wirklich kämpfen und jetzt nicht gegen die anderen Ich hab grad Pause Oh, ist grad entspannt hier Oh, da kommt mal eine Spinne Das können wir gerne so weitermachen Was ein unglaublich spannender Kampf, oder? Naja, bringen wir es hinter uns Ich mach die jetzt alle mal genauso fast kaputt und dann machen wir hier bam, 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 bam Machen wir dann Der ist noch, der ist noch der Beste Stumpf Den darf ich nicht mehr Oder einmal darf ich ihn noch Ach ne, ist schon kaputt Okay, dann halt nicht Kaputt Und noch ein Schokofrosch Zu Aragog Was passiert eigentlich, wenn ich da hingehe? Aufs Netz fliehen, was zur Hölle? Man kann da festkleben? Okay, das wusste ich nicht Geil Und tschau Da ist er weg Und weil Aragog ja gerade so schön reingelaufen ist Gehen wir da natürlich ebenso rein Weil das ja so sicher ist da drin Oh Mann ey, Harry Du hast auch Ideen hier Los schnell, rein in die Karre Harry, lauf! Schnell! Ach ja Geschafft Der Wagen hielt kreischend vor ihnen Und Harry sprang hinein Beeil dich, Ron Die Türen schlugen zu Und Ron brauchte das Gaspedal nicht zu berühren Der Wagen beschleunigte von allein Sie rasten einen Hügel hinauf Raus aus der Senke und weiter durch den Wald Zwei gekrachten gegen die Scheiben Als der Wagen sich einen Weg durch das dichte Unterholz bahnte Er schien diesen Weg bestens zu kennen Nach zehn lärm erfüllten, holprigen Minuten Lichteten sich die Bäume Der Wagen stoppte so je, dass sie fast durch die Windschutzscheibe flogen Sie hatten den Waldrand erreicht Harry und Ron kehrten sicher in den Gemeinschaftsraum der Gryffindors zurück Was hat es gebracht, dass wir da reingegangen sind? Was haben wir herausgefunden, möchte ich gern wissen Dass Hagrid die Kammer des Schreckens nicht geöffnet hat Er war unschuldig Genau so ist es Und ich möchte jetzt bitte in die Geheimgänge reingehen Das wäre schön Weil ich glaube, die Kammer des Schreckens ist nicht mehr weit entfernt Aber eigentlich will ich ja noch ein paar andere Sachen vorher machen Das müsste jetzt eine gute Chance sein eigentlich dafür Harry, Ron Ich fürchte, das wird ein Schock für euch sein Es gab einen weiteren Angriff Oh nein Auf wen? Es tut mir leid, aber eure Freundin, Miss Granger, wurde in der Nähe der Bibliothek gefunden Alle Schüler wurden in die Gemeinschaftsräume geschickt Ich habe eine schlechte Nachricht für dich, Ron Deine Schwester Ginny ist verschwunden Wir vermuten, dass sie in die Kammer des Schreckens entführt wurde Oh nein, was sollen wir jetzt tun? Aragog hat gesagt, dass beim letzten Mal, als die Kammer des Schreckens geöffnet wurde, ein Mädchen tot in der Toilette gefunden wurde Was, wenn sie dieses Klo nie verlassen hat Was, wenn sie immer noch da ist Die maulende Myrte Geh zum Mädchenklo, Ron Geh zum Mädchenklo, Ron Und suche die maulende Myrte Ich gehe zu Lockhart Warum zu Lockhart? Er ist der Lehrer für Verteidigung gegen die dunklen Künste Und was auch immer diese Leute angegriffen hat Hat mit den dunklen Künsten zu tun Okay, wir treffen uns im Mädchenklo Ginny, geht es gut, oder Harry? Keine Sorge, Ron Wir retten sie und dann schließe ich die Kammer des Schreckens für immer Oh mein Gott, diese Szene ist so ergreifend Ron ist so ergriffen gewesen Man hat es richtig in seiner Stimmlage gehört Dass ich das so zu schaffen mache Aber ich kann doch jetzt noch irgendwas anderes machen, oder? Ja, okay, das ist glaube ich die letzte Chance jetzt Weil wenn ich jetzt zu Lockhart gehe Dann kann ich die Bildkarten nicht mehr holen Das heißt, ich muss jetzt wirklich aufpassen, was ich mache Jetzt ist halt die Frage, wo sind die Gänge, wo wir noch nicht alles holen konnten Das weiß ich jetzt natürlich so nicht mehr Das heißt, das muss ich jetzt nochmal herausfinden Ich weiß, es gibt diesen einen Geheimgang Es gibt diesen einen Geheimgang mit diesen Kesseln Wo man da irgendwo rauskommt Da muss ich halt eine Bildkarte holen Und dann Gab es noch diesen einen Geheimgang, wo wir nicht weiterkamen Weil wir den Verdi Mios nicht hatten Ist jetzt natürlich die Frage War das dieser hier? Ich speichere hier vor, mal vorsichtshalber Es kann sein, dass das verkehrt ist Ich lade sonst einfach den Safe State, wenn das jetzt falsch ist Ich will einfach gucken, ob man jetzt hier lang kann War das dieser Geheimgang? Ja genau Und da konnten wir noch nicht hin, weil wir eben den Verdi Mios noch nicht konnten Und dann haben wir das schon mal abgehakt gleich Und wir können ja auch noch ein Duell machen gegen den anderen In der Kammer des Schreckens gibt es dann sicherlich auch noch eine Bildkarte Und ja Dann haben wir da fast alle Genau, das ist genau dieser hier, den ich meinte Ja, brauchst du nicht einen Zauberspruch sagen Du bist so mächtig mittlerweile, dass du es gar nicht mehr sagen musst Es passiert einfach Bald kann er auch den Zauberstab weglegen Der ist dann auch Obsolid Ach ja, ich muss auch in den Bodenraum Gut, dass ich nochmal dran gedacht habe jetzt Oh mein Gott Das mache ich gleich als nächstes Ich muss in den Bodenraum Ich weiß gar nicht, warum ich die noch einsammle, aber Einfach damit ich weiß, dass ich hier schon war Das macht sonst einfach gar keinen Sinn So Sehr schön Aber dieser eine, das ist noch nicht dieser Wie kommt man jetzt zu der anderen da? Also das speichere ich ja schon mal ab Das ist sehr, sehr wichtig Nach dem Ladescreen save ich nochmal Das ist ja bescheuert so Und Ja Ich werde jetzt gleich mal versuchen Da noch weiter zu gucken Wenn ich jetzt aber wirklich das nicht finden sollte Dann werde ich Dann werde ich das einmal nachschauen kurz Weil das ist ja sonst einfach nur Eine Zeitverschwendung Und das ist ja nicht mal das erste Mal Dass ich das hier let's playe Auf YouTube Deswegen Geht es da jetzt nicht darum Dass ich da jetzt noch selber irgendwie rätsel oder so Und Ja, zu locker gehe ich nicht rein Das wäre das Ende Wir gehen jetzt zum Zu diesem Raum, wo wir den verbesserten Zauber bekommen Also müssen wir in die Eingangshalle Und dann ist die Frage Wir haben jetzt einen Einen kriegen wir noch Im Gryffindor-Gemeinschaftsraum Wenn wir gegen den einen kämpfen Das ist natürlich auch Wahr Jetzt müsste der Raum offen sein Hier, weil ich hab ja die 500 Bohnen Man sieht's ja Ich hab 529 Stück Und deswegen sollte der Raum hier offen sein Ist er aber nicht Wann öffnet der sich denn? Kann ich den vielleicht bekommen Wenn ich die Verboten? Warum verboten? Ist da vielleicht irgendwas drin Was ich Was mich interessieren könnte? Ist das vielleicht Komme ich da vielleicht Da an diesen einen Ort ran Wo ich zunächst nicht rankam Mit den Kesseln Das vielleicht einer dieser Das ist der Raum Mit dem Verbesserten Hier kommt man rein Wenn Wenn man 500 Bohnen hat Oder? Ist das jetzt das? Ja Oh mein Gott Hört ihr diese Macht? Ist das jetzt hier Mario 64 Oder was? Die Treppe Glitch Glitch High Jump? Äh ne Das ist ja Crash Wie hieß der da nochmal? Dieser Jump Wie hieß der nochmal Dieser Jump auf der Treppe? Der ist ja so bekannt Wie hieß der da nochmal? Ah ich hab's schon wieder vergessen Ich bin ja auch kein Mario 64 Speedrunner Aber Jetzt hab ich den also Das hab ich mir damals Nicht geholt Aber ich dachte immer Der wär da Auf der anderen Seite Rechts Was hat Weil ich dachte immer Ich dachte immer Der wär hier Zutritt verboten Vielleicht kann ich da hin Wenn ich Vielleicht kann ich da hin Wenn ich jetzt hier In den Ich muss in den Gemeinschaftsraum Einmal gehen Ach da ist abgeschlossen Das ist ja Mist Äh Quidditch Brauch ich nicht mehr machen Aber war da nicht noch Irgendwelche Minispiele Mit einer Zwiebel Oder so Aber das ist wahrscheinlich Der erste Teil dann Den ersten Teil Muss ich auf jeden Fall Auch irgendwann nochmal spielen Ist jetzt Unabhängig davon Ob es jetzt für ein Special ist Oder nicht Aber ich muss den eh Auf jeden Fall Irgendwann nochmal zocken War das hier Dieser Raum? Ich weiß es nicht Oh da war ich doch schon Da war ich doch schon Oder? Will ich da jetzt nachgucken? Ach komm Machen wir später Ich möchte jetzt Erstmal Erstmal müssen wir jetzt hier Den letzten Duell Champion Besiegen Von Slytherin Und dann können wir gerne Ja da muss ich halt gucken Wo die letzte Bildkarte ist Weil ich glaube Eine letzte ist tatsächlich Die eine müsste in der Kammer des Schreckens sein Ich müsste aber eigentlich Nochmal nachschauen Vorsichtshalber Weil sonst Ah sonst verpasse ich das Und ich hab jetzt so viel Mühe investiert Um die alle zu bekommen Das wär so bitter Ja Du weißt es doch sowieso Du kennst doch Harry Lass ihn doch einfach rein Ja gut ich mein Ein Vielsafttrank Ja gut Das ist natürlich immer möglich Und dann lässt man da einfach Fremde Leute rein Deswegen braucht man das Passwort Aber andererseits Ist es auch nicht so schwer Ein Passwort rauszufinden Also so sicher ist das auch nicht So dann holen wir uns Jetzt mal hier Aber wir haben ja noch Den anderen Geheimweg Kommt man da vielleicht An diese eine Stelle ran Weil man hat ja gesehen Ihr wisst ja da Bei dem Geheimraum Mit den zwei Kesseln Wo man da rüber gesprungen ist Da ganz oben war ja Die Bildkarte Und hinter der Bildkarte War so ein dunkler Durchgang Also keine Tür Sondern nur so ein Durchgang Wo man durchschlüpfen kann Das heißt man muss Von irgendeiner anderen Seite Muss man dorthin Und das könnte ja hier sein Dass man da dann genau Auf diese anderen Seite rauskommt Und diese Bildkarte bekommt Und dann müsste ich mich Nur noch vergewissern Dass diese letzte Bildkarte Ja aber dann haben wir noch So 22 jetzt gleich Ja aber dann ist die nächste 23 Ja genau und da fehlt noch eine Und die müsste dann In der Kammer des Schreckens sein Aber da müsste ich mich Eigentlich nochmal vergewissern Nicht dass es doch nicht so ist Schätze dies ist das letzte Mal Dass ich dich Lebend gesehen habe Das wollen wir doch mal sehen Also eigentlich wollte ich noch Gleich in die Kammer des Schreckens Aber mal gucken Vielleicht stirbt Harry jetzt ja auch Und dann ist es vorbei Und dann gibt es keine Hoffnung mehr Für Ginny Dann war es das einfach Ja wir duellieren uns natürlich In dem Kerker Oder in der Kammer des Schreckens Sucht es euch aus Slytherin Duellierkerker Man hat nicht viel Platz zum Ausweichen Das ist hier einfach nur Einfach nur drauf bashen Du hast mich also gefunden Den Slytherin Zauberduell Meister Ein Gryffindor wird mich niemals schlagen Los Ein Duell Bereit? Ja mehr oder minder Let's go Stirb 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 Okay der hat nice Reflexe Ja ist wohl nicht schlecht Danke Dem kannst du nicht ausweichen Als Oh shit ich hab keinen Schutz Puh Und wie hat der den denn abgeblockt? Seine Kerze oder was? Au Au Ja ist auch die schwerste Map So gesehen Ob man nicht so viel Schutz hat Das passt schon Okay down Da kommt nimm den Wer konnte nur damit rechnen Let's go Bereit Let's go Auf geht's in die zweite Runde Au Au Gutes Aim von Harry gerade Holy shit Jeder schutz ein Treffer Au Komm Nein Wird hier gerade nur von Kerzen beschützt Jetzt wird's wirklich spannend Au Avarada Kedava Au Ich kann das besser Expelliamos Oh wie großzügig von dir Salazar Slytherin Das war ja klar Dass wir den hier bekommen Jetzt haben wir alle Gründerkarten Aber was machen wir mit dem einen Raum jetzt da Hat der irgendwas zu bedeuten? Ich muss sonst echt einmal nachschauen vorher Ich mach gleich kurz Pause Dann schau einmal kurz nach Weil Es bringt uns ja nichts Wenn ich das jetzt verpasse Es kann natürlich sein Dass ich die 100% Ja ja Harry Potter Der erste Schüler Der alle Gründermeister besiegt hat Ich schätze man darf Ihnen gratulieren Sehr gut gemacht Ja danke danke Es kann natürlich sein Dass ich die 100% auch dieses Mal nicht bekomme Aber zumindest habe ich diesen einen Zauberspruch jetzt Den hier Der ist auch mächtiger jetzt Den habe ich das letzte Mal nicht geholt Also es könnte sein Dass das Ja Dass das jetzt so Ne Aber ich guck mal Ich guck mal was das jetzt überhaupt ist Ich speichere mal hier vorne schon Lieber Ich weiß ja nicht was da jetzt kommt Also keine Ahnung mehr was das da war Es ist auf jeden Fall kein 100% Raum Weil sonst könnte ich da jetzt nicht rein Ich kann mir vorstellen Das ist jetzt hier Tatsächlich Ist aber noch abgeschlossen Das ist noch abgeschlossen hier Was soll ich denn da Ist das ein 100% Oder ist das echt ein 100% Raum? Das ist ja Mies Naja Dann würde ich sagen Muss ich irgendwie gucken Wie ich da hinkomme Weil sonst Bringt das hier ja nicht viel Ich muss jetzt unbedingt Diese eine Bildkarte bekommen Und gucken Ob es wirklich eine In der Kammer des Schreckens gibt Also es würde mich stark wundern Wenn in diesem großen Bereich Keine Bildkarte wäre Das muss eigentlich so sein Das macht einfach keinen Sinn Wenn da keine wäre Da muss eine sein Also Da brauchen wir eigentlich nicht Drüber zu reden Aber ich muss jetzt erstmal Den anderen Geheimgang Wiederfinden Da wo die Kessel sind Wo war das denn? War das nicht kurz Vor dem Oberschloss? Das müsste ja dann hier sein Theoretisch Weil hier oben ist das Oberschloss Hier ist die Bibliothek Und dann geht man hier lang Und dann kommt gleich das Oberschloss Aber Ich weiß es nicht Das ist natürlich jetzt die Frage Das ist immer das Blöde Du gehst dann in den Geheimgang rein In den Geheimgang rein Und du weißt dann nicht Okay kann ich schon alles holen? Oder ist es doch dieser hier? Ich werde es einfach mal probieren jetzt Also keine Ahnung Ich gehe einfach mal rein Man kann es ja mal versuchen Ich werde jetzt noch ein bisschen gucken Aber ich werde jetzt auch nicht mehr Ewiger Zeit verbringen Weil wir sind jetzt gleich Wir sind schon über Fünfeinhalb Stunden dabei Hier mit dem Video Und deswegen ich Oh das ist der Raum des Todes Hier ist schon wieder ein Ritter Aber der hat ja nichts damit zu tun ne? Kann ich jetzt vielleicht in diese Richtung? Ah das habe ich vorher noch nicht machen können oder? Oder war ich da doch schon? Warte mal war ich da schon? War das nicht dieser Rattenraum? Ah safe war ich da schon Da brauche ich nicht rein Ne 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 da brauche ich nicht rein Bloß raus hier Da habe ich schon alles gut Außerdem war hier schon eine Bildkarte drin Da wird niemals ein Weg zu einer Bildkarte führen Wenn da oben schon eine war Das macht gar keinen Sinn Ne 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 da ist nichts Das hat nichts zu bedeuten Also ich würde sagen Mir fehlt jetzt eine Bildkarte Eine einzige Die noch im freien Spiel ist Der Rest ist einfach nur in irgendwelchen Leveln Na wo führt's hin? Fordere Halle Nein ich bin ja nicht zur forderen Halle Das bringt mir ja nichts Ich muss das gleich einmal kurz nachgucken Das ist sonst einfach zu Dauert zu lange Ist ja jetzt nur Sucherei Bringt uns allen nix Ha Aber Ich müsste halt erstmal das wieder finden Und dann muss ich mir irgendwie überlegen Wie komme ich da Okay das war die Ah ist immer von da abgeschlossen Ja gut okay Okay das hat nix damit zu tun Dass die Tür ist hier übrigens immer noch zu Das hat nix damit zu tun Im Kerker hab ich In den Kerkern hab ich glaube ich alles geholt Da sollte jetzt nichts mehr offen sein Oder war der Gang im Kerker? Der Spezialgang Aber da war ich ja eigentlich auch nur um War das so ein Kerker Ding? Ne war nicht so ein Kerker Ding Glaube ich nicht Ja dann gehen wir einfach hier weiter Würde ich sagen Erstmal nochmal ein bisschen Also ein bisschen werde ich noch selber gucken Das hier zum Beispiel Das ist glaube ich so ein ganz einfacher Geheimgang Oder? Ich muss ihn einmal nehmen Ich muss einmal gucken Es kann ja sein Dass das jetzt wirklich Es kann ja sein Dass das doch der ist Den ich eben Wo ich die ganze Zeit denke Oh da war ich schon drin Und dann war ich da gar nicht drin Oder war ich halt schon drin Aber hab nicht alles geholt Weil ich es nicht konnte Ja guck mal Das ist jetzt hier gerade der Anfang Sonst hätte er nicht diese Sequenz Das ist ja nichts Neues Sodass man zaubern kann Das ist ja total Standard Ne das war hier Hat man die Bücher abgeballert Und sowas Das hat absolut nichts gebracht Komm Vorspulen mach ich sonst nicht Aber jetzt mal ganz ehrlich So Nur ausnahmsweise Jetzt mal kurz Weil wir halt schon so lange dabei sind Und deswegen Also Man muss sich nicht Alles jetzt 100.000 mal angucken hier Da gehen wir gleich rein Wenn ich dann die eine Bildkarte Jetzt noch habe Die muss ich natürlich jetzt holen Weil es jetzt auch die letzte Chance ist Weil danach geht es in die Kammer des Schreckens Und dann gibt es kein Zurück mehr Dann später Ich kann dann zwar die Level wiederholen Aber ich kann ja nicht mal Frei im Schloss herumlaufen Weil ich dann Dann im Gemeinschaftsraum festhänge Und ich würde so gerne Die 100% holen So hier könnte man theoretisch lang Da war ich ja schon drin Oberschloss War das ein Gang im Oberschloss Oder war das was anderes Hier war ich doch safe schon drin Oder Ich weiß nicht Einmal hier Ich kann ja mal hier eben Den hier machen Die Ladezeit mal ein bisschen skippen Eben mal gucken Warte mal kurz Ja das ist tatsächlich Ein Bereich den ich noch nicht Holen konnte Und ich glaube das ist jetzt Wirklich hier Das könnte das sein Der Geheimgang führt bestimmt Zu diesem Safe Also würde mich stark wundern Wenn das jetzt nicht da hinführen würde Aber wo soll das sonst hinführen Als ob man hier nur ist Für die paar Bohnen Das muss ja einen Grund haben Warum das hier abgeriegelt ist Und jetzt komme ich in diesen Kessel Geheimraum Genau Hehehe Genau das wollte ich damit erreichen So und jetzt denke ich mal Dass man die letzte Bildkarte Wirklich in der Kammer des Schreckens bekommt Und ich gehe jetzt einfach mal davon aus Also ich zocke jetzt einfach mal darauf Dass man das so bekommt Also ich kann mich auch irren Und dann habe ich halt Pech Aber ich habe glaube ich Alle Geheimnisse abgeklappert Und Ich glaube das ist einfach Ich glaube es ist ja auch hier Der Steiner Weisen Wo man diese Kesselspiele mit Nick hat Das ist ja der Steiner Weisen Und da hat man sicherlich auch Diese Zwiebel Games Das heißt im Endeffekt Ist es das Ich spule mal vorher gerade Mach ich aber gleich nicht mehr So ab jetzt nicht mehr Ich speichere gleich mal vor Lockhart Und werde dann auch keinen Safe State mehr setzen Bis dahin Falls ich die Falls ich dann doch die letzte Bildkarte nicht bekommen kann Dass ich zumindest Ich kann ja auch den Safe State Slot Wechseln Das habe ich nämlich auch Rausgefunden Vor einiger Zeit Dass man Auch mehrere Hier mehrere Safe States In EPS EPSXE machen kann Ich dachte ja immer Man kann nur einen machen Aber das ist ja gar nicht Das ist ja gar nicht wahr Man kann mehrere machen Das heißt ich werde gleich einfach Den Slot wechseln Und dann kann ich immer wieder Hier hin zurückkehren Wenn ich dann doch Einen Fehler gemacht haben sollte Und muss dann nicht Das ganze Spiel nochmal neu machen Sondern nur die Passage Und das ist weitaus angenehmer So hier ist Lockhart's Büro Hier mache ich jetzt einmal Den Safe State Und dann kann ich nämlich Auf F2 hier den Slot wechseln Nehmen wir mal 3 Und dann kann ich hier Durchswitchen Das ist dann der Safe State Den Nummer 3 Und jetzt kann ich auf Nummer 1 Wieder weiter normal saven Und das mache ich auch So Ja wir nähern uns der 6 Stunden Marke Und jetzt geht es Auch schon auf das Finale zu Also das heißt ja schon Aber Ich finde es schön Dass man sich so viele Stunden Mit diesem Spiel beschäftigen kann Klar hat es jetzt auch Ein bisschen länger gedauert Weil ich das Spiel eben Nicht mehr so gut Also ich kann das schon noch Aber ich habe nicht mehr Jedes Detail gewusst Deswegen Dauert das halt dann immer so ein bisschen So Gilderoy Du bist doch jetzt hier in deinem Büro Oder nicht Vorratsschrank Verteidigung Gegen die dunklen Künste Gucken wir mal Ob er gerade da ist Der Herr Lockhart Ah jetzt kommt das Strudelparadies hier Ich erinnere mich Irgendwo öffnet sich hier gleich ein Pfad Und dann müssen wir schnell durch Das dauert so lange ne Ja gut dann müssen wir jetzt durch Oh da vorne Warte 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 Wow Jetzt hier Und jetzt Immer schön hier Und jetzt hier oben bitte Ne hier Und jetzt oben bitte Ja okay Es wäre schön hier nicht zu sterben Das wäre toll Ich mache jetzt State Ganz ehrlich Scheiß drauf Na komm ich durch Ne Na wo darf ich durch Wo darf ich durch Jetzt hier Ja Oh shit das war falsch Ich muss hier durch Aua warte mal Äh Hier muss ich jetzt durch Das ist richtig Puh Und das Ding ist Es ist jetzt gerade mal Die zweite Ebene Links oder rechts Okay das war richtig Komm jetzt oben Ne war es nicht Puh das war falsch Ich hätte nach rechts Ich hätte nach rechts gehen müssen Lauf schnell Oh Jetzt muss ich nach rechts Genau Und jetzt nach oben Oder rechts Rechts und jetzt oben Oh Okay Einmal durch Und dann kommt die letzte Das letzte Das letzte Minispiele Ne das war es schon Oh Ich dachte es wäre Es gäbe mehr davon Es waren nur zwei Ach Ritter Spüre meinen Zorn Nice Punkte bitte Ich meine hier war ich schon mal Ne oder Muss ich da hin Tür öffnen Was gibt es denn Ich gucke einmal kurz Ich gehe hier einmal rein Ich weiß nicht wenn er jetzt hier ist Dann Ich will einmal gucken Was man hier hat Das ist ein Geheimweg Zu irgendeiner Ich meine es muss ja hier Irgendwas geben Hallo Wieso Kann ich hier nicht War hier nicht eine Mietze hier unten Ah hier ist Fluffy Vorsicht gefährliche Kreaturen Da seht ihr es nochmal Ich glaube hier ist Fluffy Kein zu gefährliche Kreaturen Oder es ist was anderes Was ich jetzt gerade auch irgendwie Was ich auch gerade in mein Gedächtnis rufe Was auch ziemlich geil ist Hallo kann ich hier nicht Wer die Minios aktivieren Hallo Nö Ich dachte ich kann jetzt hier Wer die Minios aktivieren Irgendwie Ach kann ich ja echt Schafft er das denn Ja ganz knapp Ich weiß nicht mal ob der Weg Es ist Ich hoffe das ist nicht der richtige Weg Weil ich wollte jetzt hier nur mal gucken Das ist doch nicht hier Auf jeden Fall nehme ich die Haus Ich nehme die Hauspunkte mit Ich würde auch gerne noch die letzte Also wenn es noch eine Bildkarte gibt Hier dann nehme ich sie mit Aber ich glaube die ist in der Kammer des Schreckens Es macht doch gar keinen Sinn Dass keine Als ob da keine einzige Bildkarte In der Kammer des Schreckens ist Das ist so ein Wichtiger Ort In der In der In der Harry Potter Welt Da muss eine drin sein Wir haben das Geheimnis gleich gelüftet Leute Da ist die furchterregendste Kreatur Die ihr euch nur vorstellen könnt Und ich warne euch schon mal vor Ich hoffe ihr seid bereit dafür mental Für diesen Für diesen Augenblick Ich hatte als Kind so viel Angst Hier rein zu gehen Ich Ich mach's mal Oh Gott Oh Gott Oh Gott Oh Gott Oh Gott Oh Gott Da ist sie Oh mein Gott Holy shit Die furchterregende Kreatur Oh mein Gott Sie greift mich an Oh mein Gott Nein Ja das ist sie Ist ein nettes Easter Egg hier Ganz nett Ja aber brauchen wir ja nicht Das ist ja dann Das ist ja eine Jacke wie Hose Da brauchen wir ja nicht reingehen Ich hab's euch jetzt einmal gezeigt Ich hätte Am Anfang dachte ich wirklich Fluff hier Dann hab ich mich wirklich daran erinnert Und wusste Okay das ist das Wieder zwei Wege Was soll ich denn machen jetzt Einmal die Tür Und einmal die Tür Und bei beiden steht nur Tür öffnen Dann mach ich doch wieder ein State Und geh einfach mal in diese Tür rein Okay das ist Locker das Büro Was ist die andere Tür Seltsam Warum ist die Tür wohl verschlossen Naja Ich sollte mir also einen anderen Weg suchen Haha und jetzt müsste ich hier wieder komplett den anderen Weg nehmen Alter Ihr seid doch nicht normal Alter Das mach ich doch nie im Leben man Weil ich falsch gegangen bin Wie ärgerlich Nur weil du die falsche Tür nimmst Er lockert Sie sind verhaftet Oh Harry Ich bin sehr beschäftigt Professor Ich habe Ihnen etwas zu sagen Ich glaube die maulende Myrte ist das Mädchen Das vor 50 Jahren starb Sie weiß bestimmt Wo der Eingang zur Kammer des Schreckens ist Aha Naja Okay Sicher Ich bin gerade mal aufgestanden Und habe mir mein Handy geholt Oh du bist es Was willst du Dich fragen Wie du gestorben bist Oh das war schrecklich Es ist hier drinnen geschehen Ich bin in dieser Kabine gestorben Ich erinnere mich noch gut daran Ich versteckte mich Weil Olive Hornby mich wegen meiner Brille hänselte Die Tür war verriegelt und ich weinte Dann hörte ich einen Jungen hereinkommen Dann wurde etwas komisches gesagt In einer anderen Sprache Also habe ich die Tür aufgemacht Um ihm zu sagen Er solle gefälligst verschwinden Und sein eigenes Klo benutzen Und dann Dann bin ich gestorben Wie? Keine Ahnung Ich weiß nur noch Dass ich ein paar große gelbe Augen gesehen habe Mein Körper wurde starr Und dann bin ich davon geschwebt Wo genau hast du diese Augen gesehen? Dort am Waschbecken Sieh mal Die Wasserhähne verwandeln sich in Schlangen Sag was Etwas in der Puzzlesprache Okay Ich versuch's Mach auf Komm 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 Zu mir Ich gehe zuerst Nun ihr Jungs Scheint mich ja nicht mehr zu brauchen Ich verschwinde dann mal Wir folgen dir Harry Nicht wahr Professor? Oh nein Oh doch Das machen wir Ja ich wollte gerade auf dem Handy kurz gucken Ob man Also wo die letzte Bildkarte ist Ob die wirklich in der Kammer des Schreckens ist oder nicht Aber ich finde da jetzt auf Anhieb nichts Also Ich riskiere es einfach mal Und hoffe dass sie hier ist Ich hoffe auch dass das wirklich der verbesserte Äh Zauberspruch ist Der mir damals gefehlt hat Aber den hatte ich ja damals nicht geholt Also ich hatte nur gedacht Dass der andere Raum das vielleicht sein würde Der da abgeschlossen ist Aber da ist es ja scheinbar nicht Oh Gott Oh Gott ey Ich muss vorhin da sein oder nicht Wobei es egal ist Ich glaube es ist egal Oh Leute Warum seid ihr denn so schnell? Ich komme gar nicht hinterher Der Weg ist aber auch weit in die Kammer des Schreckens Das ist aber auch nicht mehr normal Und da ist sie schon Ne doch nicht Wow 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 Aufpassen Oh Monster Stunt Bonus Oh Gott oh Gott Jetzt müssen wir aber gleich da sein Ich habe nicht mehr viel Zeit Oh Wow Wow Da ist sie doch Oder nicht Hallo Da ist sie Oh mein Gott Wie er da jetzt reinslidet Oh Was ist das? Aha! Harry! Willkommen! Da bist du ja endlich. Vorsicht, Harry! Ich glaube, er ist verrückt. Verrückt? Moi? Nein, nein! Nicht der große Gilderoy Lockhart! Jetzt ist Schluss mit lustig! Das Abenteuer ist vorbei! Sieh doch! Ich werde zurückgehen und Ihnen sagen, es sei zu spät gewesen, um das Mädchen zu retten und dass ihr beide angesichts ihres zerfleischten Körpers tragischerweise den Verstand verloren hättet. Oh nein! Ich weiß, was er vorhat. Er will uns mit seinem Vergessenszauber belegen. Ja, genau! Der berühmte Lockhart-Vergessenszauber. Tut mir leid, Jungs, aber es ist das Beste. Das werden wir ja sehen, Gilderoy. Mit seinen komischen Trickshots. Amnesia! Übrigens, das Amnesia, der Amnesia-Gestaub ist ein Instant-Kill. Also, wenn ich da einmal reinkomme, bin ich direkt tot. Amnesia! Amnesia! Wie schön er das immer sagt. Amnesia! 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 Ich muss hier gerade mal weg, da ist gerade hier wieder dieser Amnesia-Staub. Am... Ja. Du mich auch, du. Alter, es erfolgt mich. Die Amnesia verfolgt mich. Amnesia! Der hat gesessen. Ah, Mist. Hör auf mit deiner scheiß... Amnesia! Komm, hau jetzt mal hier einen rauf, da. Komm, gib mir einen Bonusfluch jetzt. Ey, die gehen da drüber hinweg. Was soll ich das? Wie soll ich da überhaupt jemals was auslösen, wenn da nicht jemand drüber hinweg geht? Amnesia! Amnesia! Gott! Amnesia! Das ist halt wirklich immer eine Möglichkeit, ihn zu treffen, wenn er seine scheiß Amnesia-Kacke da raushaut. Weil so ist immer nur ganz, ganz wenig, was man abzieht. Amnesia! Oh, Amnesia hat mich gekillt. Oh mein Gott. Amnesia! Amnesia! Spiel fortsetzen? Ja, natürlich. Und ich hab wieder full life und jetzt geht's los. Blödes, ich muss es wieder von vorne machen. Halt die Fresse! Ja, ja, ja. Ein No, Mann. Ja, Amnesia, Alter. Deine Mutter, Mann. Amnesia! Amnesia! Dieser Scheißstaub, der kommt auch hinterher, ne? Das ist Wahnsinn. Amnesia! Amnesia! Junge, du gehst mir auf den Sack langsam, wirklich. Stirb endlich, Mann. Amnesia! Ordentlich mein Bonusflug. Komm, stirb. Der staubt mich wieder verfolgt. Komm, ein Hit noch. So, jetzt geht er down hier. Stirb, Junge. Amnesia! Ron, bist du okay? Ron! Ich bin hier. Ich bin okay. Locke hat allerdings nicht. Der Zauberstab hat ihn umgehauen und mit seinem eigenen Fluch belegt. Was sollen wir jetzt tun? Wir kommen hier nicht durch. Das dauert eine Ewigkeit. Da gibt's nur eins. Warte dort und ich gehe weiter. Genie ist jetzt schon einige Stunden in der Kammer. Wir dürfen keine Zeit verschwenden. Okay, Harry. Ich probier ein paar Felsen wegzuschieben, sodass du zurück kannst. Ja. Ja. Soll ich weitergehen, Ron? Ja. Geht's dir gut? Ja. Okay, dann ist ja alles gut. Okay, wir gehen jetzt weiter und ich hoffe, hier ist die letzte Bildkarte. Das werden wir sehen. Ich hab ja sonst noch den einen Save, wo man da nochmal gucken könnte. Ob ich das denn jetzt hier in diesem Special mache, ist eine andere Frage. Aber vielleicht würde ich dann nochmal ein extra Video machen, wo ich vielleicht nochmal dann gucke. Ich weiß nicht, ob das jetzt geeignet ist für so ein Special. Weil ich hab ja gesagt, ich will die 100% gerne holen, aber nicht so auf Krampf. Also nicht um jeden Preis. Wo ist die Mix-Music? Die fehlt mir so ein bisschen. Gut, in der Kammer des Schreckens vielleicht nicht so passend, aber... Und fertig. Ja. Es geht los, Leute. Kammer des Schreckens-Time. Lockert ist bezwungen, das ist gut. Und jetzt muss ich nur noch die letzte Bildkarte finden, die es hier wahrscheinlich irgendwo gibt. Mit diesen schönen Schlangentürchen. Ich liebe das hier. Ich glaub, die Schnecken sprechen gerade mit mir. Und selbst in der Kammer des Schreckens wird natürlich sofort... Da der Kontostand erhöht für das Team Gryffindor. Das ist ja klar. Shit. Oh shit, die ist immer so aggressiv, die Ratte. Oh, Junge, Junge. Okay, down. Und das gibt wieder keine Punkte, oder was? Die Ratten sind nerviger als die Schnecken. Oh, Junge, die Ratten sind nerviger als die... Als die Spinnen. Äh, als Schnecken. Es ist so. Hallo, Tür. Ach ja, der finale Raum. Also nicht der finale Raum, aber der... Der Raum vor dem finalen Raum, sagen sie mal so, wie es ist. Aber um dort hin zu kommen, müssen wir natürlich diese ganzen anderen Türen erstmal betreten, um diese Plattform anzuheben. Um dann in die schöne Tür da oben zu gelangen. Und ich hoffe, auf dem Weg dorthin kriegen wir die letzte Bildkarte irgendwo noch. Aber ich glaube, das habe ich letztes Mal auch schon gedacht, vor sieben Jahren. Glaube, hier ist wirklich eine Bildkarte irgendwo. Ich weiß es aber nicht. Wenn sie nicht da ist, dann habe ich natürlich ein Problem. Eine fehlt mir ja. Ist die in der Kammer des Schreckens oder nicht? Oder hätte ich die jetzt vielleicht schon holen können, weil... Das kann natürlich auch sein, dass ich die letzte holen kann, weil ich jetzt 23 von 24 habe und die letzte ist Harry Potter. I don't know. Verwirrender Tunnel? Worauf habt ihr mehr Bock? Verwirrender Tunnel? Dunkle Halle? Oder? Ich ne... Ich gehe erstmal die vergessenen Kerker. Eigentlich müsste ich sie so schnell besiegen, weil mein Spruch ist tausendmal besser als vorher. Eigentlich müssten 2 Hits sein eigentlich, oder? 3 Hits? Wingardium Leviosa. Leviosa, Leviosa. Das reicht. Ich brauche einen größeren Brocken. Ich brauche so einen Brocken. Vor diesem Kaliber hier. Wingardium Leviosa. Und dann machen wir den hier. Boom. Also zumindest ist das jetzt der Plan. Wingardium Leviosa. Er muss glaube ich von weiter oben fallen, nicht von so, ne? Er muss ganz weit hoch. Und dann runterfallen lassen. Und dann runterfallen lassen. Dachte ich zumindest. Dachte ich zumindest. Er ist doch schon halb offen, wenn ich da überhaupt durch muss. Ist das denn überhaupt der... Soll man das hier so machen? Ich meine schon, oder? Wingardium Leviosa. Oder nicht? Was soll man denn hier nochmal machen? Wingardium Leviosa. Ich habe keine Ahnung, was man hier nochmal tun muss. Können wir hier vielleicht noch gar nicht lang? Ach doch. Jetzt. Finally. Es hat nur ein bisschen gedauert. Ach ja, komm. Stay dich wieder. Ich habe echt keinen Bock auf die Kollegen. Boom, boom, boom. Boom, 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 boom. Boom, 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 boom. Ja, die Fresse. Money. Boom, 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 dum, 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 dum. Ich laufe mal hinter dir her. Ich gehe mal hier in die Ecke. Da sollte er mich nicht sehen, wenn er jetzt sich umdreht. Ah, jetzt könnte er mich da aber sehen. Und cool. Ich kann... So. Gehe ich lieber hinter ihm her oder so. Ist mir doch egal. Lass mich durch, lass mich durch. Ich muss da jetzt gar... Ich bin... Ja, moin, Alter. Das hat mich mein Leben gezogen. Na, jetzt kommt er wieder. Das wäre halt jetzt die Chance gewesen, ne? Das muss doch irgendwie machbar sein, da vorbeizukommen. Wollt ihr mich verarschen? Oh mein Gott, ist das gut. Juhu, ich bin durch. Hier auch. Lauf einfach. Ah, hier habe ich wenigstens ein bisschen Schutz. Ja, hier habe ich ein bisschen Schutz. Lauf mal, ich kann ja mal riskieren. Vielleicht klappt das ja. Ui, 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 ui. Dreh sich um. Ui, 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 ui. Guck mal, wie ich mich da durchsnecke. Das war's schon. Uah, geschafft. Oh Gott, das war ja eine einfache Passage. Und hier ist nichts außer dieser dumme Button? Ja gut, okay, der pusht das nach oben. Das ist schon wichtig, aber... Keine Bildkarte? Mann. So, vergessene Kerker sind erledigt. Jetzt haben wir noch... Gehen wir in die verwirrenden Tunnel und die dunkle Halle kommt dann zum Schluss. Was habe ich beim letzten Mal eigentlich gewählt vor sieben Jahren? Ich frage mich das jetzt gerade echt. Wahrscheinlich habe ich es genauso gemacht. Incendio. Nice und wieder Punkte. Wuhu. Here we go again. Gut, schauen wir noch ein bisschen... Ja gut, die kann ich jetzt natürlich zerstören und die kommen ja gar nicht an mich ran. Und... Schon ein bisschen unfair so. Okay. Lass mich dich zerfetzen. So. Oh, ganz viele Schnecken kriege ich die von hier oben schon? Na, ich gehe mal lieber runter. Zwei jetzt nur noch. Wobei, war das nicht früher? Ne, die haben früher mehr gebraucht. Wie schnell. Komm schon. Geh doch drauf jetzt. Mann, diese Schnecke. So. So, das ist doch jetzt hier. Das ist doch jetzt hier der Gang. Gib mir endlich jetzt. Oh Gott, ich werde vielleicht verbrennen. Oh mein Gott, was macht denn Lava hier in der Kammer des Schreckens? Ist das Kanon? Ich glaube nicht. Scheiße, ich habe keinen. Ich habe keine Bildkarte. Ah, ich habe keine Bildkarte. Als ob die jetzt... Ach, sie... Ist die noch hier? Ist hier eine? Ist hier eine Bildkarte drin? I don't know. Ah, ich glaube nicht, oder? Oh, wahrscheinlich nicht. Es wäre so cool, wenn hier eine drin wäre. Aber ich glaube fast, hier ist keine drin. Mann. Ja, komm. Hau mich doch. Hau mich. Hau mich. Äh, und ja, nicht so. Also das meine ich... Also wenn ich sage, hau mich, heißt das, dass du mich eigentlich nicht hauen sollst. Also du sollst mich nicht treffen. So meine ich das. Mann! Stirb! Nice. Boom. Aber das ist doch jetzt... Ist hier die letzte Bildkarte drin? Wenn ich das jetzt wüsste. Sag mal. Ist das vielleicht... Muss ich die vielleicht hier in die Ecke hauen? An die... An die Wand, damit von oben irgendwas runterrollt? Das wäre absurd. Real? Really? Okay. Okay, let's go. So, Bildkarte, bitte. Bildkarte, bitte. Mann! Eine Bildkarte wäre echt so geil jetzt, ne? Eine Bildkarte wäre so geil, ne? Die wird eh erst zum Leben erweckt, wenn ich hier stehe. Aber die sind ja harmlos. Die kann man ja immer fertig machen. Und die geben Punkte ohne Ende. Warte kurz. Hallo? Au, Alter. Hör auf, mich zu damagen. Ich meine, da ist noch eine Heilung. Das ist nicht das Problem, ne? Ey, gib mir jetzt bitte endlich diese scheiß... Bildkarte. Wenn die hier wirklich nicht ist, ne? Dann habe ich echt verkackt. Dann muss ich noch mal kurz das... Dann muss ich kurz die Aufnahme stoppen und einmal kurz, äh, ja... Ein bisschen recherchieren. Weil dann... Dann muss ich tatsächlich noch mal ein bisschen gucken. Weil vielleicht... Ich meine, ich habe ja noch den Safe State. Vielleicht kann man das ja noch ein bisschen... Kann man es denn doch noch hinkriegen? Ich muss jetzt da irgendwo... Wo kann ich dann hier hoch? Hier, ne? Ja, hier. Und dann da drüben wahrscheinlich hoch, ne? Ja. Es ist ja wieder kein Platz da, ne? Das ist ja echt schrecklich. Und der fängt jetzt halt schon... Jetzt schon an zu laufen, ne? Ich bin noch nicht mal hier. Und da oben ist schon wieder so ein Riesenritter. Leck mich doch. Da ist kaum Platz zum Kämpfen. Was soll ich machen? Okay, hier ist echt keine Bildkarte. Ach, der sah nur groß aus. Der ist gar nicht groß. Okay. Und der ist sowieso so weit weg. Ja, da werde ich wohl gleich noch mal... Kurz die Aufnahme stoppen müssen. Weil... Ich habe keine Bildkarte. Ich meine, ich bin jetzt durch. Aber das bringt mir ja nichts. Im Endeffekt bringt mir das nichts. Ich werde jetzt noch kurz diesen Trank brauen, damit ich full live bin. Aber das bringt mir ja nichts. Ich habe die Bildkarte nicht. Ich kann ja genau mal gucken, welche Bildkarte mir gerade fehlt. Und dann habe ich sie ein bisschen leichter bei der Suche. Komm raus. Oh ja, noch ein Schluck aus der Pulle. Und dann gucke ich einmal, welche Bildkarte mir noch fehlt. Und dann muss ich einmal im Internet suchen, wo sich die befindet. Und eventuell muss ich das dann alles nochmal machen. Aber das würde ich dann natürlich offscreen machen, das hier. Ist ja nicht so wild. So. Wir gucken mal ins Folio Magi. Albus Dumbledore. Shoot Godric Albus Dumbledore. Die links oben fehlt. Links oben fehlt. Gut, ich würde sagen... Ich gehe aber trotzdem schon mal hoch. Wobei, das können wir ja dann machen, wenn es soweit ist. Ich mache jetzt hier einen Safe State. und würde sagen, ich pausiere mal kurz und werde mal ein bisschen nachschlagen, wo dann jetzt wirklich die letzte Bildkarte ist. Und dementsprechend werde ich dann handeln. Also bis gleich, Leute. Äh. Was soll ich sagen, Leute? Ich habe wirklich was vergessen. Und deswegen... müssen wir jetzt einmal hier schnell den... Ist nicht euer Ernst jetzt, oder? Was soll ich sagen, Leute? Ich habe halt wirklich was vergessen. Das heißt, wir müssen jetzt hier... diesen Spielstand nochmal laden. Und... Was soll ich sagen? Es ist mir ein bisschen unangenehm, was ich da wirklich vergessen habe. Ihr werdet gleich sehen, was ich damit meine. Ich spule das mal gerade mal vor hier. Äh, ja. Jetzt ist das Spiel natürlich verwirrt, weil ich einen anderen Spielstand habe. Ähm. Ich habe gerade übrigens das schon mal... diesen Part hier aufgenommen, aber ich habe das nicht gefunden, obwohl ich es gerade im Video gesehen habe. Ich habe mir das nicht vernünftig angeguckt, deswegen habe ich das jetzt nochmal neu gemacht. Wir sind nämlich eigentlich bei... Wir sind eigentlich bei... 92 Prozent, glaube ich. Und hier bei der alten Dame, ne? Gegenüber von der alten Dame, hier oben die Treppe rauf, da ist die Bibliothek. Und da ist tatsächlich diese Karte drin, die ich mir scheinbar nicht geholt habe. Offensichtlicherweise. Und eigentlich ist die total offensichtlich. Ich weiß nicht, was... Wieso ich die nicht bekommen habe. Ich weiß es nicht. Jetzt wird er wahrscheinlich wieder rummeckern. Weil das nicht passt. Oder auch nicht. So. Hier sind jetzt diese ganzen Bücherregale. Lalalala, ist ja ganz toll. Und jetzt muss man direkt hier das erste... Den ersten Geheimgang hier wählen. Einmal hier das Bücherregal aufmachen. Es ist einfach... Ich verstehe nicht, wie ich das übersehen konnte. Ich war überall immer so gründlich, habe alles abgesucht, aber das habe ich nicht mitbekommen. Das ist so lächerlich. Das hätte man alles vermeiden können. Ach, das ist so ein bisschen ärgerlich, das Ganze. So. Aber egal. Wir müssen nach vorne blicken. Ich werde das gleich alles offscreen nochmal neu machen. In der Kammer des Schreckens, sodass wir dann eben nur noch die Plattform hochlaufen müssen. So, da wo wir eben auch schon waren. Hier muss man nach rechts, meine ich, war das. Und hier gibt es diese ganzen Bücherregale. Und hier hinter ist noch ein weiteres Bücherregal, was man allerdings aufschieben kann, was ein Geheimgang ist. Und da oben, ich war hier nicht mal drin. Ich habe diesen Raum komplett übersehen. Was zur Hölle? Dabei ist das die wichtigste und legendärste Bildkarte, die man in diesem Spiel bekommen kann. Ihr werdet gleich sehen, was ich meine. Es ist wirklich peinlich. Es ist wirklich peinlich ein bisschen. Harry Potter, der Junge der Überlebte. Ich habe ihn nicht bekommen. Ich habe ihn einfach nicht gesehen, diesen Raum. Verstehe es nicht. Ja, und jetzt muss ich wohl oder übel nochmal alles neu machen. Aber ganz ehrlich, für diese Aktion habe ich mir das auch irgendwie verdient, muss ich sagen. Das heißt, ich werde jetzt wieder zur Lockhart gehen. Ich werde nochmal dieses Strudel-Rätsel, wenn man es so nennen kann, machen. Ich werde dann alle drei Plattformen nach oben fahren lassen. Und dann sehen wir uns wieder. Und dann haben wir noch das Finale. Bis gleich, Leute. Schwing! Und da bin ich wieder, Leute. Ich habe mir jetzt... Schwing! Schwing! Und da bin ich auch schon wieder, Leute. Jetzt haben wir halt 24 von 24. Ich habe jetzt 105 Hauspunkte. Es könnte sein, dass es mehr ist als vorhin. Weil ich habe noch diesen einen Ritter gekillt. Wisst ihr noch da diesen... Dieser eine Raum mit diesem Ritter, wo quasi der Hebel dieses eine Schloss freigesetzt hat, was zu dieser angeblich so gefährlichen Kreatur geführt hat, zu dieser Mietze-Katze. Den Ritter habe ich mitgenommen, weil ich habe ja das eine Mal ja da reingeschaut und euch einmal diese Katze gezeigt, dieses Kätzchen. Und habe dann aber wieder den Safe State geladen, bevor ich... der dann vor diesem Raum war. Und somit hatte ich diesen Ritter gar nicht gekillt. Es kann sein, dass ich jetzt mehr Hauspunkte habe als vorher. Und... Ja, jetzt haben wir halt alle... Alle... Und ich glaube, ich habe auch nicht mehr so viele Bohnen, aber das macht ja alles nichts. Auf jeden Fall, lasst uns einfach jetzt hier schön... hier nach oben gehen. Ich weiß jetzt natürlich nicht, ob das nötig war. Vielleicht hätte es auch gereicht. Vielleicht hätte ich das später auch über das Buch wiederholen können. Ich weiß nur nicht, ob man da noch frei im Schloss herumlaufen kann, aber ich glaube nämlich nicht, weil sonst... hätte ich ja damals diesen einen Spruch auch noch bekommen. Deswegen bin ich... Komm... Komm zu mir... Hä, ich bin doch direkt vor deiner Tür quasi. So, ich komme doch jetzt... Ich komme doch jetzt gleich zu dir. Alles gut. Mein Süßer. Ne, ich habe es auf Nummer sicher jetzt gemacht. Kann sein, dass das unnötig war, aber ich wollte halt wirklich auf Nummer sicher gehen und das hat jetzt vielleicht 20 Minuten gedauert, das alles nochmal neu zu machen. Das war voll okay. Also alles gut. Also 20 Minuten ab dem Moment, wo ich die letzte Bildkarte gesammelt habe und gesagt habe, jo, wir sehen uns gleich wieder. Wir haben jetzt übrigens 22.12 Uhr, was mega krass ist. Ich habe ja gesagt, das dauert bis in die Abendstunden rein. Eher in die Nachtstunden noch rein, also... Naja, es wird jetzt nicht mehr so lang sein. Aber wir haben noch das große Finale vor uns, Leute. Und das wollen wir jetzt nochmal ordentlich bestreiten. Sei nicht tot, bitte! Sie lebt noch. Gerade noch. Ginny hat Monat für Monat diesem Tagebuch ihr Herz ausgeschüttet. Und ich wurde stärker und stärker, bis ich genug Macht hatte, hier etwas von meiner Seele einzuflößen. Ginny Weasley hat die Kammer des Schreckens geöffnet. Sie hat die Drohungen an die Wände geschmiert, die Schlange von Slytherin auf die Schlammblüter und Filchskatze gejagt. Ginny hat mir alles über dich erzählt, Harry. Also beschloss ich, dein Vertrauen zu gewinnen und dir meine Ruhmestat vorzuführen, wie ich diesen Hornochsen Hagrid erwischt habe. Ich hoffte, eines Tages jemand anderen auf meine Spur zu bringen, Salazar Slytherins edles Werk zu vollenden. Ich wusste, dass du dem Erben Slytherins auf den Fersen warst. Also habe ich Ginny hier heruntergelockt. Ich wusste, du würdest kommen, Harry. Tom Riddle war der Name meines miesen, nicht-magischen Vaters. Siehst du, Harry? Tom Warlost Riddle ist Lord Voldemort, der Erbe Slytherins! Und jetzt werde ich dich eine Lektion lehren. Sprich mit mir, Slytherin! Grüße der Vier von Hogwarts! Okay, es ist soweit. Der große Kampf gegen den Basilisken. Der jetzt halb blind ist, aber er ist immer noch stark. Oh, oh, oh! So, komm! Jetzt hier! Okay, jetzt... Das ist jetzt die erste Phase, ne? So war das. Okay, hier kann ich nur ausweichen. Und jetzt... Wo ist Tom Riddle? Ich will ihn sehen. Der steht da rechts irgendwo, ne? Ja, da rechts steht er. Man kann ihn normalerweise nie sehen. Ich glaube, das liegt auch nur daran, weil ich hier das erweiterte Sichtfeld habe. Oder? Nee, jetzt kann man ihn ja wirklich sehen. Das steht da einfach. Ich glaube, das ist dann um N4 zu 3 auch so. So, jetzt kommt wieder Schlangenrotze. Und jetzt wieder! Boom! Zweite Phase. Oh, geil! Ich fühle mich hier gerade, als würde ich hier, keine Ahnung, Sekiro spielen. Mit dem Schwert. So, ich wehre dich ab! Und jetzt... Mach deine Zähne kaputt! Hier kommt der Zahnarzt, Baby! Hm, du hast aber hübsche Beißer. Gleich nicht mehr. Oh, yeah! Hab ich doch! Ich wehre den Strahl ab! Keine Ahnung, warum der Basilisk grüne Laserstrahlen hat, aber ich weiß es doch auch nicht, Leute. Das ist ein magischer Ort. Wir dürfen nicht alles hinterfragen. Und warum saugt der mich so an, als wäre er so ein Dyson-Staubsauger? Ich weiß auch nicht, aber er kann es halt irgendwie. Aber jetzt gleich nicht mehr. Komm! Machen wir ihn alle jetzt. Ja, das dauert aber auch lange, ne? Und jetzt hier... Ey, wir werden so angesogen davon. Und ab jetzt ist es eigentlich nur noch hier ein Geduldsspiel. Es dauert halt einfach ewig und drei Tage, bis man die mal alle hat. Jetzt wieder warten. Die Turbine muss erstmal anlaufen wieder. Und jetzt kommt der Leserstrahl. Das ist ja immer so komisch, ist der Strahl. Der, 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 der... Ich kann ihn nicht richtig kontrollieren. Ich weiß nicht, warum. Der müsste eigentlich viel geiler auf die Zähne gehen. Ja, du musst... Das Spiel mir das auch jedes Mal wieder einblendet, ne? So, die Hälfte ist ungefähr weg. Ey, das date ich jetzt auch. Ich habe keinen Bock, das normal zu machen. Der Kampf ist einfach nur... Sorry, dass ich das sagen muss. Der ist einfach langweilig ab dem Punkt. Ist einfach nur... Ja, hm, so. Und jetzt wieder hier. So. Ja gut, ich habe vielleicht auch nicht richtig drauf gezielt, aber der ist echt merkwürdig, der Strahl. Der ist so ein bisschen... Der ist nicht so einfach zu steuern, finde ich. Jetzt blinken aber schon beide Zähne. Die Batterie ist langsam alle, deswegen blinken die. Ah! So, saug mich an. Ich finde das auch geil, dass Ginny die ganze Zeit da unten liegt und das alles abbekommt wahrscheinlich. Diese ätzende Säure, die aus diesen... Aus diesen Zähnen noch raus troppt. Aber okay. Oh, eins hat das ab. So, jetzt nur noch einer. Wir haben es gleich. Es ist nicht mehr weit. Ich bin so gespannt, ob ich die 100% arm werde. Es ist jetzt nicht so wichtig, aber es wäre schon cool irgendwie. Okay, ein letztes Mal jetzt, Leute. Meine first ist der Kampf. Nervig. Den hätten sie echt so viel geiler machen können. So, das war's. Ja, wirf es Harry hin, dann kann er es kaputt stechen. Das ist natürlich auch ein 200 IQ Move auf jeden Fall. Richtig gut. Ja, tschau. Erstmal hinlegen. Harry Potter hat mal wieder gesiegt. Es herrschte Stille. Stille, mit Ausnahme des stetigen Tropftropf der Tinte, die immer noch aus dem Tagebuch heraussickerte. Der Giftzahn des Basilisken hatte ein knisterndes Loch mitten hindurch gebrannt. Am ganzen Leib zitternd richtete Harry sich auf. Ihm drehte sich alles, als ob er gerade meilenweit mit Flohpulver gereist wäre. Ginny rührte sich. Ich war's, Harry, aber ich, ich schwöre, ich wollte es nicht. Riddle hat mich dazu gebracht. Er hat mich geholt. Harry beruhigte sie und erzählte ihr, dass Riddle und der Basilisk erledigt seien. Komm, Ginny, lass uns gehen. Mit großen Flügelschlägen wurden sie nach oben getragen. Die kalte Luft peitschte durch Harrys Haar, und bevor er den Spaß an der Fahrt verlor, war sie auch schon vorbei. Alle drei klatschten auf den nassen Boden im Klo der maulenden Wirte. Und dann fing Harry an, ihnen alles zu erzählen. Fast eine Viertelstunde lang sprach er in das gespannte Schweigen hinein. Er erzählte von der körperlosen Stimme und wie Hermine schließlich begriffen hatte, dass er einen Basilisken in den Rohren gehört habe. Wie Aragog ihm gesagt hatte, dass das letzte Opfer des Basilisken gestorben sei, wie er auf den Gedanken gekommen war, dass die maulende Myrte dieses Opfer gewesen sei und dass der Eingang zur Kammer des Schreckens in ihrer Toilette sein könne. Professor Dumbledore erklärte allen, dass Lord Voldemort als 16-jähriger Tom Riddle dieses Tagebuch verzaubert und dieses Tagebuch wiederum Ginny verzaubert habe. Harry schaffte es auch noch, den Hauself Dobby aus der Sklaverei von Lucius Malfoy zu befreien. Denn schließlich war es Lucius Malfoy gewesen, der das Tagebuch Tom Riddles in die Hände der unglücklichen Ginny Weasley gespielt hatte. Und was Harry angeht, wieder einmal hat er bewiesen, dass er der Junge ist, der überlebte. Guckt euch dieses Siegerlächeln an. Ja, und ich glaube, jetzt kommen die Credits, oder? Und nee, das... nicht das Allerwichtigste, aber auch ein wichtiger Punkt kommt jetzt. Dann wollen wir mal sehen, wer in diesem Jahr den Hauspokal gewinnt. Mhm. Auf jeden Fall wollen wir das sehen. Und eigentlich kann es keinen anderen Gewinner geben als ganz rechts. Weil wie wollen die das noch aufholen? Ich meine, jetzt kommen noch 110 Punkte dazu. Das wird ja fast oben gegenkommen. Hufflepuff. Ja, dann hat Slytherin wahrscheinlich 100 Punkte oder so, oder 95 oder so. 80 sogar nur. Keine Chance. Sie haben uns nicht mal jetzt überholt. Wir haben jetzt sogar schon gewonnen. Und jetzt kommt noch das dazu. Gryffindor. 105 Punkte. Leute, das kommt fast oben gegen. Gryffindor hat die meisten Hauspunkte. Yeah! Das ist geschafft! Gryffindor gewinnt den Hauspokal. Let's go! Es ist soweit. Gryffindor hat mal wieder gewonnen. Harry Potter hat auch mal wieder überlebt. Alles wie immer eigentlich. Ja, und jetzt müssen eigentlich die Credits kommen. Ja, Argonaut Games hat es entwickelt. Und gepublished wurde es von EA, äh, EA. Nicht EA Sports, sondern EA. Ja, was soll ich sagen? Das ist das Ende. Ich bin natürlich jetzt schon ein bisschen durch. Bisschen durch, muss ich sagen. Weil es ist jetzt, es ist jetzt 22.25 Uhr. Es ist nicht alles nach Plan verlaufen. Also das mit der einen Bildkarte mit Harry Potter, ausgerechnet Harry Potter, das hätte ich echt sehen können. Es war dieser eine Geheimgang, den ich übersehen habe. Also komplett übersehen habe. Aber ich habe ja nicht die Bildkarte nur übersehen, sondern den gesamten Raum. Ich habe einfach nicht gesehen, dass da noch eine, ein Bücherregal war, wo ich hätte reingehen können. Und wenn das, wenn ich das gesehen hätte, dann hätte ich das, dann wäre das alles nicht passiert. Das wäre deutlich angenehmer für mich jetzt gewesen. War jetzt im Endeffekt aber auch nicht schlimm. Wie gesagt, es war eine Vorsichtsmaßnahme. Es kann sein, dass man das später noch hätte nachholen können. Aber ich wollte wirklich auf Nummer sicher gehen. weil ich zum Beispiel wusste, dass dieser, dieser verbesserte Zauberspruch, dass der auf jeden Fall nicht nachholbar ist nach Ende der Story. Und deswegen dachte ich, okay, vielleicht kriege ich diese Bildkarte dann auch nicht mehr. Wobei ich natürlich auch ein bisschen drauf gezockt habe, dass die Bildkarte in der Kammer des Schreckens irgendwo sein würde. War jetzt im Endeffekt nicht der Fall. Habe ich mich halt ein bisschen verzockt. Ich hätte mich vorher natürlich informieren können. Also genau dort, wo ich da vor dem Büro von Lockhart stand, hätte ich ein Safe State machen können. Habe ich auch gemacht, aber da hätte ich mich dann informieren müssen, wo ist die letzte Bildkarte. Und dann hätte ich das von Anfang an gewusst. Ist aber jetzt auch egal, weil im Endeffekt hat es ja Spaß gemacht. Es war eine nostalgische Reise für mich, das nach sieben Jahren nochmal wieder zu spielen. Also es hat einfach aus meiner Sicht so einen riesigen Wiederspielwert, zumindest für mich, weil es halt auch so nostalgisch für mich ist. Und es ist so einfach gestrickt. Es hat nicht so viele Mechaniken. Man muss nicht so viel nachdenken, während man es spielt. Die Charaktere sind witzig gemacht, die Sprüche sind lustig, die Dialoge generell sind lustig gemacht. Und es ist einfach schnell durchgespielt. Es ist immer was für zwischendurch, das kann man immer mal wieder spielen. Das wird wahrscheinlich auch nicht das letzte Mal sein, dass ich das in meinem Leben gespielt habe. Das kann man immer mal irgendwann mal wieder spielen. Ich weiß noch nicht, zu welchem Anlass. Also so normal, zu einem normalen Anlass werde ich es wahrscheinlich nicht nochmal spielen. Aber vielleicht gibt es ja irgendwann tatsächlich mal wieder einen besonderen Anlass dafür, dann spiele ich es ja vielleicht nochmal. Aber ich würde auch gerne nochmal den Stein der Weisen spielen. Special Thanks nochmal an ein paar Leute. Jo, da wird ein bisschen gedanzt. Die Gnome gehen ein bisschen ab. Was sind das da? Sind das Laserpointer da links oder was sind das da für Lichter? Keine Ahnung. Electronic Arts Europe. Ja. Und da ist der Junge, auf den hier alle schauen. Auf den die ganze Aufmerksamkeit gerichtet ist. Harry Potter. Mit seiner extrem großen Blitznarbe hier in dieser Version. Ja. Ist spaßig gewesen. Also es ist ein Spiel, das unfassbar wenig Frust einfach nur beinhaltet, weil es einfach nur mega entspannt ist. Für Leute, die eine große Herausforderung wollen, ist es natürlich nichts. Aber Leute, die... Ich glaube, es ist eher was für Leute wie mich, die das in ihrer Kindheit gespielt haben, die das auch lieben gelernt haben. Aber ich bin ja nicht der Einzige, denen das so geht, weil ich glaube, diese Version hat sich... Ich müsste jetzt lügen. Ich glaube, ungefähr so sieben, acht, neun Millionen mal verkauft. Ist glaube ich auch in der Top Ten drin der meistverkauften PS1-Spiele oder zumindest der erste Teil. Ich weiß nicht, einer von beiden Teilen oder vielleicht sogar beide. Ich weiß es nicht genau. Aber auf jeden Fall waren die auch... Waren die auch wirtschaftlich sehr erfolgreich. Also sie haben sich sehr, sehr gut verkauft. Also gibt es mehr Leute wie mich, die das auch in ihrer Kindheit gezockt haben und das einfach nur lieben, das Spiel. Die haben einfach ihren besonderen Charme. Natürlich ist die Grafik nicht die beste. Ich habe auch gehört, es gibt... Das habe ich jetzt vorhin rausbekommen, als ich mir ein Video angeguckt habe, wo diese... Wo die Bildkarten gezeigt wurden. Es gibt noch einen anderen Emulator, wo es noch so eine ganz besondere Einstellung ist, wo man das dann abstellen kann, dass das hier so rumwabert, das Bild. Also das hat nochmal eine deutlich bessere Qualität. Wenn ich das gewusst hätte... Achim Schülke, yo! Ähm, wenn... Da ist Eckart Dux, ne? Es ist einfach nur ein legendärer Synchronsprecher. Der ist... Also ich weiß nicht. Also das ist einfach nur phänomenal, was er abgeliefert hat in den Harry Potter-Spielen und auch in den anderen. Es gibt ja auch eine Drei-Frage-Zeichen-Folge, die er gesprochen hat zum Beispiel. Es ist einfach eine absolute Legende. Ich kann das mal eben hier am Handy mal gucken, wie alt Eckart Dux mittlerweile ist. Ich guck das nochmal eben. Wir haben ja eben mal die Zeit. Er ist einfach 96 Jahre alt, hat am 19. Dezember Geburtstag. Das heißt, er hat... Ja, er ist schon 97 jetzt und ist halt immer noch soweit ich weiß, aktiver Synchronsprecher und damit sollte er, das habe ich am Anfang schon erwähnt, der älteste aktive Synchronsprecher derzeit sein in Deutschland. Einfach nur krass. Krasses Lebenswerk auf jeden Fall. Und auch seine Stimme verbinde ich natürlich auch immer mit Kindheit. Ist einfach so. Einfach aufgrund dieser beiden Spiele. Das ist einfach... Ich kann gar nicht beschreiben, was mir diese beiden Spiele bedeuten. Das... Leute, die damit nichts zu tun haben, die damit nicht aufgewachsen sind, die sehen vielleicht das Spiel und denken sich so, was ist das für eine klobige Grafik? So, was ist das? Aber für mich ist das einfach Kindheit. Und... Ja, wie gesagt, ich muss auch den ersten Teil irgendwann nochmal zocken. Der hat auch seinen Charme. Der hat nicht so dieses... Ja, der hat nicht so dieses coole Modell mit den Noten und so mit den Pokalen, aber... Ich glaube, der hatte keine Pokale, oder? Also auf jeden Fall, die Unterrichtsstunden wurden da nicht benotet. Das weiß ich noch. Das war nicht so. Aber das Hauspokalsystem gab es auch schon. Ja, hallo Malfoy und Crab and Gold. Könntet ihr jetzt mal bitte ein bisschen verschwinden? Harry Potter ist hier der Hauptdarsteller. Es reicht viel zu viel Screentime schon wieder für die drei. D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D. Alter, was haben die denn da eigentlich für... 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 äh... Deren Füße sehen aus wie... 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 wie Hammer. Ohne Stiel. Es ist... Was ist das? Ha, das sieht witzig aus. Ja, mehr Erfolg. Dumm gelaufen, oder? Jetzt ist Harry Potter, der Junge, der überlebt es schon wieder, der Held des Tages. Machst du nix? Aber wir sind ja noch nicht fertig, Leute. Wir gucken uns gleich nochmal alle Bildkarten an. Weil jetzt macht es den Cola auch nicht mehr fertig. Ich glaube, wir werden die sieben Stunden nicht mehr erreichen, was auch echt okay ist. Ich hätte auch nicht gedacht, dass ich hier bis halb elf noch sitzen würde, als ich heute angefangen habe. Weil das, ja... Ich wusste nicht mehr ganz genau, wie lange das Spiel ist. Und da hinten ist Dumbledore. Den man das ganze Spiel lang nicht gesehen hat im freien Spiel. Also man hat ihn nicht gesehen. Also nur im Buch hat man ihn mal gesehen. Aber man hat ihn nicht so rumlaufen sehen. Der war die ganze Zeit nicht da. Weil im ersten Teil ist er ja gleich am Anfang in der Eingangshalle bei der Treppe und kommt runter. Und gibt so ein paar lustige Dinge von sich. Das werde ich auch niemals vergessen. Aber ja, mehr habe ich nicht zu sagen. War ein geiles Weihnachtsspecial. Hat riesig Spaß gemacht. Und wir sind ja noch nicht fertig, wie gesagt. Wenn man so ein Weihnachtsspecial macht, ist natürlich der ganze Tag dann erstmal weg. Weil du hast alles dafür investiert. Aber das ist sowas von wert. Das kannst du einmal im Jahr, kannst du das machen zu Weihnachten. Und ich wollte unbedingt, dass auch dieses Jahr diese Tradition fortgeführt wird. Damit nicht wieder das passiert, was 2020 war, wo ich nichts gemacht habe. Aber das wäre ja auch erst mein zweites Weihnachtsspecial gewesen. Damals habe ich ja 2019 mein erstes Weihnachtsspecial gemacht. Die GTA 3 Wintermod. Und das habe ich ja einfach mal ins Leben gerufen. Aber mir war damals noch nicht bewusst, ob ich das, also ich wusste auch noch nicht, ob ich das wirklich immer weiterführen wollte. Und 2020 hatte ich diesen Entschluss halt noch nicht gefasst. Aber dann, ein Jahr später, wollte ich es dann doch wieder weitermachen. Und seitdem kam es ja dann auch jährlich. Und ja. Ich bin gespannt, ob ich die 100% habe. Wenn ich sie jetzt nicht habe, dann weiß ich nicht, was ich noch hätte machen müssen. Ich meine, wir könnten eigentlich auch noch Quidditch spielen, aber die Frage ist, braucht man das wirklich? Ich meine, das ist ultra langweilig, ne? Das sind so viele Games und ich glaube, das gibt auch keine Prozente. Das habe ich damals ja auch schon mal festgestellt. So, jetzt muss ich tatsächlich noch mal den Controller in die Hand nehmen. Und ich würde erst mal gerne gucken, wie viel Prozent wir denn überhaupt haben. Kann ich hier? Ne, warte mal, hat er jetzt schon gespeichert gerade? Ja, ne? Ich mache mal ein Safe State, das würde ich ja sehen dann. Mache mal das Spiel verlassen. Habe ich die 100% oder habe ich sie nicht? Das ist jetzt die Frage. Ich meine, es ist jetzt nicht schlimm, wenn ich sie nicht habe. Das, das, das Special hat mir trotzdem gefallen. Das Special hat mir trotzdem unglaublich Spaß gemacht. Also völlig egal, was jetzt hier passiert, ob ich jetzt die 100% habe oder nicht. Ist mir eigentlich egal, aber es wäre natürlich jetzt irgendwie ein schöner Abschluss, dass ich jetzt auch dann endlich mal behaupten könnte, jo, ich habe jetzt hier 100% bei Harry Potter geschafft und die Kammer des Schreckens auf der PS1, was ich noch nie in meinem Leben geschafft habe. Okay, aber kommt jetzt ein Ah, jetzt, jetzt Nein. Achso, jetzt macht er ein neues Spiel. Was, was zur Hölle? Warum macht er jetzt ein neues Spiel? Ich will doch nur Hä, was ist das denn jetzt hier? Ich wollte doch nur das Spiel gehen wir ins Hauptmenü. Ich will einfach nur mal das Spiel laden. Ich will einfach nur mal gucken, wie viel Prozent ich gerade habe. Jetzt müsste er mich doch wieder fragen, welchen Spielstand möchtest du laden? Genau, und jetzt muss da 100% stehen. Wenn nicht, dann habe ich es halt nicht. Dann weiß ich auch nicht. 95%, keine Ahnung. Vielleicht muss ich noch in den einen Raum rein, das könnte sein. Aber ob der 5% gibt? I don't know, vielleicht muss ich Quidditch spielen. Soll ich das noch mal probieren? Ich meine, das macht den Kohl jetzt auch nicht mehr fett, ob ich jetzt noch Quidditch spiele, ne? Jupp. Warte mal, vielleicht hat er den Spielstand aber auch nicht. Ich muss mal gucken. Wenn ich jetzt im Gemeinschaftsraum bin, dann, und alle Bildkarten habe, dann ist das der letzte Spielstand. Das ist der 0, genau, 0, ja, das ist ja klar, dann ist das der, ja, keine Ahnung, wie kann ich jetzt noch die letzten Prozente bekommen? Ich versuche jetzt noch mal hier rein zu gehen. Und ansonsten können wir nur noch Quidditch spielen, aber warum sollte Quidditch Prozente geben? Naja, eigentlich auch können wir mal eine Gegenfrage stellen, warum nicht? Also, eigentlich gibt es auch keinen Grund, dass es keine Prozente geben sollte, aber weiß nicht. Aber ist das denn jetzt offen oder nicht? Weil da hatte ich beim letzten Mal mehr Prozente. da hatte ich 97 oder so. Ist aber jetzt offen. Vielleicht gibt es ja tatsächlich jetzt hier die entsprechenden Prozente, die ich brauche. Ich will es zumindest mal ausprobieren. Ich habe ja den Safe State noch. Ich kann ja noch mal laden, wenn jetzt hier irgendwas nicht passt. Vorher konnten wir da nicht rein, aber das ist nicht der 100% Raum, das ist der nach der Story Raum, oder? Ich weiß es nicht. Wollen wir noch mal Quidditch spielen, ganz in Ruhe? Ich meine, das macht den Kohl nicht fett, ne? Jetzt ist es sowieso egal. Ja, das ist der, hier gibt es die Artworks mit drin, ne? Ja, so war das, aber das ist, der Raum gibt ja keine Prozente in dem Sinne. Ich weiß nicht, was ich, ich habe alle Bildkarten, ich habe, Buch öffne, ja, Buch öffnen, da fehlt ein N, aber ist ja okay. Okay, kannst du alles vorlesen? Ron Weasley, Hermine Granger, Draco Malfoy, Albus Dumbledore, Hagrid, Gilderoy Lockhart, Madame Hooch, Professor McGonagall, Professor Sprout, Professor Snape, Gytrasch, Hagrids Hütte, Basilisk, Kammer des Schreckens, Kräuterkunde Gewächshaus, Aragogs Höhle, Ein Wichtel, Filch, Maulende Myrte, Fast kopfloser Nick, Arries Zimmer im Ligusterweg, Fort Anglia, Gnom, Fawks der Phönix, Fumos Fledermausbrenner, Ein Kartoffelbauchpilz, Quidditch Spieler, Aragogs Senke, Tom Riddle, Trollbrücke, Verbotener Wald, Arthur Weasleys automatische Waschmaschine, Arthur Weasleys automatische Waschmaschine, die ich ein paar Mal besiegt habe, ja, das waren alle Artworks, Trollbrücke, Verbotener Wald, Ja, wollte ich euch einmal zeigen, ich habe jetzt einfach Eckart Dux auch einfach das Ganze kommentieren lassen, so gesehen, ja, das ist das, aber das hat nichts mit den 100% zu tun, soweit ich weiß, weil ich habe die 100% ja gerade auch gar nicht, also, ja, ich weiß nicht, wie man die 100% hier holen kann, ich könnte jetzt noch Quidditch machen, ich glaube, ich mache das jetzt auch noch, aber ich glaube, das hat jetzt nichts damit zu tun, oder? Ich wüsste ja sonst nicht, was man hier noch hätte machen können, weil ich habe alle, ich habe alles sonst geholt, also an sich, ich habe ja alles geholt, und so, und dann, ja, mehr kann ich nicht machen, das ist halt das, was es ist jetzt. Ich wüsste nicht, was jetzt hier noch irgendwas geben könnte, an Prozenten, also das ist für mich jetzt hier so das, ja, weiß ich nicht, also das ist, kann man die vielleicht nochmal ansprechen hier? Ich muss ja nicht mehr suchen, ich habe ja alle, hier kann man ja auch nicht mehr weiter, aber da kommt ja nur noch dieses, ich kann euch das einmal demonstrieren, wenn man jetzt hier durch geht, kommt nur das, also, kann man gar nicht, also ich dachte, da kommt noch irgend so ein Lachen oder so, nee, gar nichts, okay, man könnte noch das Buch lesen, aber da habe ich ja auch alles, und man könnte jetzt hier noch die Bildkarten sich angucken, das wollten wir ja auch machen, machen wir einmal, alle? Harry Potter, der Junge, der überlebte, Albus Dumbledore, Schuldirektor von Hogwarts, Ignatia Wildsmith, die Hexe, die das Flohpulver erfand, Felix Summerbee, Erfinder des Aufmunterungszaubers, Greta Ketchlove, Autorin von Zaubern Sie Ihren eigenen Käse, Rowena Ravenclaw, Mitbegründerin von Hogwarts, nach ihr wurde eines der vier Häuser benannt, Jokunda Sykes, überquerte als erster den Atlantik auf dem Besen, Dorcas Wellbeloved, Gründerin der Gesellschaft für verzweifelte Hexen, Crispin Cronk, wurde nach Asgaban geschickt, weil er Sphinx im Garten hielt, Yardley Platt, Goblin-Serienmörder, Edgar Strugger, Erfinder des Spikoskops, Helga Hufflepuff, Mitbegründerin von Hogwarts, nach ihr wurde eines der vier Häuser benannt, Adalbert Schwafel, berühmter magischer Theoretiker, Chauncey Aldrich, erstes bekanntes Opfer der Drachenpocken, Kassandra Wablatschki, gefeierte Seherin und Autorin von Entnebelung der Zukunft, Daisy Dodderich, erste Wirtin des tropfenden Kessels, Bertie Bott, Erfinder der Bertie Bott's Bohnen in allen Geschmacksrichtungen, Salazar Slytherin, Mitbegründer von Hogwarts, nach ihm wurde eines der vier Häuser benannt, Herpo der Üble, Ur-Erfinder des Basilisken, Hengis von Woodcroft, gründete das Dorf Hogsmeade, Paracelsus, größter aller Alchemisten des Mittelalters, Gaspar Chingleton, gefeierter Erfinder des selbstumrührenden Kessels, Montague Knightley, Zauberer Schachmeister, 1506 bis 1588, Godric Gryffindor, Mitbegründer von Hogwarts, nach ihm wurde eines der vier Häuser benannt, Genau, jetzt gucken wir nochmal aufs Zeugnis, also wir haben alle Quidditch, Gold, Flügel, dann die Gründer-Zauberer-Duelle, sind alle geschafft worden, dann Kräuterkunde, die Note A, und Verteidigung gegen die dunklen Künste, ebenfalls A, und die entsprechenden Bestzeiten, in den, ja, bei den Schulwegen quasi, um rechtzeitig da zu sein, also eigentlich, Harry Potter, der Junge, der überlebt, ja, das haben wir ja gerade schon gehört, dann würde ich sagen, kann man das Ganze doch auch eigentlich nochmal, genau, einmal beenden, und dann bin ich gespannt, also keine Ahnung, also, wir können doch mal Quidditch spielen jetzt von mir, außer jetzt ist mir das auch egal, aber ob das denn, was, was bringt, weiß ich natürlich jetzt nicht, was ist denn jetzt, wenn ich hier speichere, ich will eben nochmal gucken, auf die Prozente, hat das jetzt was gebracht, dass ich diesen einen Raum betreten habe, hat das Prozente gegeben, wahrscheinlich nicht, ich hab da jetzt dadurch nicht, 100%, ich hab da jetzt nicht 5% bekommen, weil ich diesen Raum betreten habe, der eh schon freigeschaltet war, das hat da, nichts zu sagen, ich weiß nicht, wie man das, wie erledigt, kannst du mir nicht mal jetzt mal zeigen, jetzt zeigt mir einfach nicht, na gut, und dann machen wir jetzt nochmal Quidditch, wird ein bisschen länger dauern jetzt nochmal, aber, naja, gut, ja, wir müssen ganz viele Duelle hier machen, aber das passt schon, gegen Havelpuff, let's go, ich glaube, wir müssen 6 Duelle machen, das wird echt ein bisschen dauern jetzt, aber, gut, wir ziehen das jetzt eben nochmal durch, würde ich sagen, Willkommen zum Quidditch Spiel, ich bin euer Kommentator, Lee Jordan, auf dem Quidditch Feld, gibt es an jedem Ende, drei Tore, ja komm, das können wir überspringen, ja, das überspringe ich jetzt, ich mach hier nur noch schnell, hier eben, die Kommentare sind eh immer die gleichen, kann man echt überspringen, ja komm, ist eh immer das gleiche so, aber vielleicht gibt das ja jetzt noch die letzten Prozente, und dann hab ich euch halt alles gezeigt vom Spiel, so, dann gibt es auch nichts mehr offen, diesmal hab ich sogar den Bonusflug mir geholt, also mehr kann ich halt auch nicht machen, so, ne, also das ist, das ist dann wirklich so das Ende, dann mehr kann ich nicht tun, na, das ist dann halt, wenn das jetzt keine 100% gibt, dann ist es halt einfach so, dann betrachte ich es trotzdem als 100% Run, weil es mir nicht ersichtlich ist, warum es kein 100% Run sein sollte, oh, jetzt kommt der Gegner, ja, und so wird jetzt jede Runde ablaufen, ne, jede verdammte Runde wird genau so ablaufen, ist halt wirklich öde, so ein bisschen, und ich bin echt müde, aber ich muss jetzt gleich noch was essen, weil ich hab ja seit Start des Videos nichts mehr gegessen, außer so ein paar Schokoriegel, das ist ein bisschen ärgerlich, Porter übernimmt die Führung, aber wenn jedes Match nur eine Minute dauert, wäre es ja geil, aber das wird leider nicht so sein, ich muss ja leider bis, ich muss ja den leider so lange verfolgen, bis ich hier, ja komm, ja komm, so und jetzt nur noch fangen und dann haben wir es geschafft, na komm, jawohl, vorspulen, wir sparen ein bisschen Zeit dadurch, Glück gemacht Harry, die Fans sind außer sich, er hat es mal wieder geschafft, Harry Potter, der Junge, der überlebt er, okay, aber er speichert das ja auch, also vielleicht gibt das wirklich Prozente, die letzten fünf, hm, nächstes Match gegen Ravenclaw, let's go, so ich spule ein bisschen vor, ich hoffe, ihr habt da kein Problem mit, jetzt macht er wieder seinen obligatorischen Salto, und es geht los, ja ist gut mit dem Vorspulen, so können wir uns wirklich ein paar Minuten sparen, es ist mir gerade echt recht, weil es ist so spät schon und, ach, es ist Wahnsinn, ich hätte nicht gedacht, dass ich hier so lange davor sitzen würde, aber jetzt habe ich halt alles gemacht und ich will auch wirklich jetzt wissen, kann man die 100% hier überhaupt holen, oder, für mich sieht das jetzt, also wenn das jetzt nicht für die 100% reicht, dann weiß ich es auch nicht, dann ist das buggy, dann ist das wirklich buggy, dann, dann hat das, ja, dann weiß ich nicht, was man tun muss, ich meine, ich hatte mich damals vor sieben Jahren auch schon mal informiert, so ein bisschen, oder versucht zu informieren, warum ich jetzt keine 100% habe, und dann, ich meine, mir wurde es auch in die Kommentare geschrieben, dass es wahrscheinlich an diesen verbesserten Zauberspruch gelegen hat, aber im Internet stand halt auch sowas wie, jo, ich habe trotzdem diesen, die haben trotzdem diesen Spruch sich geholt und haben trotzdem keine 100% gehabt, also keine Ahnung, was ist, was soll man dann noch mehr machen, außer hier, weiß ich nicht, hier, 24 Bildkarten holen und eben diesen Spruch, also wollen die, dass man jeden, jede Birdie-Bots-Bohne einsammelt, oder was, was ist die Forderung, das ist so ein bisschen so, nicht ganz so ersichtlich, finde ich, ich mache jetzt hier einen Safe-State, ich habe keinen Bock, wenn ich den nicht fange, dass ich das alles nochmal neu machen muss, halt, der war doch, ach, komm, ach, komm, Mann, Alter, meine Fresse, ich bin so, jetzt habe ich ihn endlich, meine Fresse, Mann, das ist aber auch ein Krampf hier mittlerweile, beißt mich da jetzt irgendwo durch, genauso wie die da auf der Tribüne, ihr müsst noch einige Spiele mit ansehen, aber, keine Sorge, die Witterungsbedingungen werden sich gleich verändern, so, und jetzt kommt natürlich Slytherin, die, ja, das erste Match ging, ja, es regnet jetzt ein bisschen, aber ansonsten verändert sich hier nichts mehr, also, es ist, es macht es nicht wirklich spannender, ist optisch mal ein bisschen anders, ja, es ist optisch ein bisschen anders, ja, kann man sagen, toll, es regnet jetzt, wow, geiler Effekt, gleich ist es, glaube ich, ein bisschen gewittrig noch, aber, mein Gott, das ist halt sonst auch nichts Besonderes so, ja, jetzt ist es doch über sieben Stunden, also, was soll ich sagen, ne, machste nix, also, ich, ja, muss das jetzt schnellstmöglich dann rendern, das Video, und dann hochladen, denn, ich meine, ich dürfte, euch dürfte klar sein, dass das nicht an Heiligabend aufgenommen wurde, weil so ein Video ist zwischen 100 und, äh, zwischen 50 und 100 Gigabyte groß, das muss noch gerendert werden, ah ne, das ist dann gerendert 100 bis 100, äh, 50 bis 100 Gigabyte groß, so wollte ich sagen, das braucht auch eine gewisse Zeit zum Uploaden, und vor allem, bis dann mal HD verfügbar ist, das dauert, locker eine Woche, ich kenne das, ich spreche aus Erfahrung, und, ich will natürlich, dass es dann nach Heiligabend eben die entsprechende Qualitätsstufe hat, also, ich kann euch ja sagen, für alle, die jetzt dran geblieben sind, kann ich euch die Information, hier aber geben, das ist übrigens mehr Erfolg gerade, es ist jetzt gerade der 9.12., an dem ich das aufnehme, und jetzt haben wir halt 22.53 Uhr, und, ja, ja, ich muss natürlich früher aufnehmen, ich wollte es eigentlich letzte Woche schon aufnehmen, aber da habe ich mich nicht so gut gefühlt, und, weiß nicht, dann, war mein Kollege im Urlaub dann ab dem Moment, und ich wusste, nächste Woche wird kacke, und da wollte ich halt noch ein bisschen mehr Zeit für mich nur haben, und nicht halt nur, nur ein ganz Special aufnehmen, und dann ist das Wochenende vorbei, aber die Woche habe ich jetzt überstanden, und deswegen, wollte ich das jetzt einfach durchziehen, das hat auch wahnsinnig Spaß gemacht, machen wir mal Safe State, wird es sicher gehen, wird das nicht verkacken, ich habe, weiß halt nicht, wie man, ist richtig, ja, die Fans sind außer sich, äh, es ist halt so viel Copy und Paste, ne, es ist einfach echt langweilig, so, jetzt geht es nochmal gegen Hufflepuff, und dann nochmal gegen Ravenclaw, und dann nochmal gegen Slytherin, jetzt dürfte es schon irgendwie gewittern, oder so, denke ich mal, ne, jetzt ist es wieder besser, ja gut, du hast halt immer anderes Wetter, ne, so ein bisschen, aber mein Gott, das ist ja auch nicht wirklich spannend, und jetzt, toll, strahlender Sonnenschein, toll, juhu, na, ist eher so ein Sonnenuntergang, ne, ja, sehr schön, juhu, meine Fresse, na gut, wir ziehen das durch, bis zum bitteren Ende, aber dann ist es gleich auch wirklich vorbei, weicht einem rasanten Klatsche aus, ich kann es langsam nicht mehr hören, jetzt kommt wieder der Gegner dazu, es ist halt immer das gleiche, ja, er wird sich gegenseitig weggestoßen, das ist unglaublich spektakulär hier, ich weiß gar nicht, was ich sagen soll, aber ich, ich stehe das jetzt auch noch durch, komm, ich stehe das jetzt auch noch durch, das ist jetzt das kleinste Übel, ich habe alles andere auch geschafft, immer schön direkt die Ringe mitnehmen, damit er sich auch schneller verzieht, der Kerl, und dann ist es nur noch, jetzt haut er ab, bis wenn der rote Balken da weg ist, ja, jetzt ist er weg, und jetzt nur noch hier, eins gegen eins, also ich hoffe echt nochmal, dass die Quidditch in Hogwarts Legacy 2, wenn es dann irgendwann kommen sollte, tatsächlich mal einbauen, weil das wäre halt echt cool, also, ich finde, Quidditch kann auch mit einer neueren Grafik funktionieren, in der heutigen Zeit, man kann es cool gestalten, ich finde, man hat es in Harry Potter Teil 6 schon gesehen, also im Halbblutprinzen, dass man das auch ziemlich geil machen kann, dass man auch ein cooles Geschwindigkeitsgefühl auf dem Besen vermitteln kann, also es ist auf jeden Fall möglich, und ich glaube, das könnten sie auch schaffen, das wäre halt echt cool, so ein echt cooles Feature, und ich glaube, es wünschen sich auch noch ein paar andere Leute, dass es mal wieder kommt, so, nice, zwei Matches noch Leute, dann haben wir es, gut gemacht Harry, ja, 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 das ist wie Jugu dann diese, Madame Hooch, so, jetzt kommt nochmal Ravenclaw, und dann gibt es das wirkliche Finale, dieses Weihnachtsspecials, gegen Slytherin, und jetzt ist es natürlich nicht mehr so geiles Wetter, deswegen sieht es nach Gewitter aus, wenn es ja wenigstens mal eine Gefahr gäbe, so, du kannst vom Blitz getroffen werden, ich meine, es gewittert, ist ja geil und so, aber ansonsten, und jetzt, ja, okay, Porta vor, noch ein Tor, ach ne, er ist ja Sucher, er schießt ja keine Tore, okay, interessante Route, boah, ich kann ihm auch nicht mehr so ganz folgen, weil ich so benebelt schon bin, und so müde bin, boah, jetzt hat es gerade geblitzt, oh mein Gott, ich weiß auch nicht mal, was ich sagen soll, also, ist gleich 23 Uhr, in zwei Minuten, meine Fresse, ganzer Tag rum, ach, ist nicht einfach, ich denke, ich werde das Video von, von der Nacht, also Sonntag, Sonntagabend, wenn ich ins Bett gehe, werde ich, werde ich das Video rendern lassen, das wird wahrscheinlich dann auch, keine Ahnung, 24 Stunden rendern oder so, weil das so ein gigantisches Video ist, aber ich muss das ja sogar rendern, ich könnte es ja nicht mal roh hochladen, weil, also mache ich es sowieso nicht, aber es wäre nicht mal möglich, weil es, weil das Video zu lang ist, nicht zu lang, sondern zu groß ist, die Datei ist zu groß, man hat ja, man hat ja ein 200 GB Limit bei YouTube, und das ist ja dann schon überschritten jetzt, natürlich ist es überschritten, also die, die Rohdatei ist wahrscheinlich, 500 GB groß, glaube ich, was gar nicht so viel ist, beziehungsweise eigentlich schon, wenn man bedenkt, dass das ein 30 FPS Roh, das ist ein 30 FPS, das ist eine 30 FPS Rohaufnahme, die ich dann später auf 60 FPS hauen werde, weil ich habe mir gedacht, okay, das Spiel hat sowieso keine 60 FPS auf der PS1, also brauche ich auch nicht in 60 FPS aufnehmen, sondern ich kann genauso gut in 30 aufnehmen, und es dann später im Nachhinein auf 60 machen, ich wollte so einfach nochmal ein bisschen Dateigröße sparen, aber im Endeffekt hätte ich das wahrscheinlich gar nicht machen müssen, und ich wurde sogar mal getroffen, was zur Hölle, Potter ist so nah dran, und doch so weit entfernt, so, jetzt hier, oh, es hätte ein sofortiger Catch werden können, im Gewitter, puh, ach komm, hey, ich habe es bis heute nicht raus, wie man es genau macht, oh ja, ein Gewitter, juhu, ob das so eine gute Idee ist, da rumzufliegen, ich weiß ja nicht, aber, das müsst ihr selber wissen, müsst ihr alle selber wissen, und jetzt kommt das gerade Finale, gegen, Slytherin, Was haben wir für ein Wetter? Einfach nur dunkel, also Wiedergewitter wahrscheinlich, so, auf ein letztes, Leute, so, einmal nochmal ein Salto, ohne Beschleunigen, ja, also wie der Kommentator noch so mitreißend sein kann, also das kriege ich nicht hin, also Respekt dafür, es ist einfach nur zum Einschlafen, so, ja, einfach irgendwie nochmal kurz durchbeißen, und dann einmal gucken, wie viel Prozent ich habe, ich bin so gespannt, Ich weiß nur nicht, wie ich mir die Prozente nochmal anzeigen lassen kann, jetzt gleich, ich weiß es nicht, ich, äh, weiß es nicht, einfach auf Spiel starten gehen, oder was muss ich machen? und dann auf automatische speichern und laden aus, oder wie mache ich das dann? Ich will nur einmal auf die Prozente jetzt gleich gucken, ich glaube nicht, also ich glaube nicht, dass ich 100% habe, und wenn das nicht der Fall ist, könnt ihr ja gerne in die Kommentare schreiben, wenn ihr es wissen solltet, was ich falsch gemacht habe, weil ich habe alle 24 Bildkarten, und ich habe sogar diesen verbesserten Zauberspruch mir geholt, für 500 Bohnen, ansonsten, weiß ich nicht, dann wird es wahrscheinlich wirklich darauf hinauslaufen, dass man jede einzelne Bohne einsammeln muss im Spiel, und dass es eben auch Prozente gibt, was wirklich geisteskrank ist, weil man viele Bohnen ja auch gar nicht mehr bekommt, also man kann ja nicht mehr frei rumlaufen, das wäre ja super dumm, also dann werde ich die 100% halt niemals holen, wenn es wirklich um jede Bohne geht, was ich mir nicht vorstellen kann, das wäre ja geisteskrank, wieso auch? Weißt du, du hast dieses, wir bauen extra so ein Zeugnis ein in das Spiel, wo du sehen kannst, was du hast, was du nicht hast, ich habe davon alles, und ich habe trotzdem dann keine 100%, also keine Ahnung, vielleicht habe ich sie gleich, und instant gefangen, Slytherin mal wieder geschlagen, nochmal schön mehr voll geärgert zum Schluss, jetzt habe ich echt das auch nochmal mit Quidditch gemacht, ich fasse es nicht, ich bin auch echt bekloppt, oder? Ja gut, das ist auch nochmal ein Pokal, also ich weiß ja nicht, vielleicht gibt er 5%, meine Güte, das kann ja sein, ich will nicht sagen, es gibt keine Prozente, ich habe keine Ahnung, vielleicht ist es ja so jetzt, vielleicht habe ich jetzt 100%, ich habe keine Ahnung, ja, das ist es, ja, mehr gibt es nicht, alle Matches gezeigt, sonst hätte ich den Pokal ja auch nicht bekommen, ja, Leute, was mache ich jetzt, was mache ich jetzt, ich glaube, ich gehe nochmal ins Menü, und wähle nochmal Deutsch aus, natürlich, selbstverständlich, ich habe 96%, guckt mal, Leute, also, ich glaube, dass auch dieser Zauberspruch halt nichts ausmacht, also, ich, ich weiß nicht, was man hätte machen müssen, es ist für mich absurd, dass man die 100% jetzt hier nicht kriegen kann, das ist, das macht so einfach so keinen Sinn, ich glaube, es ist einfach ein Bug, ich glaube, die haben da irgendwas nicht, nicht richtig gemacht, und das hat dann dazu geführt, dass das hier, weil, was soll ich denn jetzt noch machen, also, ich habe ja alles gemacht, in diesem Game, ich habe keine Ahnung, äh, ich, ich weiß nicht, was ich hätte machen müssen, äh, ich habe alle Bildkarten geholt, und diesen Zauberspruch, also, dann werden es wahrscheinlich wirklich alle Bohnen sein, also, ich, ich muss mir echt mal ein Video angucken, wo jemand 100% hat auf der PS1, ich will das mal wirklich mit eigenen Augen sehen, ich habe das noch nie bei irgendjemandem gesehen, oder ich müsste mal einen Speedrunner fragen, wie man hier die 100% holen kann, was man tun muss, ach, jetzt kommt wieder das Buch, äh, ne, meine Fresse will ich doch gar nicht, äh, ich, weiß nicht, was man tun muss, also, keine Ahnung, Leute, ich bin da wirklich raus, ich habe keinen blassen Schimmer, ähm, ja, da bin ich einfach raus, ich habe keinen blassen Schimmer, wirklich, das ist für mich einfach, keine Ahnung, habe ich mir jetzt den überspeichert, den Spielstand eigentlich, oder, ich habe ja nicht mal irgendwas ausgewählt, oder doch, wenn er weg ist, ist er weg, vielleicht kommt jetzt das Buch, oder so, ja, ich habe es überschrieben, scheiße, ich habe es überschrieben, ich kann nichts mehr machen, ich habe jetzt hier, das eben überschrieben, ja, ist egal, wie gesagt, ich hatte gerade 96%, ihr habt es gesehen, ich kann das jetzt auch nicht nochmal, ich habe ja noch die anderen Safe States, also, es würde ja noch funktionieren, so ein bisschen, äh, ja, aber ihr habt ja gerade gesehen, ich hatte 96%, also, das war gar nichts möglich, ja, ist natürlich jetzt, äh, funktioniert halt nicht, ne, ich gucke nochmal, kann ich jetzt hier auf Nein gehen, ja, jetzt kommt wieder das Buch, ne, weil er den Spielstand nicht mehr hat, ja, er hat den Spielstand nicht mehr, aber ich habe ja noch den Spielstand hier zur Not, da kann ich ja einmal, könnte ich es theoretisch nochmal neu spielen, müsste ich halt das Finale nochmal spielen, nächstes Jahr an der Hogwarts-Schule für Hexerei und Zaubern, ja, ist egal, ja, ich habe alles versucht, was in meiner Macht stand, trotzdem hoffe ich, dass es ein gelungenes Weihnachtsbüsche war, ich wünsche euch allen noch eine schöne Weihnachtszeit, feiert schön mit Freunden und Familie, oder eben auch alleine, so wie ich größtenteils, ist ja auch in Ordnung, und, ja, das war es für dieses Jahr, es werden natürlich noch Videos kommen dieses Jahr, insbesondere auch mein Jahresrückblick 2023, wo ich natürlich wieder, wie, wie jedes Jahr, am 31.12. nochmal über das Jahr sprechen werde, über die Projekte, die ich gemacht habe, wie sie mir gefallen haben, was ich generell in dem Jahr so, was da so passiert ist, und, äh, ich werde auf meine YouTube-Statistiken eingehen, auf die Aufrufe, und Anzahl der Videos, Einnahmen, alles, und, wenn ihr Bock habt, könnt ihr da natürlich auch reinschauen, und, ja, das soll es jetzt aber gewesen sein, schade, dass ich es hier 100% nicht holen konnte, ich glaube aber mittlerweile, das ist ein Fehler, man kann es nicht holen, vielleicht ja doch, vielleicht würde mir ein Speedrunner jetzt widersprechen, und sagen, das und das und das hast du falsch gemacht, keine Ahnung, vielleicht muss man es auch in einer bestimmten Reihenfolge machen, die Dinge, ich habe keine Ahnung, vielen Dank fürs Zusehen, und, ja, dann sehen wir uns doch in den zukünftigen Videos wieder, macht's gut! Musik Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.